Im Tech Talk sprechen wir über den Facebook Blackout, davon war ja zum Beispiel auch WhatsApp betroffen, konntet ihr einige Stunden nicht nutzen. Außerdem erklären wir euch, warum ihr jetzt sehen könnt, was eure Lieblingsstreamer verdienen. Und der David hat ein paar Elektroautos testen können oder was er testen konnte auf der IAA Mobility in München, wird er euch gleich nach dem Teaser verraten. So, jetzt sind wir wieder zurück. Heute Tech Talk mal ein bisschen anders. Wir sind übrigens auch aus der, ich sag mal, Sommerpause. Ihr seht hier die Airquotes gerade nicht, weil das ist das nächste Thema. Microsoft hat mir die Webcam gedrosselt oder abgedreht hier, beziehungsweise alle Kameras. Ich kann hier, der Tobi grinst schon, der kriegt sich heute schon den ganzen Abend nicht mehr ein, weil er als Linux-User, bei ihm funktioniert einfach alles. Und ich habe Windows-Updates gemacht, hier wird keine Kamera mehr erkannt. Und deswegen habe ich jetzt hier einfach mal lustigerweise eine virtuelle Webcam funktioniert. Da habe ich jetzt einfach mal mein Bild reingefügt, damit ich überhaupt irgendwie mit einem Hologramm hier anwesend bin. Ansonsten seht ihr heute zu eurer Linken ganz oben der David, unten drunter der Tobi und ganz rechts an der Seite bin ich heute mal als Pfosten an der Seite. Ganz rechts außen. Wenn hier gewisse Leute mit im Podcast wären, wäre ich vielleicht sogar ganz rechts außen. Gucken wir mal. Heute bunte Mischung aus Themen. Wir haben mal so ein paar Sachen aufgegriffen, die wir einfach nachholen wollen. Und wir haben auch ein paar aktuelle Themen. Wie schon gesagt, Facebook-Thema. Da sollte man auf jeden Fall mal ein paar Wörter darüber verlieren. Genauso die ganze Twitch-Geschichte. Die IAA-Mobility, die war ja, wann waren die? Im August? Nee, September, oder? Anfang September. Ja, genau. Gar nicht mal so. Viertel bis Neuntag, glaube ich, oder so. Genau, ist heute auch Thema. Fangen wir doch mal chronologisch an. Wir wollen ja bei unseren Shownotes oder bei unserer Liste bleiben. Umfrage der Woche. Ergebnisse lese ich jetzt erst mal vor. Und dann würde ich sagen, macht Tobi weiter mit den Anmerkungen von euch. Oder auch mit Fragen, je nachdem. Wir haben euch ja gefragt, wie sieht es denn bei euch aus mit Thema Payment? Also was nutzt ihr denn gerne? Und also zum Beispiel welche Dienste? Und habt ihr denn auch schon mal Lebensmittel online bestellt? Lieferando und Co. Oder jetzt auch die ganz neuen Dienste. Da heißen die Volt? Ja, ich glaube Volt heißen die. Die sind ja jetzt auch ganz neu am Start. Aus Finnland, glaube ich. Und ihr habt gesagt, jo, Lebensmittel habe ich schon bestellt. Das waren 78%. 22% haben gemeint, nein, habe ich nicht. Dann ganz deutlich bei Paypal ist natürlich der Sieger auf Platz 1, was Zahlungsmittel angeht. Danach kommt Klana, Stripe. ChiroPay liegt auch mit Klana auf zum Beispiel. Und ach ja, was auch noch sehr weit oben ist. Warum ist das hier eigentlich nicht chronologisch geordnet? Was für ein Bullshit. Neu, ich versuche. Ja, ja, Amazon Payment mit sechs Stimmen. Sogar Apple Pay ist dabei auch interessant. Also bunt gemischt. Also so deutlich, wie ich eigentlich gedacht habe, dass es wird oder dass halt Paypal auf Platz 1 ist oder so, war mir klar. Aber dass dann bei den anderen fast gar nichts stattfindet, so deutlich ist das gar nicht. Also es ist ganz schön verteilt das ganze Thema Payment bei euch. Finde ich interessant. Aber das ist ja auch ganz gut für die Anbieter oder für den Markt, wenn wir da kein Monopol haben. Wobei, so ein bisschen habe ich schon das Gefühl, dass wir durch Paypal schon so ein bisschen Monopol haben. Da kann David ja auch eine geile Story erzählen. Du hattest ja auch Spaß mit Paypal. Ja. Soll ich kurz rausholen jetzt? Wenn du möchtest, du musst nicht. Ja, klar. Ich fühle mich da jetzt nicht zu nötigen. Na, alles gut. Ne, das war echt total absurd. Und ich meine, klar, ja, das wird natürlich auch, wie der Felix sagen, ganz klarer Verstoß gegen die AGBs. Ich sage, okay, ein bisschen übertrieben. Ich habe vor ewigen Zeiten mir ein Paypal-Konto mal halt angelegt gehabt und habe da tatsächlich ein falsches Datum eingegeben, Geburtsdatum falsch eingegeben gehabt. Natürlich versinnlich hast du das gemacht. Ja, natürlich. Und jetzt letztens habe ich eine Benachrichtigung bekommen, dass mein Paypal-Konto eingeschränkt wurde. Ich hatte bei eBay was gekauft, wollte bezahlen. Denkte mir so, hä, warum geht das nicht? Und das ist so geil. Dann siehst du in der Handy-App nur, irgendwas geht nicht. Und ich denke mir so, hm, okay. Dann klicke ich darauf und dann so, ja, sie müssen sich im Browser einloggen. Jetzt versuch dich mal am Handy im Browser im Paypal einzuloggen, weil sobald du irgendwas machst, schickt er dich immer in die App weiter, wo ich mir denke, danke für nichts. Also an den PC angemeldet. Und er schaut ja, was ist denn eigentlich los? Dann steht da ja, mein Paypal-Konto wurde eingeschränkt, weil ich halt über 2.500 Euro inzwischen darüber transferiert habe. Also muss ich halt aus Sicherheitsgründen meine Identität bestätigen. Ich soll bitte einmal Ausweisfoto hochladen und einen Nachweis über meinen Wohnort. Was nebenbei gesagt ja auch nichts Ungewöhnliches ist, wenn du so ein Paypal-Konto über Jahre hinweg hast, dann sammeln sich da einige tausend Euro an Transfervolumen, sag ich mal, sammeln sich da schnell an. Eben, ich mache da ja viel drüber, gerade wenn du dann irgendwie gebraucht kaufst, so mache ich ja eigentlich alles da drüber immer. So, auf jeden Fall habe ich mir nichts mehr gedacht, habe halt meinen Ausweisfoto hochgeladen, habe dann meinen Wohnnachweis hochgeladen und dann bekomme ich irgendwie 2, 3 Tage später eine Nachricht. Mein Paypal-Konto wird komplett gesperrt wegen Verstoß gegen die AGB und ich denke mir so, hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Dann schaue ich rein und dann stand halt drin, ja, ich habe ein falsches Geburtsdatum drin gehabt und war ja eigentlich noch nicht 18 zum Erstellung des Kontos und deswegen wird mein Konto komplett gesperrt. Ich kann das Geld auch auf mein Bankkonto abbuchen, aber ich habe Pech gehabt, muss mir ein neues erstellen und ich denke so, wow. Also ich meine, anstatt, dass sie jetzt einfach sagen so, hey, pass auf, ist irgendwie scheiße, was auch immer, ich kann es ja verstehen. Wir korrigieren das und dann passt das. Nein, ich muss ein neues Konto stellen, ich muss es neu verifizieren, ich muss neu die Kontodaten angeben, ich muss ein neues Konto einbinden. Was dann irgendwie auch erst nicht funktioniert hat, weil das noch im Alten drin war. Dann habe ich das da rausgeschmissen, obwohl ich eigentlich schon gesagt habe, bitte auf das Konto das restliche Geld abbuchen, haben sie dann gesagt, das geht irgendwie nicht, weil ich das Konto schon gelöscht habe. Wo ich mir denke, ich setze die Transaktion an, lösche danach mein Konto raus und sie sagen, sie wissen nicht, ob ich das Konto. Wo ich mir denke, was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt habe ich mir ein neues Konto erstellt komplett, das Dokument neu verifizieren müssen, also mit dieser 1-Cent-Überweisung und dem Angeben von dem Beweisungscode und so. Also ein riesiges Schiss dafür eigentlich, dass ich halt irgendwann mal das falsche Datum angegeben hatte, weil ich halt noch offiziell nicht 18 war. Also man kann es dem User auch extra kompliziert machen. Ja gut, da werden wahrscheinlich viele Leute mitfühlen. Also falls ihr versehentlich auch bei der Jahresauswahl irgendwie auf die Maus gekommen seid bei Paypal, dann könnte euch das auch irgendwann blühen, spätestens wenn ihr halt dieses Transfervolumen habt. Das ist ja bei unserem Paypal-Geschäftskonto auch interessant gewesen. Da ist auch irgendwann mal dieses Limit von, da ist es glaube ich ein bisschen höher, irgendwie so 5000 Euro oder irgendwas ist da dann passiert. Und wir hatten da halt eine Zahlung von einem Kunden drauf, Geschäftskunde war auch nicht wenig. Und das Geld musste wegen Wareneinkauf, also da ging es wirklich um richtige Wareneinkauf, musste das vom Konto runter, weil ich natürlich die Ware einkaufen wollte. Und dann habe ich das Geld gebraucht. So, da war aber dann das Problem, dass dann auch irgendwann hieß, ja jetzt hier Paypal, wir machen jetzt eine Sicherheitsüberprüfung. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, kein Problem, schickt mir Video-Ident-Link, ich mache da eine Verifizierung, alles gut. Was braucht ihr denn, Handelsregisterauszug, was sie halt zu Firmen so brauchen, wenn es um eine Verifizierung geht. Nee, und das ist ja der absolute Witz gewesen, dann kommt Paypal an und sagt, yo, lieber Mitarbeiter der Firma, also gut, ich bin zwar der Geschäftsführer, aber ist egal. Lieber Mitarbeiter, lass mal von deinem Chef eine Vollmacht ausstellen, dass du das Paypal-Konto bedienen darfst und dass du da Geld transferieren darfst. Und dann habe ich den Support geschrieben, ihr wisst aber schon, da steht hier Geschäftsführer und da steht auch im Konto, dass ich der Geschäftsführer bin und auch der, der das Konto angelegt hat. Ja, das ist egal. Wie ist egal? Soll ich mir jetzt selbst eine Vollmacht ausstellen? Ja, genau. Und dann habe ich wirklich mir selbst eine Vollmacht ausgestellt, habe diese Vollmacht unterschrieben, einmal als Mitarbeiter von mir selbst und einmal als Geschäftsführer und habe das dann an Paypal geschickt und dann war innerhalb von drei Tagen, was auch halt nervig ist, war dann das Konto frei. Okay, aber da muss man sich schon fragen, ich meine klar, ich weiß, dass Paypal, was jetzt irgendwie Scam angeht und so, ziemlich gerne genutzt wird und auch ziemlich Probleme hat, aber das sind halt so Sachen, die sind nicht gerade nutzerfreundlich, also da ist man als Nutzer dann schon ein bisschen irritiert. Und vor allem, ich kenne halt den Fall jetzt auch Thema Flut und so weiter, das war ja auch noch vor unserer letzten oder zwischen, in unserer Pause war das ja mit dieser Jahrhundertflut und da kenne ich halt zum Beispiel auch Winzer, die dann einen Online-Shop aufgemacht haben, ganz schnell und auch in der Corona-Krise, die dann halt echt Probleme hatten, das Geld wieder vom Konto runter zu kriegen, die auch das Geld absolut zwingend gebraucht haben und Paypal sich da quergestellt hat und unnötig lang das Ganze rausgezögert hat, also das ist schon teilweise ein bisschen nervig, sagen wir es mal so. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn, du bist wieder bei Paypal, funktioniert wieder alles scheinbar? Ja, nicht so ganz. Wollte heute jemand was über Paypal schicken, dann hieß es, der Empfänger kann keinen Geld empfangen, warum auch immer jetzt schon wieder, ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwas vergessen habe. Wir brauchen einfach eine Alternative noch zu Paypal, es muss da noch jemand in den Markt kommen, das wäre echt geil. Ich meine, es gibt ja deutsche Lösungen, aber schwierig. Ich meine jetzt jemanden, der es ernst meint. Ja, genau, das ist halt. Das ist im Moment leider ein bisschen schwierig, aber es wäre echt cool, also wenn da irgendwie ein Anbieter reinkommt, der das nur, sag ich mal, der manche Sachen besser macht, der muss ja nicht alles besser machen als Paypal, aber manche Sachen, wenn sie einfach nur besser machen, dann wäre es schon echt super. Ja, definitiv. Naja, kommen wir mal vom Payment zu unseren oder euren Kommentaren, Anmerkungen, Fragen. Umfrage der Woche haben wir übrigens jetzt zwei Fragen, also wer mitmachen möchte, wo ich euch natürlich das absolut empfehlen würde, daran teilzunehmen, ist umfragederwoche.qso4u.com. Da einfach mal drauf surfen, auch natürlich alles verlinkt in den Shownotes und dann stimmt ihr bitte mal ab, wer denn von euch Zuhörer, Zuschauer, ITler ist. Das hat uns mal interessiert, das hat uns mal so, vor ein paar Monaten hatten wir das mal intern besprochen, haben wir gesagt, Mensch, wir würden gern mal wissen, wie viele Leute denn tatsächlich auch in dem Bereich arbeiten und wie viele Leute das halt so hobbymäßig verfolgen oder vielleicht noch in der Schule sind und vielleicht irgendwann mal vorhaben, da reinzugehen oder auch nicht. Da stimmt mal bitte drüber ab und passend zum späteren Thema der Sendung heute noch die Frage, welche Koalition wäre denn eure Wunschkoalition? So ein Jamaika oder eben die Ampel? Oder hättet ihr doch gerne was ganz anderes? Dann stimmt mal ab, wir freuen uns auf eure Abstimmungsergebnisse und vor allem auch auf eure Kommentare, die ihr da unter anderem auch anonym abgeben könnt. Und der Tobi hat jetzt so ein paar anonyme Fragen und Kommentare und da ziehen wir uns jetzt mal so ein paar rein, würde ich sagen. Genau, von der letzten Umfrage gibt es so ein paar Antworten, alle von Anonymous, also uns nicht bekannt, wer die eng sendet. Einmal die Frage... Das ist ja der Thrill daran, dass die Leute uns beleidigen können und alles. Die Frage ist ungenau, Superfoods, zum Beispiel bevor sie in jedem Supermarkt hatte, gab es leichter online, also ist klar, wenn man da irgendwelche Saatzeuge oder so kam, Öko-Kisten-Abo, auch online bestellt, okay, hatten meine Eltern, glaube ich mal, es ging, aber bei uns auch, glaube ich, über Telefon, also da hast du bei so einem Bio-Bauernhof gesagt, ey, Leute, da gibt es so ein Angebot, liefert ihr einmal die Woche aus und da kam dann halt so ein Typ mit so einem VW-Bus und hat dann da eine Kiste abgestellt, für die du bezahlt hast. Ach, okay, jetzt kann ich sagen, es kann aber per Lastschrift bezahlt werden. Ja, Lastschrift ist ja kein modernes Bezahlungsmittel, deswegen, wir haben ja nur moderne Bezahlungsmittel reingenommen, aber stimmt, Lastschrift, Lastschrift, Lieferwagen, Lastschrift gibt es auch nach wie vor noch, klar, funktioniert ja auch noch gut. So, dann die nächste Frage, bei der wir uns nicht sicher sind, ob wir die nicht schon mal hatten, ja, wer hat denn euer Video-Bild hingeschissen, geht da noch was? Ja, die Frage habe ich jetzt nicht ganz einordnen können, ich habe es vorhin in der Pre-Pre-Show schon mit Tobi besprochen, vielleicht beruht diese Frage auf einen Running Gag oder irgendwas, was wir da schon mal mit reingebracht haben. Ich fand das letzte Mal, ich habe extra nochmal reingeguckt, das Bild eigentlich ganz gut, heute ist es schwierig, deswegen sage ich heute, ja, ich nehme die Kritik an, heute ist wirklich das Bild bei uns allen nicht so toll, aber letztendlich, jo. Ja, und falls es bei mir übrigens im Hintergrund geht, das geht halt nicht besser, das ist eine Einzimmerwohnung und ich kann mir da kein Greenscreen reinstellen, weil, das ist, also, das ist gerade mal ein Meter Platz da hinten noch, deswegen. Ja, also einmal umgefallen und dann ist man schon mit dem Kopf an der Wand. Beziehungsweise, wenn ich, ja, einmal umgefallen, den Kopf an die Wand und wenn ich jetzt da noch was anstellen würde, wenn ich da mal beherzt gegen die Wand trete, um mit meinem Bürostuhl nach hinten zu rollen, hänge ich da in der Garderobe. Also von daher, ähm, gerne bessere Studio, wenn ihr mir eine Wohnung bezahlt, bin ich sofort dabei. Machen hier Donations auf, dann kriegst du irgendwann mal eine richtig schöne Villa. Oder Onlyfans. Doch. Die Frage ist, wer will es sehen? Also das ist das andere. Ach, es gibt für alles Perverse. Ich weiß. 34, the Internet. Okay, dann, ne, wobei, Onlyfans hat ja angeblich bannen wollen. Stimmt, die wollten ja hier, das war auch noch in der Sommer. In der Sommerpause irgendwie, dass sie, ja, gut. Anzüglichen, anzüglichen Content. Angezüglichen Content. Da frage ich mich ganz ehrlich, was, was wird dann aus Onlyfans? Aber anyway, ähm, weiter im Text. Okay, weiter in den Fragen. Ähm, ja, der Tux im Hintergrund schaut sehr bedrohlich aus. Man könnte fast meinen, er fällt irgendwann über Steffen her. Ähm, der Meinung bin ich auch und ich unterstütze es auch vollkommen. Falls der Steffen jemals von WPAs angegriffen wird, also Weaponized Assault Penguins, werde ich ihm auch nicht helfen. Das hat er ganz einfach, sich zuzuschreiben. Ja, ich reize diese Pinguine auch immer so sehr. Das ist ganz schlimm. Das ist, äh, aber wir verstehen uns im Moment ganz gut. Äh, er steht auch im Moment nicht hinter mir. Also von daher alles gut. Steffen, das denkst du, dass er nicht hinter dir steht. Wahrscheinlich. Der hat schon in seinen zwei Flügel so ein Patchkabel gespannt und war nicht nur drauf. Ja, schön. Dann, ähm, hab zweimal per Lieferando bestellt, aber ein bisschen Trinkl auf die Hand gegeben und aufgerundet, äh, zum Thema Mozilla. Die haben DNS over HTTPS gemacht, äh, voll FLTD, keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht, genau so. Abkürzungen und ich, äh, könnt ihr das auch mal, äh, aufgreifen. PS, ihr seid eine gute Truppe. Weiter so. Hören wir immer gerne. Ja, also das motiviert für eine Woche. Das ist immer ganz gut. So ein, so ein Kommentar. Balsam auf unsere Seele. Ähm, ja. Einmal zum Trinkgeld. Ich glaub, das war darauf bezogen, weil ich ja mal da gesagt hab, naja, ich weiß jetzt nicht so ganz, wenn ich über Lieferando, vielleicht hab ich's auch zu euch mal gesagt, ich, keine Ahnung, aber ich hab immer so den Struggle, äh, ich weiß nicht, wenn ich jetzt bei Lieferando Trinkgeld gebe, kommt das überhaupt beim Fahrer an oder, äh, macht sich da einfach der, äh, Betreiber entweder Lieferando oder halt eben, ähm, die Imbissbude um die Ecke da, äh, der Besitzer da eine lange Hose und steckt sich da alles ein. Äh, das ist halt echt schwierig. Deswegen halte ich das für eine, äh, für ein gutes Mittel halt eben Trinkgeld zu geben direkt an den Fahrer und der kann das dann, äh, direkt abführen. Ähm, ja, weiß nicht. Also, ist, ist schwieriges Thema. Wie macht's ihr mit Trinkgeld und Fahrer und überhaupt? Wenn, wenn ich mal was bestelle, das ist jetzt bei mir eher selten, da ich dank der Bebauung der Stadt, in der ich wohne, relativ gut Zeug holen kann, äh, wenn jemand was bestellt, gebe ich es eigentlich auch dem, dem Lieferknecht so bar. Ja. Ja, mach ich genauso. Also, der Ring-Ching kriegt das direkt in die Hand. Ja, genau. Ne, ähm, ansonsten, äh, Mozilla DNS over HTTPS. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Grundsätzlich eine gute Geschichte, aber, ähm, ich glaube halt erst mal, dass es sehr lang dauern wird, weil viele Hersteller auch von solchen Security-Lösungen, die, also Firewalls, äh, im Speziellen, ähm, dass die Firewalls halt bisher da noch nicht wirklich, ähm, mitarbeiten. Das kann man ein bisschen vergleichen mit, mit dem WireGuard, äh, VPN-Protokoll. Ähm, das ist zwar im Open-Source-Bereich, ist es relativ krass unterwegs, ähm, und ich verstehe auch die Vorteile und ich finde es auch gut, ähm, aber es ist halt im, sag ich mal, Business-Bereich, gerade auch in der Enterprise-IT ist es halt noch überhaupt nicht angekommen und, ähm, das wird, denke ich mal, bei der Geschichte auch noch dauern und DNS ist sowieso allgemein so eine Geschichte. Ähm, DNS ganz schwierig, wenn es mal langsam ist, wenn es ausfällt, ganz schwierig, wenn Leute da in den Traffic reingucken und irgendwelche wilden Sachen machen. Ähm, DNS-Sec gibt es ja auch noch. DNS-Sec ist ja auch eine, äh, äh, Geschichte, wo man DNS verschlüsselt und, äh, ähm, verifiziert. Hat sich auch leider irgendwie nie wirklich 100% durchgesetzt. Also, wie viele Leute benutzen das? Das ist halt auch so ein, so ein nerdy Thema. Und bei DNS over HTTPS, das ist halt, ja, ich weiß nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, vielleicht bei privaten Nutzern, okay, aber bis es mal in der, in der großen IT-Welt ankommt, im Geschäftsumfeld, vor allem, weil es halt auch ein Security-Thema ist und, ähm, ja, das wird, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht so, so ernst genommen oder so für wichtig befunden. Auch wenn es, versteht mich nicht falsch, keine schlechte Geschichte ist aus meiner Sicht. Weiß nicht, wie seht ihr das? Habt ihr dazu eine Meinung? Natürlich. Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, weiter im Text. Wie gesagt, Lob immer gern gehört. Schöne Grüße. Danke und nächste Frage. Okay, dann, aktuell wird ja debattiert, ob man gegenüber dem Arbeitgeber seinen Impfstatus offenlegen muss. Mich würde mal eure Einschätzung dazu interessieren. Ähm, ja, da fange ich einfach mal an. Genau. Und ich arbeite mal die, die Frage von meiner Seite aus. Ähm, finde ich zumindest bei, ich sage jetzt mal, 99 Prozent aller Berufe falsch. Mensch, ich sehe es vielleicht noch ein, wenn du wirklich irgendwo in kritischen Sachen wie Intensivstationen oder so arbeitest. Aber, ähm, wenn du, keine Ahnung, jetzt auf dem Bau oder wie bei uns jetzt im Büro oder so, dann hat das eigentlich auch niemandem was anzugehen. Ähm, na. Wäre ja noch schöner. Also, das ist ja genauso, ich muss ja meinem Arbeitgeber auch nicht sagen, an was ich eher krank bin. Ich muss ja nur sagen, ich bin krank. Zum Beispiel. Ja, genau. Ähm, ja, finde ich, finde ich auch interessant, dass du, ich hätte jetzt von dir was anderes erwartet, weil du ja eigentlich, äh, ja, sag ich mal, auch zur Risikogruppe gehörst bei Corona und so weiter. Ja, gut, aber, dass du das anders siehst, aber, ich sage es dir, man kann keine Leute auch zu ihrem Glück zwingen und, äh, wir sind ja nach wie vor immer noch in einem freiheitlichen Land. Wir wird, und wenn du mit, wenn du da erstmal anfängst, ich sage jetzt mal, die, die heilige Kuh zu schlachten, dann, äh, schieße ich mich jetzt zumindest, oder würde ich mich wahrscheinlich in meiner Situation eher selbst ins Knie schießen, weil du damit dann irgendwann mal sagst, okay, dann muss ich halt jede Krankheit offenlegen oder was und dann ist halt, äh, bist du einfach ganz schnell in Teufelsgegenheit. Ich bin voll auf deiner Seite, nur, ich habe jetzt eine andere Aussage von dir erwartet, ehrlich gesagt. Ähm, ne, ich sehe das, ich sehe das genauso. Ich meine, ich bin erstaunt, also ich bin, um das gleich mal klarzustellen hier, wahrscheinlich sind wir hier alle geimpft so und, äh, ich sowieso, ich, ich sage das auch öffentlich, dass ich da kein Gegner vom, vom Impfen bin, im Gegenteil, äh, lasst euch gegen den Scheiß impfen. Je schneller, umso besser ist, der ganze Mist auch wieder, sind wir wieder einigermaßen im normalen Zustand. Aber das Thema ist einfach eben dieses Thema, wo fängt es an und wo hört es auf? Und das sehe ich halt echt im Moment als schwierig und da ist auch durch Corona hat man so den Eindruck, dass vieles einfach legitimiert wird, ähm, weil man sagt, naja, das ist ja jetzt wegen Corona. Und da sind viele Sachen dabei, wo ich sage, da habe ich, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen in meiner freiheitlichen, liberalen Weltanschauung, ähm, dass ich da halt oftmals echt so ein bisschen zusammenzucke oder auch das Thema, äh, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, so Impfpflicht, ja, nein, so. Ich meine, ich befürchte, dass, äh, wenn man, äh, oder dass es vielleicht sogar in manchen Bereichen dazu kommen wird, das befürchte ich und ich befürchte auch, dass wir vielleicht anders nicht vorankommen, aber innerlich will ich es eigentlich gar nicht, weil ich sage mal so, das sollte eigentlich trotzdem jeder für sich selbst entscheiden dürfen und können und, ähm, ja, also innerlich habe ich da so ein bisschen Problem mit meiner Weltanschauung, dass, dass jemand so was aufgezwungen wird. Unabhängig davon würde ich natürlich schon sagen, dass sich jeder impfen lassen sollte, gerade mit den jetzigen Erkenntnissen, wo das halt wirklich jetzt mittlerweile, muss man halt sagen, ähm, ja, also ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie durch, morgen vom Bus überfahren wirst, höher, als dass du irgendwie Langzeitfolgen bei so einer Impfung hast und, äh, da, äh, kann ich auch noch mal ein bisschen mit anfangen, äh, ich bin ja auch so ein, äh, medizinisches Versuchskanin, bin die ganze Zeit gewesen und, äh, ähm, bin es teilweise immer noch, ähm, also, für alle Leute, die sich jetzt hier zuhören und fragen, ja, äh, Studien, die, medikamente und A, total böse, also, ein Medikament ist in, zumindest Deutschland, was besser getestet ist, findest du nicht, also, da kannst du noch so viele irgendwelche, auf irgendwelche Siegel oder Zeug vertrauen, was du dir normalerweise irgendwie in den Körper einwirfst, ist, äh, normalerweise so geregelt, dass das alles, ähm, normal in Ordnung ist und mit diesen, mit diesen Langzeitfolgen, wie da so mancher, äh, plötzlich rum, ja, weil es, weil es ja dann DNA und so weiter verändert, das ist absoluter Bullshit, weil entweder hast du Folgen, die gleich auftreten oder dann halt irgendwas, wo dich aber erstmal in ein paar Generationen interessiert, das ist halt einfach das andere, das sind halt dann Leute, die teilweise nicht so wirklich groß Biologie verstehen. Von, von einer Ärztin, äh, wurde mir ja auch so berichtet, naja, das Ding ist, es gibt eigentlich mittlerweile auch kaum, äh, Gründe, sich nicht impfen zu lassen, weil es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du hast ein geschwächtes Immunsystem, dann solltest du dich auf jeden Fall impfen lassen, dann kann es aber sein, dass du halt mehr brauchst, mehr Dosis als andere oder du hast alle Allergie-Reaktionen und dann muss halt, muss halt der Arzt gucken, welcher Impfstoff passt zu dir. Wir haben genügend Auswahl, das gibt sicherlich auch einen, den du vertragen wirst. Aber es gibt eigentlich im Prinzip keinen Grund zu sagen, okay, äh, ich kann nicht oder wie auch immer oder ich bin so schwer krank, äh, da gibt es eigentlich aktuell nichts. Wie gesagt, hat eine Ärztin zu mir gesagt, für mich war es plausibel, ich bin aber selbst kein Arzt. Ich weiß es jetzt, was das angeht, nicht, äh, wie das aussieht, wenn du, ähm, also hier Chemotherapeutikum oder irgendwas bekommst. Dann hast du ja sowieso schon ein geschwächtes Immunsystem. aber da weiß ich nämlich auch nicht, wie dann das mit dem Impfstoff funktioniert, aber da bin ich weder Biologe noch Arzt, deswegen... das ist ja wieder ein absoluter Sonderfall, sag ich mal, das, aber ich meine, man sollte auf jeden Fall, auch wenn man jetzt wirklich in so einer Sondersituation ist, dann sollte man halt mit seinem Arzt mal drüber reden und so und, äh, ja, aber es gibt auf jeden Fall, um das mal zuzumachen, es gibt ganz wenige Gründe, äh, gegen die Impfung, wenn überhaupt. Und was ich auch interessant fand, weil du das mit der Pharma-Geschichte gesagt hast, wir haben ja hier jemanden aus der, aus der Crew, äh, den kennt er nicht, weil er hier nicht im Podcast mit dabei ist, der arbeitet aber IT-mäßig sehr viel mit der Pharma-Industrie zusammen und so weiter und was ich halt interessant fand, er hat sich von uns, würde ich mal sagen, als Erster mit impfen lassen, ähm, und auch noch mit AstraZeneca, ähm, und hat gemeint, jo, er hat jetzt schon so viele, so viel mit in diesen Firmen gearbeitet, also er hat auch bei einem, ich darf mir hier natürlich keinen Namen nennen, aber er hat auch bei einem Impfstoffhersteller, ähm, gearbeitet und hat da mal intern mitgekriegt, wie sowas getestet wird und so weiter und er hat gemeint, ich hatte so großes Vertrauen oder hat er jetzt auch immer noch und er hat auch keine Impfschäden oder irgendwas und deswegen hat er gesagt, hey, ich lasse mich natürlich sofort impfen, somit wie da was zur Verfügung steht, äh, hat er sich impfen lassen. Das war mir allerdings schon ein bisschen too much, also ich hätte das nicht gemacht, aber ich hatte natürlich auch nicht die Einblicke in solche Tests und in solche Geschichten und, äh, das fand ich dann trotzdem, äh, sehr interessant. Ja, David, wie siehst du denn das Ganze? Ja, sind wir eigentlich auf einer Wellenlinge, würde ich sagen. Äh, ich sehe das auch ganz schwierig, irgendwie, das dem Arbeitgeber mitteilen zu müssen, also da bin ich gar nicht bei, das passt auch irgendwie nicht so ganz in mein auch liberales Weltbild. Du bist ja auch noch im Betriebsrat, das ist ja auch nochmal eine andere Geschichte, du siehst das Ganze ja auch nochmal aus einer anderen Bubble, sag ich mal. Genau, das ist ja das und ich meine, ähm, es hat ja auch schon seine Gründe, warum ein Arbeitgeber auch nicht, ähm, weiß, warum du jetzt krank bist oder du ihm nicht mitteilen musst, du hast jetzt das und das oder das und das und das hat ja alles seine guten Gründe, die ja auch nicht irgendwie aus der Luft gegriffen sind. Ich meine, das ist ja dann doch eine sehr, sehr, ähm, ja, persönliche Sache, ne, die eigene Gesundheit und ich finde, das hat auch eigentlich nichts beim Arbeitgeber verloren. Ich kann es verstehen, dass man es in gewissen medizinischen Bereichen, wie du schon gesagt hast, sagt, okay, da musst du es halt irgendwie einfach mehr oder weniger machen, weil es ist halt sonst schwierig, sich herzustellen, dass die Leute, die keine Ahnung behandelt werden, nicht dann da auch Probleme bekommen. Aber jetzt sage ich mal, im normalen Job, der jetzt nicht in dem Medizinbereich liegt und damit nichts zu tun hat, sehe ich da ehrlicherweise keinen Grund für. ja, ich meine, in vielen Fällen kriegt man es ja auch mit. Also ich sage mal so, jetzt, im, im, ähm, Kollegenkreis kriegt man ja viel mit und, ähm, ja, ich meine, ich finde es halt auch nicht richtig, wenn man da Leute irgendwie dazu zwingt, dass sie jetzt offenlegen, ob sie geimpft wurden oder so. Und vor allem genau mit sowas tut man ja gerade diese ganze, ich sage mal, diese spezielle Szene nicht gerade, also diese Schwurbler-Szene ja nicht gerade irgendwie, ähm, ja, das ist halt Wasser auf die Mühlen dieser Leute, ne? Auf jeden Fall. damit heizt du es halt nur noch mehr an. Und, ähm, es ist ja eh schon schwierig, wenn man sagt, man hat keine Impfpflicht und man kommt mit so vielen Sachen ums Eck und dann, sowas halt auch noch, das ist halt dann der letzte Tropfen auf ein, aufs Fass, das irgendwie explodiert. Ja, ich finde, ich finde es auch krass, ich habe auch Leute im Bekanntenkreis, die sagen halt, ja, sie würden sich wünschen überall 2G, wo ich mir sage, finde ich, finde ich heftig. Also, finde ich auch schwierig zu verargumentieren, zu sagen, jemand, der jetzt frisch getestet ist, der 100% sicher kein Corona irgendwie gerade ins Direkt. die bringen halt die Argumentation, dass die Tests halt nicht 100% sicher sind. Aber ist die Impfung ja auch nicht so. Das ist halt dann wieder so dieses. Da kannst du ja die Gegenargumente immer noch bringen, dass du getestet, Genesen und Geimpften nicht 100% sicher bist. Ja, und ich meine, also ich glaube, dass da halt auch wieder der gesunde Mittelweg und die Freunde aus Dänemark, die zeigen das ja, dass es bei ihnen funktioniert, aber da haben natürlich auch mehr Bürger sich impfen lassen, hat auch was damit zu tun, dass die Regierung halt, wie soll ich sagen, halt viel mehr Vertrauen geschafft hat bei uns. Die haben ja nach außen hin ein so unsicheres Bild abgegeben und das hat natürlich auf den Bürger abgefärbt und viele haben dann halt gesagt, oh, schwierig und ich habe es ja bei so vielen Leuten mitgekriegt, die da wirklich gestruggelt haben, die eigentlich alles andere sind als Impfgegner oder sonst was oder Schwurbler, aber die haben einfach gesagt, hey, diese Darstellung und, also nicht diese Darstellung, aber wie es halt wirkt auf den Bürger, auch diese eine Werbung, wo sie gemacht haben, auch war doch, glaube ich, eine offizielle Werbung sich sogar von dem, was war denn das, wo sie sich da hingestellt haben von wegen, was war denn das, so eine offizielle Werbung, die war auch total cool, diesen Werbespot, ja, genau, auch das und ich habe auch mitbekommen über einen bekannten, größeren Influencer, der mir erzählt hat, dass die halt auch für die, also für die Impfkampagne haben, die so krasse, ich sage mal, Deals mit den Influencern gemacht, die haben unglaubliche Mengen an Geld dafür gezahlt und die Leute gesagt haben, nee, weiß ich nicht, unsicher haben sie die Summe nochmal verdoppelt oder so Geschichten und wenn man dann sagt, so weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich meine, der Punkt, an dem du als Regierung Influencer verwenden musst, um da nochmal Dampf zu machen, der ist ja dann, da ist ja eigentlich schon das ganze Projekt gescheitert, weil da ist ja dann schon so viel Misstrauen gewesen, also der Punkt, wo dann dieser Werbespot kam, da hatten wir schon so viele Impfgegner-Aufmärsche und wir hatten so viel Diskussion und so viele Politiker, die sich gegenseitig widersprochen haben und das war halt in Dänemark anders und die hatten ja zum Beispiel auch keinen harten Lockdown und alles, weil die einfach das anders verkauft haben und die Leute dann auch, muss man auch dazu sagen, scheinbar auch mehr Vertrauen in ihre Regierung hatten als wir in Deutschland und das ist halt was, wo ich sage, gucke ich schon so ein bisschen mit Wehmut nach Dänemark, auf der anderen Seite ja, muss man halt sagen, wir müssen halt jetzt gucken, dass wir irgendwie den Kahn aus dem Dreck bekommen, wir haben ja dann noch das Thema Bundestagswahl, das ist ja dann nochmal was, wo ich sage, oha, da hat sich ja auch einiges ereignet, aber gut, ich würde sagen, wie fragt, ja, David, was ich halt auch krass finde in dem Zusammenhang, dass ich, ich kenne sehr, sehr, sehr viele Menschen, auch junge Menschen, die tatsächlich haben auch nur impfen lassen, weil sie einfach ihre Freiheiten in dem Sinne, wir zurückhaben wollen und da merkst du halt schon, wenn denen die eigentliche Sache eigentlich eher rillere, wann es dann eher darum geht, dass sie halt nicht mehr so gegängelt werden, dann ist ja das Grundkonzept irgendwie schon nicht schlüssig. Ja gut, dann ist aber die Frage, warum es überhaupt nötig ist, dass du Leute so gängeln musst, dass sie sich impfen lassen. Ja, ja, also, es ist echt ein schwieriges Thema und das Problem ist halt, wenn du dann halt Leute hast, die dann sofort komplett das Ganze, wie soll ich sagen, dann entweder ins Lächerliche ziehen oder du bist halt dann sofort irgendwie ein Radikaler, wenn du nun mal eine Kritik äußerst zu irgendwas, ist halt echt schwierig und das habe ich leider jetzt oft erlebt, wo halt Leute, die sich ein bisschen deutlich gegen irgendwas geäußert haben, dass die halt dann gleich in irgendeine Ecke geschoben wurden, wo sie eigentlich nicht hingehören und also ist schwierig und dann halt immer zu reden von, ja, wir müssen irgendwie die ganzen Generationen, dass die sich verständigen können und so weiter und bla und da irgendwelche Worthülsen von irgendwelchen Parteien, die dann irgendwelche Volksparteien sein wollen und keine Ahnung, das ist echt schwierig. Naja, anyway, wir haben da noch das Thema Politik, deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen die Bremse rein, damit wir da jetzt nicht völlig stocken bei dem ganzen Thema. weil wir haben nämlich noch, glaube ich, zwei Kommentare, nee, einen noch. Einen Kommentar und das ist wesentlich wichtiger als jede Politik, muss man hier dazu sagen. Steffen, was hältst du eigentlich zum neuen Xbox-Sneaker als Alters-Sneaker-Experte? Snickers oder Sneakers? Ja, Snickers. Snickers-Experte. Das ist Xbox-Sneakers. Genau. Ja, habe ich, also ich, ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht. Also da wird meine Kompetenz in dem Bereich scheinbar etwas überschätzt. Aber scheinbar hat wirklich jetzt Xbox, also Microsoft, mit Adidas zusammen einen Sneaker rausgebracht und ich habe den angeklickt und habe mir gedacht, Alter, das würde ich mir nie so was kaufen. Also ich bin sowieso jemand, äh, jo, ich, bisschen kenne ich mich aus, ja, aber ich bin sowieso kein großer Adidas-Fan, was Sneaker angeht, weil ich finde die Designs von denen schwierig, aber Geschmackssache, no front an Leute, die sowas tragen, ich finde es jetzt nicht so toll. Ich bin auch niemand, der bei Sneakern jetzt großartig viel Farbe reinbringt, weil ich finde, das passt halt oftmals nicht wirklich. So, also mich wirst du nie mit einem knallgrünen Sneaker irgendwo rumlaufen sehen oder neongrünen Sneaker oder neon irgendwas oder bling bling irgendwas. Ich habe immer eigentlich eher dezente Farben, so, dezentes Schwarz oder ein dezentes Grauschwarz. Vielleicht man weiß, aber dann hört es auch schon auf. So, und dieses, was Adidas halt seit Jahren hat, dieses Design von Sneakern, finde ich absolut nicht, also passt einfach nicht zu dem, was ich halt mag. So, Punkt. So, aber jeder, wie er mag, ich weiß nicht, was das Ding kostet, wahrscheinlich absurd überteuert. Microsoft Extra Aufschlag. Kannst du, wahrscheinlich, wenn du irgendwie so ein Ding kaufst, kriegst du dann gleich einen Gutschein für Office 365 oder, wie heißt das, Xbox Game Pass oder wie heißt das? Xbox Gold oder keine Ahnung, was ich da mittlerweile... Ja, ich habe mal geguckt, steht da eigentlich irgendwo ein Preis dort, ist es auf der Seite? Aber interessant finde ich halt, dass unsere Zuschauer und Zuhörer in solchen Bereichen unterwegs sind, finde ich schon geil. Ne, alles gut, also im Gegenteil. Das sind ja so Sachen, sag ich mal, die würde ich persönlich nie rausfinden, weil ich in solchen Sachen, sowas kriege ich nicht mit, anders gesagt. Und da ist es ganz lustig, wenn ihr uns, wenn ihr irgendwas habt und ihr schickt uns das zu, immer gerne rein. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse tegtalk.kursofu.com, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, irgendwas, was wir unbedingt mal bequasseln sollten. Ansonsten natürlich der Weg über die Umfrage der Woche, also umfragederwoche.kursofu.com ist auch noch mal in den Shownotes verlinkt. Ja, Preis habe ich jetzt nicht rausgefunden. Ihr könnt euch die Bilder auch mal angucken, ist jetzt nicht so mein Fall. Aber... Du kannst dir, glaube ich, sogar Bilder extra noch runterladen von der Seite dort. Ja, das ist die Pressemitteilung, die er uns da schon freundlicherweise die richtige für uns geschickt hat. Ja, nee. Es hat auch irgendwie, glaube ich, außer die Pressemitteilung hat niemand drüber berichtet. Also von daher, warum wohl? Oder würdet ihr euch den Sneaker kaufen? Und ich bin jetzt hier total der... Ich bin ja so gar nicht in dem Game. Ich bin tatsächlich eher so jemand, der... Ich oute mich jetzt als Fan von bunten Socken. Ich finde, damit kann man immer ganz geil Akzente setzen, gerade wenn du dann irgendwie doch im Anzug unterwegs bist und dann irgendwie so ein paar cooles Paar bunte Socken. Ja, aber im Anzug würdest du mit sowas natürlich nicht aufschlagen. Nee, genau. Aber tatsächlich... Also ich habe 215 Paar Socken. Mal so by the way. Und die sind alle anders. Also es ist nichts irgendwie... Keines wie die andere. Und ich habe da wirklich alles von mit Donuts drauf, über Möpse, also Hunde. Hunde, Möpse, so. Und Pizzastücke und weiß ich nicht, Fahrräder. So, aber weiß ich nicht, das ist mir dann doch ein bisschen drüber. Ich bin dann eher so mit einem klassischen Sneaker, irgendwie auch grau oder Barz oder so, aber... Das ist halt auch witzig, auch so... Was für Themen haben wir heute? So, das ist nur bei der Umfrage gestoßen. Ja, genau. Ja. Nee, das Thema Socken, das ist ja auch so was Extras. Da kann man, glaube ich, auch zwei Stunden diskutieren, weil da was Gutes zu finden und da hätte ich bei dir schon ein Problem, weil die Qualität ist ja völlig unterschiedlich und ich habe mich da jetzt auf, ich nenne jetzt hier auch keine Marken, auf einen Hersteller eingeschossen, wo ich jetzt zum Beispiel für lang, winter, dick habe ich einen Hersteller, der gut ist und für kurz, Sommer, Sneaker habe ich auch einen Hersteller, wo ich sage, die sind angenehm und gut so und davon kaufe ich, was weiß ich, so viel, dass es reicht. So und deswegen und das würde mich aufregen, wenn ich jetzt verschiedene, wenn ich da sage, okay, das Motiv ist gut, aber dann ist die Qualität vielleicht scheiße. Ja, die sind fast alle vom gleichen Hersteller und der ist eigentlich auch ganz gut, kosten dann auch ganz schön lange Geld, aber ich habe die halt irgendwie Adventskalender oder so Zeugs oder so selbstgebastelte oder selber gekauft. Ja, solche Sachen von der Itza habe ich tatsächlich auch welche mit so Makarons drauf, die sind aber echt nicht gut, also die nerven auch richtig, die ziehe ich nie an, aber ja. So, von wirklich wichtigen Themen, wenn es so noch wichtiger sind, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Von Socken zu Facebook. Ja, gut. Facebook hat ja so ein bisschen Probleme vor ein paar Tagen und das Problem ist ja bei solchen Firmen immer, wenn Facebook Probleme hat, dann zieht es halt auch zum Beispiel Instagram und WhatsApp mit nach unten, gehört ja mittlerweile dazu und bei Facebook hängt ja mittlerweile auch sogar, wie heißt das? Facebook for Work oder irgendwie sowas? Facebook. Also irgendwie so ein Business-Facebook gibt es ja auch noch für Unternehmen. Workplace oder sowas heißt das, glaube ich. Ja, genau. Und das war natürlich auch mit down. Gut, hat in Deutschland keinen gejuckt, weil in Deutschland, glaube ich, gibt es kein Unternehmen, das sich den Daten, das Datenschutzgekacke mit sowas antut. Aber, ja, die hatten ein bisschen Probleme und jetzt sind sie wieder online. Das hat einige Stunden gedauert und zwischendurch, das war ja auch mal recht witzig, David und ich, wir haben das ja verfolgt, mehr oder weniger auf Twitter auch, dass die ja auch Probleme hatten dann irgendwie mit Zutritt zum Gebäude und so. Also da war wirklich ja alles Mögliche futsch. Zwischendrin gab es auch mal bei irgendwelchen Seiten, da ist aber die Vermutung, dass da diese Prüfung nicht so ganz funktioniert, wie sie soll, ob die Domain facebook.com vergeben ist, kam dann die Rückantwort, dass facebook.com zum Kauf online zur Verfügung steht. So, und also ganz wirre Konstellationen und ich glaube, der David bringt uns da jetzt mal ein bisschen auf einen aktuellen Stand, was da jetzt eigentlich genau passiert ist. Genau. Was ist passiert? Pulsworten Stecker gezogen. Nein, natürlich nicht. Sollte nicht funktionieren. Genau, am 4. Oktober 2021 im Jahre des Herrn hat facebook einen, ja man kann schon sagen, Totalausfall gehabt. Damit auch sämtliche Plattformen, Instagram, WhatsApp, wie du schon gesagt hast, dann dieses Workplace von facebook und auch interne Dienste und zwar haben auch erste Fehler dann auf einen fehlerhaften, also fehlerhafte DNS-Einstellungen hingewiesen. Tatsächlich war es so zwischenzeitlich, dass man facebook auch nicht mehr gefunden hat, man konnte noch nicht mal mehr irgendwie eine DNS-Abfrage machen, da kam einfach gar nichts raus, die sind ins Leere gelaufen. Ich fand das sehr lustig, ich habe mir Steffen die ganze Zeit geschrieben, das ist ja schon so eine Sache, die erlebt man vielleicht irgendwie einmal im Leben, dass so ein riesen Dienstleister einfach komplett wie ausradiert aus dem Netz ist und ja, Twitter ist natürlich dann total übergelaufen, die ganze Welt hat irgendwie auf Twitter umgeschwenkt und da war sehr, sehr viel Interessantes auch zu lesen, also 17 Uhr ging das ungefähr los, da kamen die ersten Meldungen in Deutschland, ich hatte mich auch noch gewundert, weil irgendwie Nachrichten nicht durchgingen, wir haben mal besitzen geschaut und da war noch gar nichts groß zu lesen und dachte mir so, huch, okay, du kannst noch nicht mehr DNS-Abfrage machen und dann haben tatsächlich auch, ich glaube, Cloudflare waren mit so die ersten, die das auch mitbekommen haben und hat dann auch gemeint, ja, sie bekommen es halt mit, weil wahnsinnig viele nutzen ja ihre DNS-Resolver, also die 4x1 oder 4x8 und die haben gemeint, dass tatsächlich bei ihnen 4x8 ist Google, ach, Entschuldigung, ja, 4x1, sorry, aber das generell halt momentan extreme, extreme Last auf ihren ganzen Kisten ist, weil wahnsinnig viele Leute versuchen irgendwie, haben dann irgendwie gedacht, naja, vielleicht gibt es DNS-Probleme, dann switche ich auch den Cloudflare DNS oder so, haben extrem hohe Spikes gehabt, was Performance angeht und das Spannende war dann, man hat dann auf Twitter auch mitbekommen, dass es wohl ein Problem gab bei einem Update vom Border Gateway Protocol, da ist irgendwas schiefgelaufen, kann Steffen bestimmt gleich nochmal näher darauf eingehen und das war wohl so weitreichend, dass die unter anderem auch physisch aus ihren eigenen Datacentern quasi ausgeschlossen waren, also die hatten keinen Zutritt mehr, keinen physischen an die Server, weil ich meine, wenn du so eine Änderung einmal abschickst, dann ist da halt einfach no way of return irgendwie. Vor allem gibt es da ja auch noch die Besonderheit, dass Facebook ja alles in-house selbst entwickelt und die verwenden teilweise ja noch nicht mal die Hardware, die, sag ich mal, große Carrier benutzen, sondern die haben wirklich eigene Hardware mit eigener Firmware drauf und es ist zum Beispiel so, es gibt Hersteller zum Beispiel bei einem Juniper oder so, wenn du dann nicht mehr auf das Management drauf kommst, dann setzt der nach einer gewissen Zeit, also wenn du dich dann nicht mehr meldest und sagst, jo, alles gut, jetzt wirklich abspeichern, dann bootet er mit der alten Config wieder hoch, damit du wieder drauf kommst, also so ein Fallback-Mechanismus, den gibt es da allerdings nicht scheinbar und deswegen war das dann alles weg. Ja, interessant ist halt auch, dass dann halt zum Beispiel auch interne Zutrittssysteme nicht mehr funktioniert haben scheinbar und dann hatten sie glaube ich auch noch das Problem, sie hatten zwei Leute, die hatten physischen Zugriff, die haben Sicherheitsprotokolle wohl aktiviert und dann, ich sag mal, Security Overrides und so Zeugs gemacht, dass die wieder reinkommen, aber das Problem ist, die, die physischen Zugriff hatten, hatten halt einfach keine Authorization da irgendwas an der, an den Config zu machen oder kannten sich damit halt nicht aus und dann hast du das Problem, die Datacenter stehen ja auch nicht mal irgendwie ums Eck in der Regel, die haben die ja auch verstreut und ich weiß nicht, da musst du dann auch erst bei, glaube ich, ganz schön investieren und das nächste Problem war, die konnten auch intern nicht mehr kommunizieren, weil sie ja ihre eigenen Dienste intern nutzen mit, ich glaube, was Mail angeht und dieses Workplace, wenn du natürlich dein komplettes Firmennetzwerk komplett zerschießt, dann ist die Kommunikation natürlich ein bisschen schwierig intern und die haben dann sich, glaube ich, irgendwie auch mittels, weiß ich nicht, irgendwie SMS oder Telefon versucht, den ganzen Spaß zusammenzuhören. Ich glaube, da war sogar die Rede auch von Outlook.com oder so, dass die da auch mit Outlook.com arbeiten ja, ist ein spannendes Thema, weil rein zufälligerweise habe ich halt auch gerade so das Thema im Kundenumfeld Disaster Recovery Plan und Disaster Recovery, was machst du halt, ist ja auch ein Thema für IT-Sicherheitsunternehmen, was machst du, also nicht nur für IT-Sicherheitsunternehmen, aber die beraten halt Unternehmen, die, wenn es um das Thema Desaster geht und das nenne ich jetzt auch, oder das ist für mich auch so ein Desaster, weil Desaster ist jetzt nicht immer nur, wenn, nur in Anführungsstrichen, wenn Flugzeug auf dein Rechenzentrum knallt oder dir das Rechenzentrum in Flammen aufgeht, wie bei OVH vor fast einem Jahr, nee, dreiviertel Jahr und da ist halt echt die Frage, was machst du dann und dann brauchst du halt auch einen Weg, wie du kommunizieren kannst, wenn halt dein, dein internes Messaging-System nicht mehr funktioniert oder deine Telefonanlage, um jetzt mal bei einem Amt zu bleiben oder die Faxgeräte halt nicht mehr funktionieren und das ist halt genau jetzt auch bei Facebook passiert und das ist halt schon ein krasser Blackout gewesen. Wir wollten ja nochmal auf das Thema BGP eingehen, was ist eigentlich BGP? Border Gateway Protokoll, also ich versuche das jetzt mal sehr einfach zu erklären. Man kennt ja das Internet, weil BGP ist ja wirklich, BGP muss man dazu sagen, ist vielleicht auch, warum das so komplex ist oder warum das halt vielleicht für den einen oder anderen jetzt nicht so erschließbar ist, weil halt die Mehrheit der Leute einfach damit nichts zu tun haben. BGP ist was, das verwendet man, um zwischen Providern im Internet zu routen und auch nur da. Also es gibt auch kein BGP jetzt im privaten Hausnetzwerk oder im Firmennetzwerk intern, sondern BGP verwendet man halt eben, um im Internet Routen bekannt zu geben oder Routing zu betreiben. Und gewöhnlicherweise ist es ja so, dass man im Internet Adressblöcke sich kaufen kann, anmelden kann und die dann eben published und die werden dann geroutet. So, und BGP ist halt genau das, was dieses Routing da vor sich nimmt oder wie Routing vor sich geht. So, und bei Facebook war es halt so, deswegen dieser historische Tag, wo man gesagt hat, Facebook war im Internet nicht mehr vorhanden, war halt einfach, dass die komplette AS-Nummer, das ist wie so eine, kann man sich vorstellen, wie so eine Postleitzahl, unter der dann alles, was Facebook beinhaltet, erreichbar ist oder alles darunter gefasst wird und diese komplette AS-Nummer war nicht mehr rootbar im Internet. So, und dann hast du halt das Problem, was Facebook halt dann auch hatte, dass zum Beispiel auch DNS nicht mehr funktioniert hat, weil die DNS-Server von Facebook, die stehen halt in der gleichen AS-Nummer wie die Web-Server zum Beispiel. So, und die haben keine DNS-Server, in einer anderen Zone gehabt, sondern die waren alle in der gleichen AS-Nummer und die sind auch alle mit dem Routing-Problem, dadurch, dass weltweit Facebook nicht mehr geroutet wurde, waren die halt nicht mehr erreichbar und deswegen kamen auch manche Seiten zu dem Trugschluss, hey, Facebook.com, die Seite gibt es nicht, die kann jetzt gekauft werden. So, und das ist so der Hintergrund hinter dem Ganzen. Ja, und BGP ist eigentlich eine Sache, die ist schon uralt und BGP wickelt halt so das Thema ab, wohin wird welches Paket im Internet geroutet und jetzt versuche ich da noch mal so ein paar Beispiele zu bringen. Wenn, nehmen wir mal an, wir haben jetzt mit KursO4U hier eine eigene AS-Nummer und wir haben jetzt einen IP-Adress-Blog, der gehört uns, IPv4 von mir aus oder auch IPv6 und jetzt haben wir zum Beispiel das Thema, dass wir auf der einen Seite vielleicht ein direktes Peering, also eine direkte Verbindung zu Facebook haben und wir haben die Möglichkeit über einen Upstream-Carrier, zum Beispiel Telekom oder Vodafone, Telia und wie sie alle heißen, Centuri-Link, haben wir da irgendwie einen Uplink, wo wir auch theoretisch Facebook erreichen würden. Jetzt sagt aber der BGP-Router von Facebook zu unserem BGP-Router, Hallo, ich bin Facebook und ich habe diese Netze. Wenn du irgendein Paket hast, was zu diesem Netz geht, dann erreichst du dieses Netz am besten über mich. Und wenn das natürlich fehlgeleitet wird, weil vielleicht ein anderer Router, weil vielleicht der von, sag ich mal, Carrier XY, der ist ein bisschen dumm und der hat versehentlich konfiguriert, dass er auch Facebook kann, dann kann es auch passieren, dass die Session zu dem rüber wandert, so weil das alles dynamisch ist. Das muss auch dynamisch sein, damit du immer oder fast immer die beste Route bekommst, außer der Carrier, der greift da ein. Es gibt natürlich auch Hoster zum Beispiel, die absichtlich Traffic über andere Carrier routen, weil es günstiger ist. So und das würde jetzt bedeuten, wenn zum Beispiel Facebook über den direkten Weg abbricht, dann geht es über die Telekom raus, weil über die Telekom kann ich auch routen. Und das ist halt dieses große BGP-Thema, dass man dynamisch, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich erklärt, ich muss das auch ganz selten erklären, aber es ist halt ein dynamisches Routing-Protokoll und es ist auch relativ komplex, weil man muss wirklich wissen, was man macht und da darf eigentlich auch nicht jeder Huns und Kunst da drin rumkonfigurieren. und für gewöhnlich, wenn man sich so einen BGP-Uplink bestellt bei irgendeinem Upstream-Carrier, dann ist man auch meistens auf bestimmte Netze festgelegt, weil diese Upstream-Carrier wissen, okay, hier gibt es zwar eine Firma, die im Internet mit einem eigenen Adressblock teilnehmen möchte, aber diese Firma schränken wir so weit ein, dass die nicht jeden Scheiß konfigurieren kann, weil dann kann zum Beispiel sowas passieren, was der Telekom vor ein paar Monaten passiert ist, dass nämlich irgendein Provider versehentlich vom Microsoft IP-Adress-Blöcke bei sich konfiguriert hat und auf einmal der ganze Traffic nicht Richtung Microsoft ist, sondern zu dem anderen Carrier, wo natürlich nichts auf den gewartet hat. Das heißt, Millionen Kunden unter Umständen konnten Office 365 nicht nutzen und Microsoft konnte noch nichts mal dafür und die Telekom auch nicht, weil einfach durch dieses Routing-Protokoll dem Router gesagt wurde, hey, Microsoft erreichst du über uns, obwohl es gar nicht gestimmt hat und das ist ein Riesenproblem bei BGP und ja, allgemein dieses Thema Internet-Routing und so, viele Sachen sind ziemlich alt wie das Internet selbst. Ich meine, wie alt ist das Internet? Das ist jetzt auch schon, glaube ich, fast 30 Jahre alt oder so und das merkt man halt auch an manchen Ecken und Enden so und ja, die Problematik bei Facebook, ich meine, wir kennen jetzt nicht die absoluten Details, was da jetzt konfiguriert wurde, aber wahrscheinlich, also es ist die Rede davon, dass ein Update falsch gelaufen ist und so weiter und scheinbar gab es halt keinen Fallback-Mechanismus und ja, und wenn du dich dann selbst auch noch aussperrst, dann zieht sich das halt alles wie ein Kaugummi, die Zeit verrinnt die ganze Zeit und die User drehen durch und ganz ehrlich, als Admin möchtest du in solche Situationen definitiv nicht geraten. Ich habe es ja zu Steffen noch gesagt, als es war, habe ich mir noch geschrieben, so, das ist halt das Problem, wenn du halt entweder alles auf einen Dienst setzt oder halt alles komplett selber machst und dir halt dann irgendwie irgendwas zerschießt, du bist halt handlungsunfähig und genau das ist ja passiert bei denen. Ja, also das ist auch so ein Thema, was wir bei Kurs of You auch immer wieder haben, dass wir versuchen, möglichst uns auf mehrere Dienste zu verteilen oder auch unsere Dienste in mehreren Rechenzentren zu betreiben und solche Geschichten, um einfach, ich meine, der Teufel steckt natürlich immer im Detail. Also ich glaube auch, dass Facebook das nicht fahrlässig gemacht hat und dass die wahrscheinlich auch ein Notfallkonzept haben und alles, aber irgendwo hat es dann halt dann doch gehakt. Also tatsächlich habe ich sogar noch dazu einen Teil gefunden, auch in einem offiziellen Statement von Facebook, die auch gemeint haben, tatsächlich hat sogar, ich sage mal, im Teil 2 von diesem Ausfall ihr Security-Konzept gegriffen und zwar war das Problem, sie haben natürlich die Backbone-Network-Connectivity war wieder hergestellt, aber du kannst ja nicht einfach einen Schalter umlegen und sämtliche Systeme im gleichen Moment wieder ins Netz schicken, weil ich meine, du didost dich ja quasi selber wieder raus, so ungefähr und die haben auch gemeint, hätten sie das gemacht, wären halt etliche Tausende Megawatt an Extra-Leistung abgerufen worden, was halt einfach nicht geklappt hätte und dafür haben die ihre, ich sage mal, Vollback-Konzept halt genutzt und gesagt, okay, das haben wir stückchen in Weise wieder hochgefahren, wieder ins Laufen bekommen, also da war auf jeden Fall was da, ob jetzt natürlich für so einen Ausfall oder eine Fehlkonfiguration von BGP irgendwas da ist, ist es halt, wie du schon gesagt hast, irgendwie so ein altes Konglomerat und wenn du da halt Scheiße baust, dann hast du halt echt ein Problem. Ja, ja und vor allem, du brauchst halt auch Leute, die sich damit auskennen und ich bin auch jemand, der BGP, sage ich mal, nicht täglich konfiguriert, ich würde mir sowas auch, also ich würde wahrscheinlich auch einen Experten dazu mitholen, wenn es um sowas geht und BGP ist halt auch was, das wird halt auch jetzt, wenn man jetzt mal bei unserer Ausbildung bleibt, bei der Fachinformatikerausbildung oder so ist es halt kaum Thema, weil die sagen auch, die Leute in der Berufsschule oder in dem ganzen, ja in dem Bereich sagen halt einfach, wenn jemand damit zu tun hat, dann bekommt er sowieso eine separate, dedizierte Ausbildung dafür, weil das halt eben so speziell ist und eigentlich nur Provider betrifft oder halt Leute, die wirklich eine eigene IP-Adress-Range im Internet haben und mittlerweile ist es ja so, IPv4-Adressen, da kannst du mittlerweile, also ich sage mal so, da musst du schon deine Nieren dafür hergeben, dass du da ein IPv4-Netz noch bekommst, das ist schon echt extrem und ja, irgendwas wollte ich noch sagen, ach ja, das Thema mit dem Starten der Systeme, das ist auch bei unserem Kunden eben so das Thema, wo man sich dann überlegt, welche Systeme möchte ich als erstes im Desasterfall hochfahren beziehungsweise welche Systeme muss ich hochfahren, wenn man jetzt mal in so einer klassischen Windows-Umgebung ist, macht es natürlich Sinn, erstmal mit den Domain-Controllern anzufangen und geht dann halt weiter, was weiß ich, File-Server, Exchange und so weiter und so fort. Für Tobi ist das jetzt alles, alles böhmische Dörfer. Da habe ich überhaupt nichts für das. Exchange, was, Domain-Controller? Redet über eure Schwarzmagie, ich bin ruhig. Genau, nee, aber das ist halt so ein Thema, macht man sich halt Gedanken, was kommt zuerst und vor allem, wie priorisiert man das und vor allem, wie starte ich das, dass ich vielleicht nicht andere Systeme dann wieder mit in den Abgrund reiße. Wenn ich natürlich bei Facebook zuerst die User wieder auf die Load-Balance erlasse und habe dann hinten nur zwei Datenbanksysteme laufen, dann knallt es natürlich auch heftig. Deswegen fahre ich halt erstmal die ganzen Datenbanken wieder hoch, schaue, dass die sich wieder synchronisieren oder was auch immer machen, was so Datenbanken bei Facebook machen und dann lasse ich die Leute wieder drauf und irgendwelchen Unfug machen und ja, aber es ist interessant. Ich glaube, ich habe auch die Gelegenheit, doch, ich habe die Gelegenheit genutzt, auf Twitter auch zu schreiben. Jetzt wäre es auch mal die Gelegenheit, vielleicht noch einen zweiten Messenger zu etablieren neben Facebook, dass man vielleicht nochmal Signal sich runterlädt, aber da hatten wir ja schon eine extra Sondersendung dazu gehabt, dass Signal vielleicht doch nicht so schlecht ist. Falls es jemanden interessiert, einfach mal in die Shownotes gucken, da verlinke ich nochmal die Sonderfolge, da können euch mal anderthalb Stunden von David und mir anhören, wo wir über Messenger und Security philosophiert haben bei Messagern, aber es haben schon viele gesagt, dass es ihnen weitergeholfen hat bei der alternativen Findung, sagen wir es mal so. Sehr gut. Gut, gibt es noch irgendwas zu sagen? Naja, von meiner Seite vielleicht noch ein Schlusswort, dass ich sage, kann jedem passieren, also es passiert auch den ganz Großen, das ist... Ich würde sagen, es ist halt scheiße gelaufen, aber es ist jetzt nicht so ein grober Schnitzer wie das, was OVH gebracht hat. Sagen wir mal so, ich finde das schon, muss man schon nochmal unterscheiden. Ja, genau. Zwischen, ich baue ein Rechenzentrum aus Holz und bei einem echt kritischen Update-Kit war es richtig in die Hose. Genau, also das war ja wirklich, die haben ja da wirklich am Herzstück oder am Herzschrittmacher ihre Rechenzentren operiert und ja, das ist halt, der Patient war halt dann trotzdem mal kurz tot und die haben ihn wieder zurückgeholt, aber es hat dann trotzdem funktioniert. Ich meine, noch schlimmer wäre es gewesen, wenn es halt wirklich noch länger gedauert hätte und ich denke mal, die ziehen da auch einige Lehren aus der ganzen Geschichte, also würde mich wundern, das haben sie auch in ihrem offiziellen Blogpost geschrieben, also es ist scheiße, aber sie lernen draus, es ist halt ziemlich viel Arbeit gewesen, den ganzen Spaß auch wieder zum Laufen zu bekommen und da gab es ja noch, ich sag mal, ziemliche Nachwählen, gab ja nochmal einen kurzen Ausfall jetzt auch vor kurzem deswegen, aber sie haben auch selber gesagt, so das sind Fehler, aus denen muss man lernen und so hart sie sind und die haben ja bestimmt auch sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet. So ist halt so, was jetzt zu machen. Allein der Börsenkurs von Facebook, der hat ja da auch Bände gesprochen, aber gut, ja, ist halt bei so einem Unternehmen ist es so, aber das geht auch wieder hoch und ja, ich meine, ich sag mal so, ich meine, meine Sympathie gegenüber Facebook ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch, aber bei sowas hat man, glaube ich, mit fast jedem Unternehmen Mitleid als Admin, weil man halt weiß, was das für eine Scheißsituation ist. Ich habe jetzt in den letzten, ich mache ja, boah, ich komme ja schon alt vor, ich mache jetzt schon über 10 Jahre IT und ich habe schon einige Scheiße erlebt, was Systeme angeht, die irgendwie ausfallen und Störungen und ich sage mal so, da ist es alles scheiße und man ist als Admin immer froh, wenn das ganze Zeug läuft und das meiste ist halt auch wirklich, wo man sagt, ja, manchmal dumme Fehler, aber das passiert halt einfach. Das ist halt, das kannst du nicht 100% verhindern und ja, umso besser, wenn man dann halt vielleicht Notfallpläne hat und da vielleicht dann damit irgendwas anfangen kann. Gut, würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf, außer der Tobi hat noch was zu sagen, aber du bist ja, glaube ich, bei Facebook Aussteiger, also Facebook habe ich, also den an sich Dienst habe ich überhaupt nicht, halt WhatsApp wegen Gruppenzwang. Ja. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt eigentlich gar nichts bemerkt, also wenn das jetzt nicht so durch die Medien gegangen wäre, hätte ich das wahrscheinlich überhaupt nicht mitgekriegt. Ja. Ja, was ich dazu noch zu sagen habe, das ist so ein bisschen Hype, habe ich bei sowas immer das Gefühl, dass es ist, fuck it, das ist Freitag, lass auf Production pushen, aber das halte ich mal bei solchen Unternehmen wie Facebook eher für unwahrscheinlich. Ja, gut, ich meine, man weiß nicht, was für ein Druck da drin herrscht, auf der anderen Seite muss man auch sagen, bei Facebook habe ich manchmal den Eindruck, ich frage mich sowieso, wofür die so viele Mitarbeiter haben, weil so neue Features oder irgendwas Neues kommt eigentlich selten, keine Ahnung, aber das ist halt von außen und ich bin jetzt auch kein Social Media Experte, der sich jeden Tag mit irgendwelchen Social Media Sachen auseinandersetzt, ich bin Nutzer von dem Netzwerk und ja, von daher, schauen wir mal. Ein was habe ich noch, was mir gerade noch einfällt dazu. Hau raus. Das hatte ich ja auch kurz, nachdem das passiert ist, auch sogar noch euch geschrieben. Ich habe mir nur gedacht, so pass auf, jetzt ist irgendwie Facebook down und WhatsApp und Insta, da wird es doch bestimmt wieder in irgendwelchen Schwurblergruppen oder so, wird irgendwas dazu kommen und es hat echt nicht lang gedauert, von wegen, ja, keine Ahnung, hier der totale Reset kommt jetzt und sie fangen an und schalten Facebook und Insta und was auch immer ab und das mit dem, dass Facebook die Domain zum Verkauf steht, natürlich dann auch gleich groß die Runde gemacht und das war halt einfach wieder so klar, dass das kommt. Das haben sie natürlich ganz viele wieder genutzt für ihr ganzen Blödsinn, den sie da raushauen. aber es hat sich wieder eins zu eins bestätigt, was ich mir gedacht habe. Ja, am geilsten war ja immer noch die Verschwörungstheorie mit John McAfee. Ja. Wie war das, dass der nach seinem Tod einen USB-Stick an Facebook oder vor seinem Tod noch einen USB-Stick an Facebook geschickt hat? Irgendwie sowas. Ja, total absurd. Mit einem Virus drauf, der dann, ja, vor allem John McAfee, gut, ich meine, der Typ ist, der war schon ein bisschen durch, wir hatten ja schon mal drüber geredet, aber, ja, es ist, ja, wie gesagt, ich bin ja immer noch der Meinung, da müsste man sich irgendwie schauen, dass man eine öffentliche IP-Adresse mit der 666 bekommt, und das ist ja mit IPv6 möglich, dass man dann, und dann einfach nur irgendwelchen Scheiß drauf posten. Ja. Irgendwie so ein Quality-Satanismus-Shit-Post, dass irgendwelche, irgendwelche von solchen Totalausfällen da komplett, äh, Ja, so ist ja QAnon entstanden, QAnon ist ja genau aus einem Forum entstanden, ich habe mich da neulich mal, äh, mit auseinandergesetzt, weil da war irgendwie, was war denn da, irgendeine Doku oder irgendwas über QAnon, und diese, das ist ja im Prinzip ein Typ, der in einem Forum immer sagt, hier, äh, da wird jetzt das und das passieren, und, und der ist, Verschwörungsgeschichte mit dem, und der steckt mit dem unter einer Decke, und was weiß ich, und, ähm, das war ja am Anfang einfach nur so ne Forengeschichte, dass jemand gesagt hat, hier, er postet unter diesen, äh, Kürzel-QAnon, äh, irgendwelche Posts, und dann hat sich das verselbstständigt, dass dann irgendwann immer mehr kam, und auf anderen Plattformen noch, und, äh, Leute dann immer mehr da geglaubt haben, und dann Leute gesagt haben, hier, ja, da posten jetzt irgendwelche Insider aus der Regierung in Washington, äh, twittern da, und posten in diesen Foren irgendwelche Sachen, und, ja, und dann gibt's halt solche Schwachköpfe, die dann wie der Hildmann, oder wie der Xevin Naidu, die das halt dann auch glauben, und, dann halt Leute ermutigen dann, und, und Leute gibt's ja auch genug, die dann sagen, yo, wenn das der Atti sagt, dann wird das stimmen, oder der, der Xavier, ähm, von daher, schwierige Sache. Gut, ähm, was nicht so schwierig ist, ähm, ist unsere neue Website. Wir haben nämlich jetzt auch in der Sommerpause die ganze Sache sinnvoll genutzt, ähm, ja, gut, mehr oder weniger Felix, äh, mit sehr viel Prozent, und, äh, ich mit wenig Prozent, aber, ähm, deswegen auch, äh, danke an Felix nochmal hier, ich meine, ich hab's ihm auch so schon gesagt, aber, jetzt nochmal auf offiziellen Weg, ähm, der hat nämlich sehr viel an unserer neuen Website gemacht, und wir haben jetzt die komplette Website überarbeitet, an der einen oder anderen Stelle gibt's noch Geschichten, deswegen guckt mal auf qso4u.com, äh, registriert euch da auch mal, wir haben natürlich da unser Forum noch, und das wollen wir jetzt auch in den nächsten, äh, Monaten ein bisschen wiederbeleben, alles, und, äh, mit Inhalten füllen und so weiter, wir haben jetzt auch, also, um mal so ein paar Key Features zu nennen, wir haben jetzt ein übersichtlicheres Design, wir haben jetzt auch den Dark Mode, äh, also drin für, auch für registrierte Leute, wenn ihr euch registriert, und seid dann immer eingeloggt, dann, äh, wird auch immer der Dark Mode angezeigt von der Seite, wir haben jetzt bei unseren Voice Servern, also Mumble und TeamSpeak, haben wir jetzt einen Echtzeitstatus, äh, auf der Seite, das heißt, man sieht da auch gleich, ob eine Störung ist oder irgendwas, äh, wir haben die Audiothek integriert, wir haben da jetzt einen Audio Player direkt in den Beiträgen von unseren Podcast Folgen drin, das heißt, man kann das da direkt abspielen, downloaden, ähm, wir haben in unserer Galerie, wir haben ja eine Bildergalerie, die pflegen wir über Jahre schon, wenn wir auf Messen sind, auf irgendwelchen Veranstaltungen oder auch so irgendwelche Bilder haben, die wir teilen wollen, dann kommen die da rein, und, äh, die sind seit Jahren schon unter der Creative Commons Lizenz, Lizenz, äh, lizenziert, das heißt, ihr dürft die Bilder verwenden, wenn ihr uns als Urheber einfach nur erwähnt, so, und das wussten halt viele nicht, wahrscheinlich werden jetzt viele auch sagen, what, was, ähm, ja, aber das ist so, und deswegen benutzt zum Beispiel auch Wikipedia sehr viel unsere Bilder, ähm, zum Beispiel bei irgendwelchen, also, Alexi Beksi ist zum Beispiel ein Bild von uns drin, wer den YouTuber kennt, oder, ähm, auch bei, äh, Ben Salomo, Ben Salomo, genau, äh, oder, wer war da noch, der, der Buddi von, äh, Game 2 oder Game 1, oder wie die mittlerweile heißen, whatever, der ist auch von uns, also, das Bild, ähm, und es gibt noch ein paar andere Wikipedia-Seiten, die halt von uns zum Beispiel Bilder verwenden, aber auch Journalisten oder auch Presse-Seiten, und das geht halt, weil wir unter der Creative Commons Lizenz die Bilder veröffentlichen, und das haben wir jetzt für euch vereinfacht, wenn ihr da ein Bild verwenden wollt, dann wird auch unten, ich meine, Felix, unser Jurist, der ist bei sowas natürlich gleich dabei, der hat es euch leicht gemacht, dass ihr wisst, worauf ihr achten müsst, ihr könnt auch einfach den HTML-Code kopieren, und bei euch auf der Seite einbinden, und dann seid ihr auf jeden Fall rechtlich safe, und könnt unsere Bilder einfach verwenden, so, das haben wir eingebaut, das ist in der Galerie jetzt drin, wir haben unseren Event-Kalender gepimpt, der wird auch immer fleißig gefüttert, solltet ihr auch mal IT-Events haben, wo ihr sagt, also IT-Event wäre schon so ein bisschen ein Kriterium, was man erfüllen sollte, also sollte jetzt nicht irgendwie der Gurkenzüchterverein aus irgendwas trifft sich, sondern das ist dann eher wirklich, sollte IT-Bezug haben, oder Gaming, oder YouTube-Bezug, aber wenn ihr da irgendwelche Events habt, oder irgendwelche Termine und so, und sagt, hey, das wäre cool für euren Kalender, könnt ihr uns das gerne per Mail zuschicken, oder irgendwo kommentieren, oder irgendwas, wir veröffentlichen das gern, ob das jetzt eine kleine Veranstaltung ist, zum Thema Digitalisierung, oder ein Gaming-Event, ein großes, oder irgendwas, dann wird das da reingepackt, so die großen Sachen, die wir kennen, die wir verfolgen, die werden da immer eingetragen, und da ist auch schon einiges drin, und das wird auch immer aktuell gepflegt, also könnt ihr auch gucken, und Vorteil ist auch, wenn ihr registriert seid auf der Seite, dann könnt ihr oben sagen, als gelesen markieren, und wenn ihr dann mal wieder draufkommt, und wir haben neue Termine, dann seht ihr auch, was ihr noch nicht angeguckt habt, also auch so ein paar nette Features, die da drin sind, dann haben wir die Darstellung der Autoren, oder der Redakteure, oder der Credits bei Videos verbessert, man sieht jetzt auch besser, wer war an welcher Folge beteiligt, also man sieht nicht nur denjenigen, der den Artikel auf der Website veröffentlicht hat, sondern man sieht auch wirklich, wer war überhaupt bei welcher Folge mit dabei, und so weiter, das haben wir auch optimiert, wir haben eine bessere Performance, wir haben den Quellcode ein bisschen optimiert, und ja, das sind so die Sachen, die ganz oben standen, und die Sachen unter der Haube, die zähle ich jetzt nicht alle auf, weil dann sind wir drei Stunden noch drüber, und kurzum, ich bin froh, dass es vorüber ist, wir haben einiges geschafft, es gibt noch ein paar Sachen, die wir überarbeiten, in der Galerie sind noch nicht alle Bilder drin, das heißt, wenn ihr euch jetzt registriert, dann verpasst ihr auch nichts, weil dann kriegt ihr auch immer mit, wenn neue Bilder kommen, und ja, ansonsten kann ich nur noch mal sagen, vielen Dank an alle Beteiligten, beziehungsweise hauptsächlich an Felix, ein paar Beteiligte, die kommen noch dazu, die noch was machen müssen, für den riesen Einsatz, weil ich weiß, da waren einige, das sieht man natürlich immer nicht, aber da sind einige hundert Stunden an Arbeit reingeflossen, allein in die Geschichte, mit hier, zeig mal den Status an, oder auch dieses Autoren-System, wir nutzen ja ein Content-Management-System, aber das bietet diese Funktion nicht, das heißt, es wurde alles selbst neu programmiert, und damit wir eben das so darstellen können, wie wir das brauchen, wie es für unsere Zwecke am besten passt, und das Thema haben wir ja auch bei, bei den Playern in den Podcast-Folgen, weil das gibt es auch nicht, einfach mal so klicky-bundi zum Installieren, und dann läuft es, sondern das ist auch alles selbst entwickelt, und selbst zusammengeschraubt. Ein, was habe ich vergessen, sehe ich gerade, wir haben natürlich auch neue Security-Feature, zwei Faktor-Authentifizierung, auf der Seite, entweder über einen Token, oder über ein Tool, oder eben per E-Mail, wenn ihr das wollt, könnt ihr auch euren Account absichern, ja, ist eigentlich, sollte heutzutage eigentlich Standard sein, aber es gibt immer noch genug Seiten, die das eben nicht anbieten, Spotify, so, gut, dann kommen wir von unserer Website, wie gesagt, registriert euch, kommen wir zur IAA Mobility, David haben wir als alten Autofan auf die IAA Mobility geschickt, die war ja dieses Jahr zum ersten Mal, glaube ich, in München, und wir hatten uns eigentlich schon ein bisschen was erhofft davon, muss ich ganz ehrlich sagen, David auch, aber es kam alles anders, es war nicht so toll, wie man es denn erwartet hat. Ja, das stimmt tatsächlich, wo soll ich anfangen? Also prinzipiell, IAA in München, das erste Mal, das Messegelände in München wurde dafür genutzt, und es war dieses Mal so, dass man auch einen Teil der IAA quasi in die Stadt München reingelegt hat, diesen Open Summit Bereich, in München verteilt, am Königsplatz und wo auch immer, hat man Teile der Ausstellung gehabt, und eben draußen auf dem Messegelände. Das Messegelände in München ist jetzt auch nicht gerade klein, und ja, prinzipiell erstmal eine gute Aufteilung gewesen. Jetzt ist es so, dass man natürlich auch irgendwie den, ich sag mal, den Verkehr, man kann ja die ganzen Leute nicht alle nur mit der U-Bahn rüberstecken, das ist ein bisschen schwierig, also hat man sich gedacht, okay, man macht einmal Transportmöglichkeiten mit Probefahrten, die man machen kann, man kann Probefahrten von der Messe zum Open Summit machen, und andersrum, man kann mit, ich glaube, E-Bikes konnte man fahren, oder eben öffentlich, oder man hat auf der Autobahn den Standstreifen zu einer Blue Lane erklärt, und man konnte dann da reinfahren. Also prinzipiell erstmal gar nicht so schlecht die Idee. Es war ganz lustig, es fing immer an, ich bin morgens also schon früher da gewesen, weil mit einem Presseticket kannst du halt dann schon vor den meisten Besuchern rein, was sehr angenehm war, weil ich da schon ein bisschen Material sammeln konnte, und nicht von den Massen totgerannt wurde, also von den erwarteten Massen, sagen wir es mal so. Ja, wie es halt so ist, mit großem Rucksack und so reinmarschiert, erst mal keinen Stress gehabt, durch die Hallen durchgeschaut. Zweite Hallen waren komplett eigentlich nur mit Fahrrädern voll, und ich sag mal Mobility in dem Bereich, also auch so, also E-Scooter, aber auch so Alternativen, auch solche Dinge, wo du sitzen kannst, nicht nur stehen, da gab es viele Konzepte, war nicht ganz cool, auch bei den Bikes, ja, waren natürlich auch die gängigen Hersteller, die großen da, war auch so der ein oder andere Startup, und viele Stände mit halt so Zulieferern und so Zeugs, wo ich mir jetzt ehrlicherweise nicht im Detail alles angeschaut habe, weil das hätte mich dann echt erschlagen, aber war auf jeden Fall sehr, sehr cool zu sehen. Du bist ja als Anwalt unseres Zuschauers da, und ich sag mal so, wir haben ja keine Zuschauer, die alle in der Automobilindustrie arbeiten, die sagen, oh, der Zulieferer XY, der hat da wieder geiles Zeug raus, sondern bei uns geht es ja eher um die Konzepte oder Produkte, entweder Konzepte, die zukünftig kommen, oder eben Produkte, die es halt jetzt bald zu kaufen geben wird, dann auch. Genau, richtig. Genau, und auf jeden Fall ist es so, dann gab es eine Halle, da war ein Teil der Ausstellung von der Motorworld, da gibt es ja in München dieses Museum dieses Jahr, da standen tatsächlich auch Verbrenner, und auch, ich sag mal, ziemlich hochpreisige Karossen und Fahrzeuge im High-Performance-Bereich, wo ich natürlich auch schon Fan von bin, ein paar sehr, sehr schicke Fotos gemacht, werden jetzt bestimmt einige mich wieder für tot haten, aber ich finde halt, optisch sind die Teile schon der Kracher, wenn da so Dinger stehen mit übel Carbon, das ist schon schick, und so Teile sieht man halt nicht häufig, da muss man das schon mal nutzen, finde ich. Die Bilder gibt es ja dann auf kurs.ru.com, in unserer Galerie, könnt ihr euch gerne angucken und auch gerne verwenden. Genau. Dann in den weiteren Hallen, es gab noch eine riesengroße Halle mit Bühne, das war sehr lustig, ich bin da dreimal in der ganzen Zeit im Tag da gewesen, und gefühlt war die immer leer. Das hat mich dann doch ein bisschen schockiert, also ich meine, so eine Messerhalle ist ja nicht klein, und da waren dann irgendwie drei Speaker gestanden, und ich weiß nicht, von geschätzt 1000 Sitzplätzen oder mehr waren da 20 besetzt, was mich echt schockiert hat. Genau, und dann gab es noch Hallen, die viel mit E-Mobilität, auch gerade mit Elektro-Kfz-Sets zu tun hatte, auch das eine oder andere, also Wohnmobil oder auch so, habe ich auch in den Insta-Stories, habe ich auch ein paar Sachen gepostet, mit so selbstfahrenden Bussen und so Zeugs. War sehr cool anzuschauen, sehr, sehr viele neue Konzepte, auch verrückte Konzepte, von einer asiatischen Firma auch, das war wirklich crazy, das war so, du hast vorne quasi drei Sitzplätze, und kannst das Lenkrad von links nach rechts durchschieben während der Fahrt, da wechselst du einfach mal Fahrer, und Lenkrad und Pedalerie verschiebt sich, hinten hast du dann übelst Luxus, irgendwie kannst du drin quasi schlafen, so groß ist der Platz gewesen, hinüber natürlich auch, ich sage mal, Fahrzeuge mit mehr Performance, Fahrzeuge dann eher so für die City, für den Alltag, also es war ja nicht bunt gemischt, alles was irgendwie an Mobilitätsthemen so aufgreifbar war, und was sie halt machen konnten. Insofern jetzt erstmal zu dem Teil. Das war ja alles jetzt erstmal recht positiv, also wo man sagt, okay, sowas erwartet man auch bei so einer Messe, und es ist ja auch klar, wir reden jetzt hier von der IAA, wenn ich überlege, wo die noch in Frankfurt war, da war ja wirklich so, das Thema Elektromobilität, war ja wirklich ein absolutes Rand- und Nischenthema vor ein paar Jahren noch, ich meine, jetzt ist es in den Vordergrund gerückt, also sehr, sehr grün alles, ich meine, dass da natürlich trotzdem noch Verbrenner stehen, das ist ja logisch im Prinzip, weil ich meine, aus meiner Sicht gehört bei so einer Messe natürlich auch dazu, dass man so ein bisschen zeigt, was überhaupt möglich ist, auch mit anderen Technologien, also jetzt nicht nur reine E-Mobilität, sondern dass man halt zeigt, okay, was kann man mit Wasserstoff, aber auch mit dem klassischen Otto-Motor noch rausholen, sag ich mal. Genau, genau wie du schon gesagt hast, also ich finde auch, das ist halt so eine Messe, wo ich sage, das ist ja eigentlich, so die Möglichkeiten präsentieren, wo kann es hingehen, was gibt es für Möglichkeiten, Stand jetzt, ja, aber auch, wie gesagt, auch was aktuell so, ich sage mal, präsent ist und Zukunftsausblick, es gehört ja irgendwie so ein bisschen zusammen, du kannst ja nicht. Genau, das wäre ja auch so, überleg mal, wenn du auf der Gamescom nur noch Konsolenspiele ausstellen würdest, würden die Leute auch sagen, warum, genau, ja. Genau, ja, soviel zum positiven Teil, man hätte immer so gelernt, man soll ein Shit-Sandwich machen, das wird ein bisschen schwierig, ehrlicherweise, weil die Punkte, die negativ waren, dann doch ein bisschen überwiegen. Ich fange mal an mit dem Thema, ähm, komplettes, äh, Konzept der IAA, beziehungsweise auch, ähm, ja, Security und so Zeug. Also, wie schon gesagt, ich bin am Anfang mit einem großen Rucksack rein, das war gar kein Stress, ne, Kamera in der Hand und irgendwie Ding um den Hals und, äh, war das kein Thema. Da bin ich zwischendrin, äh, hab ich, ich hatte drei Probefahrten gebucht, einmal für einen Mercedes EQV, glaube ich, also quasi der, der Vito oder der Bus als Elektrofahrzeug. Ja. einmal ein Dacia und, äh, VW ID.3. Und ich dachte mir so, ja, weiß jetzt nicht genau, wo das ist, also gehst du mal rechtzeitig los, um nicht zu spät zum Probefahrttermin zu kommen, du musst dann eine Viertelstunde vorher da sein. Also, ich weiß ja nicht, wer sich die, die App, für die ja ausgedacht hat, wer die programmiert hat, ja, aber, die war absolut unbrauchbar. Das Teil war echt ein Ausgeburt, eine Ausgeburt aus der Hölle. Äh, da gibt's, ich denk mir so, cool, gehst du da rein, klickst auf Map, dann siehst du, wo du hin musst. Ja, schön, dass da irgendwie steht, das ist da, das ist da, aber du meinst doch wohl nicht, dass du irgendwie mal es einklicken kannst, dass du da gescheit reinzoomen kannst, die Hälfte hat nicht geladen, hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich stand da, ja, cool, ich muss zu P8, die Messehallen heißen A, B, C, D, was auch immer. Wo soll P8 sein? Ich kenn mich auf dem Messegeländer ja eigentlich aus. Ja, keine Ahnung, dann hab ich halt irgendwie rumgesucht, bin durch die Hallen zurückgelaufen, hab erstmal nichts gefunden und hab tatsächlich halt auch den ersten Probefahrttermin verpasst. Ähm, und das Problem war halt auch informationstechnisch, normal hast du ja überall so, immer so Messeinformationen, wo jemand rumsitzt, da war halt einfach keine Sau da. Dachte ich mir so, cool, danke für nichts. Irgendwann später geh ich aus der Messe raus ähm, und wollte mir was zu essen holen, weil auf dem Messegeländer, die Preise, da kannst du ja echt, da musst du ja deine Niere verkaufen für die Currywurst. Ich hatte mich da angestellt, dachte mir so, ja, ziehst du eine Currywurst, Alter, neun Euro irgendwas für eine Currywurst. Ich hab gesagt, ihr könnt mich mal sonst wo, da bleib ich dann lieber echt hungrig. Also, finde ich, ich weiß nicht, also. Wir kennen das ja von anderen Metzen. Es gibt aber auch die positiven Beispiele. Ich sag nur, Itza in Nürnberg, ähm, da wird man verwöhnt als Presse, aber es gibt halt auch eben Messen, wo du halt dann wirklich entweder hungrig vongehst oder eben dann, was bei der Gamescom immer lustig ist, wenn die Redaktionen immer ihre Praktikanten dann zur Currywurst-Bude schicken und dann kommen die da oben im Pressebereich an mit Pizza und Zeugs und dann wird da geschlemmt, weil die Kantine halt auch für 40 Euro das Schnitzel raushaut. Genau, ja. Ja, auf jeden Fall, ich bin dann raus und dann denke ich mir so, ach, guck mal, da links stehen die ganzen Fahrzeuge, da gab's dann quasi am Ausgang raus, links nochmal ein Bereich, wo du raus konntest. Dachte ich mir, dann gehst du da rein. Tatsächlich war das dann auch da und es gab zwei Außenbereiche und jetzt kommt der Witz, der erste Außenbereich. Da musstest du aus der Messe quasi hin rauslaufen und der zweite Außenbereich, da bist du auf der Messe geblieben und ganz unscheinbar irgendwo links abgebogen und bist dann in diesen Innenaußenbereich gekommen, so nenne ich das mal. Dazwischen war ein Zaun, das war aber auch nur irgendwo ausgeschildert. Dann stehst du da und denkst dir so, geil, das sitzt irgendwie hier ein Zaun, ich würde gerne auf die andere Seite. war halt irgendwie, musstest du komplett wieder zurückrennen und da waren tatsächlich die Probefahrten. Ich hatte mir vorher ja auch in der App Probefahrten geklickt. Ich hatte tatsächlich auch gehofft auf andere Fahrzeuge, was aber alles schon ausgebucht war, weil warum auch immer hat sich die AA gedacht, wir machen eine coole App und die schalten wir schon Monate vorher frei und Leute können sich Monate vorher schon die Probefahrten buchen und alles war ausgebucht. Und was halt auch, ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber was auch aus meiner Sicht nicht toll war, dass eben die Presse keinen eigenen Pool an Fahrzeugen hatte. Genau. Außer du hast natürlich mit jedem Hersteller jetzt direkt irgendwie einen Deal ausgehandelt, was natürlich jetzt für einen, sag ich mal, einen Podcast oder für ein journalistisches Magazin, was jetzt nicht komplett nur Autos macht, ich meine, da kommst du jetzt nicht auf die Idee, dass du jetzt sagst, jetzt schreibe ich jetzt mal jeden Hersteller hier an, ob wir da irgendwie, dann brauche ich ja nicht mal auf die IAA zu gehen, weil dann kann ich sagen, ich fahre mal bei euch vorbei Mercedes, wir machen einen Termin und dann machen wir eine Probefahrt in Stuttgart. So, aber das ist ja nicht der Fall. So, dann machst du hier eine Presseakkreditierung und dann heißt es einfach, ja, es gibt keine Fahrzeuge. Also, das fand ich auch schon ein bisschen schwach als jemand, der für ein David sowas organisiert und ist eigentlich davon ausgegangen, mit der Presseabteilung von der Messe München habe ich ja Kontakt gehabt und dann habe ich gesagt, ja, und wie kann ich jetzt hier Probefahrten, ja, das geht über die klassische App und über die, ja, aber für die Presse, nee, nee, das ist egal, ja. Ja, tatsächlich war auch ein großes Problem, ich habe von vielen mitbekommen, die haben sich Probefahrten geklickt, die wurden grundlos einfach gecancelt, standen dann da, so cool, eine Probefahrt gebucht, ja, die ist gecancelt worden, warum auch immer, ohne Grund, was auch immer, sie hatten so Geschichten, dann haben sie manchen Menschen an der Info erzählt, ja, sie können da einfach hingehen und spontan eine Probefahrt buchen, ich stand dann da, während ich meine Führerschein gerade den gegeben habe, kam jemand und meinte, ja, die haben mir gesagt, ich kann das hier spontan machen, nee, nee, das müssen sie schon in der App vorher buchen, das geht nicht, ja, da war nichts mehr verfügbar, ja, dann haben sie Pech gehabt. Ja, cool, danke für nichts und das Beste war auch, die Probefahrtslots war eine Dreiviertelstunde angesetzt und jeder Hersteller hat halt entweder von dem Messegelände die Probefahrt in den Open Summit nach München reingemacht oder sich vorher eine Route abgesteckt quasi und da sind mal Mitarbeiter mitgefahren und die haben dann entweder gesagt, du fährst da und da lang oder fahr frei, aber sie hatten da grob im Kopf, wo es sinnvoll ist, weil ich meine, du kannst ja auch nicht, wenn so eine Riesenmesse ist, einfach mal jeden querbeet fahren lassen, das wird ja ein bisschen schwierig zeittechnisch. Ja, insgesamt war ich bei allen zwei Probefahrten, die ich dann noch hatte, noch nicht mal ansatzweise eine Dreiviertelstunde unterwegs, es waren eher so 20 Minuten und dann war ich zurück und da hieß es so, ja, ist vorbei und ich dachte mir so, okay, warum bucht ihr denn eine Dreiviertelstunde Zeitslot, wenn ich noch nicht mal Zeit habe, es richtig auszuprobieren? Ja. Das war das Nächste. Dann, ein ganz großes Thema, was mich ja echt zu Weißgut gebracht hat. Dann bist du da unterwegs, irgendwie als Pressevertreter, hast da ein Ticket, Presseticket, ne, und dann, ich bin am Anfang auf Parkplatz gemeint, da gibt es irgendwie Presseparkbetze, weil oft hat man es ja, dass für Presse irgendwie extra Parkbetze vorgesehen sind, dass die mit ihrem Equipment nicht ewig weit laufen müssen oder so. Ja, nee, gibt es nicht, wenn du ein Presseschild hast, dann kannst du da kostenlos parken. Da dachte ich mir so, okay, ich habe jetzt irgendwie kein Presseschild oder Pressausweis dabei. Vor allem ist es ja alles über hier die Redaktion gelaufen, der Steffen hat das ja organisiert. Dann bin ich zum nächsten Parkplatz gefahren und habe mich hingestellt, dann kam der gleich und wollte abkassieren, habe ich gemeint, du, ich bin Presse. Ah ja, Presse, okay, kein Problem. Und da kam dann der nächste Spaß. Dann hieß es, bei der ersten Security dann, wo ich dann nochmal raus und wieder rein bin, ja, Rucksack-Taschenkontrolle, weil ich einen großen Rucksack habe und ich so, ja, da ist mein Kamera-Equipment drin. Ja, und ich habe ein Presseticket. Ja, trotzdem durchgucken, durchgucken. Der Herr hat auch nicht so nur wirklich Deutsch verstanden. Da dachte ich mir, gut, dann packst du halt deinen Rucksack aus. Der hat echt jedes kleine Scheißfach reinschauen wollen. Ich musste alles zerlegen, so ungefähr. Und ich dachte mir so, ja, okay, der macht auch noch seinen Job, der kann jetzt, versteht es vielleicht auch nicht so viel. Aber gut. Naja, das wäre ja noch alles hinnehmbar gewesen, wenn ich dann nicht an der nächsten Security fast gescheitert wäre, als es dann in den Fachbesucherbereich ging, wo du als Presse natürlich auch hinkommst. Und dann sage ich zu ihm so, ja, hier, halt ihm das Ticket hin, auf dem Handy, in der App, in der App kann man das Ticket hinterlegen, in der offiziellen App, genau, halt ihm das Handy unter die Nasen, sag, hier, pass auf, Presse-Ticket, lässt du mich bitte durch? Ja, wie, was, Presse? Ich stelle mir so, hä, falscher Film, Presse-Ticket, hier, Zeitung, Medien, Radio, ja, keine Ahnung, ich nix wissen, was Presse, so, also wirklich, nicht böse gemeint, der Herr hat einfach auch nicht gut Deutsch verstanden. Und ich stehe da so, okay, was kann das jetzt nicht sein? Und dann hat er einen Kollegen hergerufen und dann meinte der Kollege so, ja, ja, der darf durch. Und dann so, ja, wieso, was, was, was ist das? Und dann so, ja, Zeitung, Presse halt, der darf durch, der darf überall rein. Ja, aber er braucht das Ticket in Papierform. Da habe ich gemeint, so Leute, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ich habe, ihr habt eine offizielle App, da kann man sein Ticket hinterlegen. Ich halte euch das unter die Nase. Ja, ich, ich habe keinen Scanner dafür da. Ja. Dann holt einen verdammt. Was, was ist denn jetzt das Problem dafür? Ich verstehe es einfach nicht. Und das ist mir dreimal passiert. Und der Hammer kommt, man hat mich nicht in den Pressebereich reingelassen. Mit einem Presseticket, weil ich meinen Presseausweis nicht dabei hatte. Und da muss man vielleicht nochmal für die Leute erklären, ich meine, das ist ja erst mal vorneweg, wir sind natürlich da ein bisschen privilegiert, aber das brauchen wir halt auch bei vielen Sachen, um euch halt einfach da ein Erlebnis zu geben von Messen, die man als normaler Besucher halt nicht hat und so weiter. Das müsste den meisten Leuten klar sein. Und wir reden jetzt hier auch nicht drüber, um irgendwie rumzuflexen. Wir haben ja Presse und so. Aber ihr, das wollte ich nochmal klarstellen, weil das kommt vielleicht bei manchen Leuten in den falschen Hals. Ja, und das Thema ist ja normalerweise, ist es ja so, wir registrieren unsere Redakteure, die auf der Messe sind, über die Pressestelle. Das heißt, wir geben die Information, sagen, hey, wir sind für dieses Medium unterwegs, also eben Kurs O4U. Und manche Messen kennen uns auch schon. Also, ob das jetzt eine Köln-Messe ist oder in Nürnberg die Messe, die kennen uns mittlerweile oder auch die Berliner Messe. und da haben wir direkte Ansprechpartner oder eben über eine Sammelansprechstelle für Medienvertreter. So, und dann schreibe ich praktisch einen Auftrag für David oder für andere Redakteure und sage, hey, diese Leute berichten im Namen von Kurs O4U von dieser Messe und dann bekommen wir so und so viel Presse-Tickets. Meistens als PDF-Form, manchmal über digitale Apps. Das ist aber erst in den letzten Jahren so gekommen. Davor war immer alles, ja, du kriegst einen PDF, musst halt ausdrucken. Und dann muss ich unser Redakteur vor Ort nur noch mit seinem Personalausweis maximal ausweisen, dass er sagt, hey, da steht David Sondermann drauf. Ich bin auch der David Sondermann. Und dann ist es eigentlich okay. So, vielleicht manchmal noch das Redaktionsschreiben, also was wir, die Mail, die wir denen schicken, das gebe ich den Redakteuren immer damit dazu. Einfach aus Sicherheit, und natürlich immer die Option, auch bei mir anzurufen und nochmal nachzuverifizieren. Aber das ist eigentlich noch nie passiert, weil das ist ja vorher alles offiziell abgeklärt. Und ja, also da gibt es eigentlich kaum Klärungsgrundlagen, sagen wir es mal so. Und Presseausweis und solche Geschichten, die sind eigentlich nicht notwendig. Wenn jemand bei einer Redaktion arbeitet, dann braucht er keinen Presseausweis zusätzlich noch. Presseausweis ist eher so das Thema, zusätzlich noch, wenn jetzt jemand so auf eigene Rechnung als freier Journalist irgendwo arbeitet und irgendwas macht. Also völlig, ja, Blödsinn, völlig überzogen. Und das hat auch, war auch noch nie ein Problem. David war ja auch schon bei zig Messen mit dabei, ob das jetzt eine Gamescom war, eine Itza oder so, oder auf anderen Events, wo wir schon waren, war das nie ein Problem. Du hast davor auch Radio gemacht und so. Also ja, von daher, es war nie ein Problem. Aber bei der IAA scheinbar jetzt, weil die Leute nicht richtig unterwiesen wurden, ich meine, ist ja kein Problem, wenn Leute kein gutes Deutsch können. Genau. Aber dann sollte man die vielleicht nicht verwenden, um den Einlass von sowas wie einem Pressebereich zu regeln. Dann nimmt man halt solche Leute für Tätigkeiten, wo sie keinen Kundenkontakt haben. So, wo ist denn das Problem? Also das ist so eine Sache, die kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. und da habe ich dann, da hatten wir uns ja dann auch unterhalten, da war ich auch ein bisschen auf 180. Dann habe ich auch eine Mail an die Pressestelle noch geschrieben, dann kam nur zurück, ja, also eigentlich war das schon so gedacht, wie sie das gemeint, also wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Das habe ich dir auch nochmal geschrieben. Ja, genau. Und so war das eigentlich auch das ursprüngliche Konzept. So, und du hättest eigentlich auch jederzeit da in diesen Pressebereich kommen dürfen. Pressebereich, vielleicht auch noch für die Leute zur Erklärung, die damit noch nichts zu tun hatten, mit Messen und so weiter. Das ist ein Bereich, in dem sich die Presse aufhalten kann, um zum Beispiel mal kurz das Equipment zu überprüfen, was wir immer machen, oder mal einen Akku zu wechseln, objektiv von der Kamera, vielleicht mal einen Text schreiben, oder viele nutzen die Möglichkeit, um dort, weil dort gibt es Internet zum Beispiel, um an ihre Redaktion Material schon zu schicken, was sie schon produziert haben. Also dafür ist dieser Pressebereich gedacht, falls sich Leute schon mal gefragt haben, warum gibt es den auf Messen und so weiter, und was ist da der Hintergrund? Dort gibt es meistens dann halt auch, Gott sei Dank, saubere Toiletten, mal die Möglichkeit, sich hinzusetzen. Man kann sich das kaum vorstellen, wenn man mal eine Woche lang wirklich auf einer Messe war, also Gamescom, Itza, damals noch Cebit in Hannover früher, da bist du wirklich froh, wenn du dich mal irgendwo hinsetzen kannst, und da mal wirklich dich sammeln kannst, und dann wird halt bei der Gelegenheit gleich besprochen, wo es jetzt als nächstes hingeht, welche Interviews vielleicht noch anstehen und welche Termine mit irgendwelchen Firmen, und so funktioniert das. Das ist halt das Business. Aber schade, dass sie es halt nicht verstanden haben. Genau. Dazu auch nochmal ganz kurz, das ist auch, wie du schon gesagt hast, auch nicht komisch rüberkommt, das ist nicht so, dass ich zu den Leuten hingehe und die anschnauze, aber so in einem ganz normalen Ton. Ich bin Presse hier, du. Mach weg, du Opfer. Das kannst du auch gar nicht bringen, so, aber du kommst da halt hin so und willst halt rein, und dann, ich hab halt die Welt nicht mehr verstanden, weil ich mir denke, ich hab noch nie, wie du schon gesagt hast, noch nie Probleme auf irgendeiner Messe, und wie gesagt, ich hab kein Problem damit, dass die Leute es vielleicht nicht so gut verstehen, was auch immer, aber dann sind das halt einfach vielleicht nicht die Leute, die ich da vorne hinstellen sollte, wenn solche, ich sag mal, doch komplexeren Themen zu klären sind. Man tut denen ja auch keinen Gefallen damit. Ich mein, klar, wenn da jemand kommt und der hat da so einen Wimpern und da steht halt drauf, keiner am Fachbesucher, okay, der winkt ihn durch, alles Taco, aber ich versteh halt nicht, warum man eine App anbietet, die Tickets da rein schmeißt und dann sagt, man kann sie irgendwie nicht nutzen, weil man die Leute nicht mit der Technik oder dem Wissen ausstattet, das geht halt einfach gar nicht bei so einer Messe. Genau. Ja, und das hat man jetzt zum Beispiel in Nürnberg ist es ja, sag ich mal, dann zeigst du den Wisch vor, dann lassen sie dich durch. Wir hatten da einmal noch eine Situation, da muss man dann nochmal den Perso vorzeigen, dann war das aber auch okay, was einmal ein bisschen blöd war, da hat man einen Praktikanten dabei und der hatte dann sein Perso im Schließfach im Pressebereich, das war ein bisschen ungünstig, hat dann aber trotzdem funktioniert, aber ansonsten Ausweis vorzeigen oder in Köln bei der Gamescom ist es zum Beispiel so, dass die einfach nur den Barcode einscannen von einem Presseticket und dann, da wird auch registriert, keine Ahnung für was die diese Statistiken brauchen, aber da wird auch registriert, wie oft du den Pressebereich benutzt zum Beispiel, da machen die irgendwelche Statistiken, wie oft du da rein rausgehst und so oder ob du, vielleicht geht es auch da drum, wie groß die den nächstes Jahr ausstatten mit Sitzplätzen oder irgendwas, dass sie sagen, hey, 90% der Pressevertreter nutzen den Pressebereich, 10% aber nicht zum Beispiel, weil sowas wie, was weiß ich, RTL oder so, die nutzen den natürlich nicht, wenn die dort auf der Gamescom sind oder NTV oder irgendwie sowas. Genau. Anyway. Und tatsächlich, was mich halt dann am Ende echt auch zu Weißgut getrieben hat, war dann das Thema, okay, du kommst nicht in den Pressebereich, du hast jetzt schon dreimal probiert, dreimal Probleme gehabt, in den Fachbereich zu kommen und dann war ich nochmal draußen, ein bisschen draußen, Füße vertreten, Sonne gelegt und ein bisschen gelegt, gesetzt, ein bisschen Luft geschnappt und wollte wieder rein und dann kam wieder hier Rucksackkontrolle und dann haben sie gesagt, nö, du darfst nicht rein. Ich meinte so, Leute, ich war gerade schon drin, ich bin jetzt das zweite Mal schon raus, ich habe ein Presseticket, da ist mein Equipment drin, ja, der Rucksack ist zu groß. Ich sage, aber wie soll ich das denn sonst machen? Was macht denn ein Fernsehteam? Packen die dann alles aus und tragen es irgendwie mit 20 Mann rein? Die gehen nur mit der GoPro rein. Ich verstehe es nicht. Sie haben auch gesagt, dann möchte ich bitte irgendwie einen Vorgesetzten sprechen, weil das muss doch zu klären sein, ich war doch schon mal drinnen. Aber das war auch wieder ein riesen Terrar und ich bin dann doch wieder reingekommen und das hat mich halt wahnsinnig genervt und das letzte Thema, was wir dann noch dazu kommen, das hat irgendwie alle so ein bisschen betroffen. Das war ganz lustig, weil ein Bekannter von mir, der arbeitet bei der Polizei in München und die Polizei war ja auch omnipräsent bei dieser Messe, sowohl auf dem Messegelände als auch in München drin. Tatsächlich habe ich mitbekommen, dass auch sehr, sehr, sehr viele, ich sage mal, undercover unterwegs waren, also so irgendwie Hawaii-Hemd und den Crocs so ungefähr und aber auch offiziell. Mit so einem falsch angeklebten Schnurrbart und so einer Brille. Ja, tatsächlich war der Bekannte, den ich kenne, tatsächlich ist so unterwegs in der Art, das war sehr lustig. Auf jeden Fall waren sehr, sehr viele halt so unterwegs, aber auch offen, sehr viel Polizei, ich habe noch nie auf einer Messe so viel Polizei gesehen, auch vor dem Gelände, da standen halt Hundertschaften. Ich glaube 15.000 Polizisten wurden noch zusätzlich irgendwie nach München holen. Die haben so aus der Bundespolizei nach ganz München haben sie reingeschifft, also meinen Eltern ums Eck, wo das ehemalige Agfa-Gebäude stand, ein großes Hotel. Das war komplett für die Polizei wohl gebucht, wie ich das mitbekommen habe. Und auch in München drin waren ja auch Massen an Polizei. Und ich habe mir tatsächlich auch den Innenbereich der Messe in der Stadt nicht gegeben, aus folgendem Grund. Es gab zu dieser IAA ja Massenproteste, Massendemos, die von, ich sage mal, gewissen Organisationen ausgingen, die sich beschwert haben, dass die IAA ja immer noch weiterhin Greenwashing, dass das Greenwashing von den Herstellern betrieben wird und dass da ja gar keine irgendwie wirklichen neuen Konzepte vorgestellt werden, dass da immer noch Verbrenner rumstehen und was auch immer. Und das fing ja an mit diesem Protestcamp, was quasi in der Nähe der Messe war, wo die Leute dann irgendwie mehr oder weniger so einen Sitzstreikbelagerung gemacht haben, ich weiß es nicht genau. Dann hat man sich auch beschwert, dass es irgendwie, was war das, kein veganes Essen auf der Messe gäbe oder so Zeug oder irgendwie, ich weiß es nicht. Und die Spitze des Eisbergs war tatsächlich, dass man dann zum einen in München drin bei einigen großen Ausstellern wie Bosch oder was auch immer hat man die Stände besetzt und Rauchbomben gezündet und da irgendwie, weiß ich nicht, Blockaden gemacht, die Leute kamen nicht mehr zu den Ständen, haben da halt richtig, richtig Terz gemacht, was auch immer, aber wirklich im übertriebenen Sinne, dass die Polizei halt auch einschreiten musste, hat die Leute da runtergeholt und dann... Oder das mit der Autobahnbrücke. und dann haben sie sich halt auch von etlichen Autobahnen, also die 94, die auch direkt an der IA vorbei geht, die 96 auf der 8, hat man sich einfach von Brücken oder diesen Schilder, Schilderbrücken da einfach abgeseilt und so die Autobahn komplett blockiert. Ich glaube Tausende, Zehntausende Leute standen in Massenstaus, ja, und die Polizei musste dann da irgendwie die Hansel da runterholen. Teilweise natürlich auch mit Gewalt, weil die da sich irgendwie abgeseilt haben und die halt irgendwie sich gedacht haben, ja, nö, ich komme da nicht runter, hängen auf der Hälfte der Straße und da hört es für mich halt einfach irgendwo auf. Da sind ja auch Leute dabei gewesen, wo man wirklich sagen muss, da kann man auch schlecht mit denen diskutieren, weil alles, was du zu denen sagst, ist gleich. Da war die Rede von Kapitalismusstürzen Klassenkämpferische irgendwas Aktionen und trägt dann die 600 Euro North Face Jacke irgendwie und du denkst dir so, irgendwie bin ich im falschen Film. Also sie wollen Automobilkonzerne enteignen und was auch immer. Also da waren wirklich Leute, die waren schon wirklich sehr verstrahlt unterwegs. Also das war jetzt nichts, wo ich sage, da kann man wirklich mit den Leuten diskutieren und die wollen irgendwas, sag ich mal, die wollen mit Argumenten irgendwie jemanden da zu bewegen, sondern da geht es wirklich um brachiale Gewalt, um da irgendwie deren Ideologie nach vorne zu treiben und eine Baumbesetzung gab es ja dann da auch noch. Ja, da hat man sich dann beschwert, die Polizei würde das eskalieren, weil sie die Leute von den Bäumen runterholt. Es tut mir leid, was erwartest du denn bitte, wenn du auf den Baum kletterst oder besetzt? Oder auf eine Autobahnbrücke, was willst du denn da erwarten? Ich meine, die Polizei macht da ihren Job und was soll man denn da erwarten? Die gehen da natürlich hin und versuchen den Verkehr wieder herzustellen, dass die Leute wieder fahren können und versuchen natürlich auch alles zu unternehmen, was halt geht, damit eben keine Unfälle passieren und eben niemand zu Schaden kommt und da haben viele von diesen Aktivisten wahrscheinlich noch mal verdammt viel Glück gehabt, dass da auch wirklich nichts passiert ist im größten Rahmen und ich finde es ja auch interessant, dass man gerade zum Beispiel auch bei Bosch sich an den Stand stellt. Bosch ist bekannt für Elektrowerkzeuge und ist auch bekannt dafür, dass die jetzt E-Bikes und so weiter und Elektromobilität unterstützen. Warum gehe ich da zum Bosch-Stand? Ich meine, dann hätte ich doch eher mal sagen müssen, okay, ich gehe jetzt zu den Ständen für Motorsport bekannt sind oder irgendwie sowas. Also völlig planlos, völlig ziellos. Das Einzige, was man so mitnimmt, ich meine, wir verlinken auch mal in den Shownotes ein Video von Daniel Abt, das ist ja ein bekannter DTM, ne, fährt der, oder? Der ist das Formula E gefahren und dem sein Vater gehört ja, oder dem gehört ja die Firma Abt, die machen ja im Tuning für Audi eigentlich exklusiv. Man kennt den vielleicht auch zum Beispiel von Felix Wunderladen, der hat mit dem auch schon öfters was zusammen gemacht und so weiter. Auf jeden Fall, und der hat sich dazu auch mal ganz gut geäußert und was ich von, also ein Argument von ihm fand ich halt auch sehr treffend, das Thema Familienfreundlichkeit. Diese Messe in Frankfurt ist dafür bekannt, dass sich da viele Familien auch hinbegeben haben, wo einfach der Vater gesagt hat, hey, ich gehe mit meinen Kindern dort mal hin, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Motorsport begeistert, vielleicht aber auch einfach nur Autofan oder man möchte sich einfach mal was angucken. So, und wenn du solche, so eine Situation hast, dass du radikale Klimaaktivisten dort hast, teilweise Leute, die eigentlich das Wort Klima gar nicht verdient hätten, weil die wollen eigentlich eher das komplette System stürzen und weniger für den Klimaschutz kämpfen. Und dann hast du auf der anderen Seite Familien, die dort hingehen, die natürlich auch ganz schön verängstigt werden, allein durch das Polizeiaufgebot, allein durch die Leute, die dort eskalieren, rumbrüllen, Rauchbomben zünden und so weiter und so fort. Und das ist halt schon ein Maßstab, wo ich sage, das geht eindeutig zu weit. Und das ist auch aus meiner Sicht sehr weit über den Punkt der normalen Diskussion und Meinungsaustausch und sehr weit davon entfernt. Und da geht es halt wirklich nur um, wir streiken, wir blockieren irgendwas, aber ohne irgendwelche Gegenvorschläge zu bringen oder sich in irgendeiner Form da einzubringen, einfach nur, ja, das wollen wir so nicht. Ja, für mich finde ich, was ich auch so absurd finde, alleine schon, dass dieses, dieses Smash-IA-Abends, die haben ja auch gesagt, sie wollen die IA zu einem absoluten Desaster machen und irgendwie, wo mir denkst du, was ist in eurer Welt denn los, bitte, wie du schon gesagt hast, die ja die Menschen schon Angst haben, auf eine Messe zu gehen und ich meine, 15.000 Polizisten, das muss zudem auf der Zunge zu gehen lassen, für eine Messe. Also dann sind wir irgendwie falsch unterwegs und das mit den Autobahnen bringt mich als jemand, der ja auch bei der freiwilligen Feuerwehr ja wahnsinnig auf die Palme, weil ich mir einfach nur denke, ihr seid einfach ignorante Idioten, die sich von der Autobahn abseilen, tatsächlich ist, durch solche Sachen sind auch schon Leute zu schade gekommen, ich glaube sogar zu Tode, wo es, also jetzt nicht in München, aber bei einer, ich glaube von einem Jahr oder so gab es das irgendwo weiter im Norden von Deutschland, wo das sowas auch war, so eine Aktion, wo es dadurch durch den Stau einen Folgeunfall gab, wo eine Frau, eine Schwangere mit Kind oder so dann auch verunglückt ist, wo ich mir denke so, sowas nehmen die halt in Kauf damit. Und weißt du, was da für eine Reaktion auf Twitter zu lesen war, den Unfall hätte es sowieso gegeben, weil immer so viel Stau ist und so viel Verkehr. Wenn weniger Autos da wären, hätte es den Unfall nicht gegeben. Wo ich mir dann sage, Alter, sag mal, merkt ihr noch was Leute? Also ich habe gar kein Problem damit, wenn die irgendwie sagen, sie machen eine Protestaktion, sie machen da was auch immer, dieses Camp daneben kann. Stände hin. Weißt du, dann sollen sie sich halt in die IA rein und sollen halt da in den Messehallen, weiß ich nicht, nachts Banner aufhängen, illegal auch noch, aber dann hat es dann auch, aber das geht für mich halt einfach nicht mehr, wo ich sage, das ist halt einfach drüber. Dann heißt es, ja, man muss das ja machen, sonst kriegt man ja keine Aufmerksamkeit. Nein, das ist einfach drüber. Das hat für mich, das ist für mich, hat das schon Züge von Terror. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, wie ich es denke, aber das ist halt nicht mehr normal. Ja, es ist wirklich schwierig und man, also ich kann damit auch nicht viel anfangen und diese Leute sind halt leider auch nicht offen für Diskussionen oder dass man, ja, wie soll ich sagen, dass man sich da austauscht, weil ich meine, wenn das jetzt Leute wären, die sich so ein bisschen, sag ich mal, mit der Materie beschäftigen, dann könnte man denen ja auch eine Podiumsdiskussion anbieten oder irgendwas. Aber das Problem ist halt, dass die dann gleich ausfallend und beleidigend werden und was weiß ich, das komplette System stürzen wollen oder irgendwie sowas, das führt halt auch wieder zu nichts. Und vielleicht das noch als Schlusswort, außer der Tobi, der möchte unbedingt noch was loswerden. Die IAA 2021 war die sauberste IAA der ganzen Jahre. Es gab noch nie mehr Elektromobilität und so wenige Verbrenner auf dieser Messe. So, und das muss man sich auch mal überlegen. Und da ist es ja auch aus meiner Sicht ein völlig falsches Bild, was von diesen Aktivisten nach außen getragen wird. Natürlich hast du da Firmen, die, ich sag nur, Diesel-Skandal und so weiter, die keine weißen Westen haben. Natürlich nicht. Aber ich sag mal so, man muss ja trotzdem auch sagen, es geht ja voran. Und das ist ja das Wichtige, dass es eben vorangeht. Ja, also ein kleines Schlusswort sag ich jetzt auch noch dazu. Gerne doch. Das ist doch, will ich doch. Natürlich kann man immer gern Kritik an Dingen auch äußern. Es ist natürlich, Automobilindustrie ist nicht kritiklos hinzunehmen. Aber dazu muss man auch wieder sagen, für Leute, die sagen, okay, ich möchte, dass der Planet noch länger erhält und so weiter. Also ich glaube, jetzt gehe ich mal von allen, bei uns allen drei davon aus, dass wir alle drei der Meinung sind, dass man so nicht weitermachen könnte, wie es teilweise läuft. Ja. Aber solche Aktionen bringen dann ja eher noch gemäßigstere, die sich vielleicht überlegen, mache ich wirklich was oder was soll ich denn machen, bringen die ja eigentlich eher wieder weg und dann eher wieder in die Fänge von anderen Polemikern. Die halt dann eben genau wieder das sagen, so, ja, keine Ahnung, die Grünen oder wollen uns Das war ja klar, genau. unsere Autos verbieten oder schaut euch an, die Ganten-Hiekschlane. Mit denen ist ja kein Diskurs fähig, aber wir sind die Stimme der Vernunft. Wählt uns. Und dann hast du den Salat. Ja, genau. Das ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Das ist auch ein Gedanke, den ich vor Monaten dazu hatte, wo ich gesagt habe, naja, ich meine, wie willst du mit solchen Leuten diskutieren und jemand, der halt dann wirklich auf der Kippe steht und sagt, ja, der sagt, nee, also wenn die Leute so drauf sind, dann brauchen wir mit denen ja, brauchen wir überhaupt nicht mit solchen Parteien auch, weil das ist ja auch ein Problem, was ja dann auch zum Beispiel den Grünen anhaftet, wo dann auch Leute sagen, naja, das sind ja alle solche Leute bei den Grünen, was ja sicherlich, ich bin zwar auch kein Grünwähler, aber da muss ich halt sagen, das ist falsch. Auch wenn ich jetzt kein Grünwähler bin, die sind nicht alle so und das ist ein radikaler Teil dort, der sich da, sag ich mal, hervortut und das auch so darstellt, wie wenn alle genauso denken und auch dieses Thema mit diesem antikapitalistischen Klassenkampf, sag mal, sind wir jetzt in der DDR oder was ist denn jetzt hier los, ne? Also, und die glauben doch nicht, die glauben doch kaum, dass die Autos grüner werden, wenn die Automobilkonzerne verstaatlicht werden. Da kriegen die noch weniger auf die Kette. Die sollen doch nur mal auf unsere Digitalisierung mal in die M da gucken. Die kriegen ja noch weniger auf die Kette. So, jetzt lassen wir solche Unternehmen. Aber Steffen, das wurde einfach noch richtig probiert. Ne, natürlich. Wenn die an der Macht sind, wird das auch alles durch die kommunistische Weltrevolution verbessert. Genau. Ach ja, so Leute, jetzt, wenn wir schon mal bei Kommunismus sind und bei Politik, jetzt setzen wir noch einen drauf, jetzt gehen wir noch mal richtig in die vollen Bundestagswahl. Wollte gerade sagen, Weltrevolution, wann? Genau. Wann? Ich trage es mir schon mal in Outlook ein. Ne, ich wollte nur allgemein noch mal kurz über die Bundestagswahl reden. Ich meine, im Großen und Ganzen, wir haben ja schon viel auch über diese Kernthemen diskutiert oder geredet, auch das Thema Klimaschutz oder auch das Thema Digitalisierung, was ja jetzt auch noch traurigerweise dazugekommen ist, ist das Thema Katastrophenschutz, wo wir ja auch, wie wir feststellen, in Deutschland sehr große Defizite haben, weil wir halt sowas wie Cell Broadcast und sowas nicht hinbekommen und andere Länder haben das schon seit Jahrzehnten im Einsatz und es hilft dort Leute, sich vor Tsunamis und Erdbeben und Hurricanes oder was weiß ich alles in Sicherheit zu bringen und das ist ja auch so ein Ding und dann natürlich so dieses allgemeine Thema, wie gehen wir mit unserer Bildung auch um, also wie wird sich Deutschland bilden in Zukunft, können wir so weiter machen wie bisher, ich sag mal nein, also das Bildungssystem ist ja eine absolute Katastrophe, das hat man ja auch während der Pandemie gesehen und wir sehen es ja auch da dran, auch wie die Leute, sag ich mal, qualifiziert sind in vielen Bereichen, dass es halt echt zu wünschen übrig lässt und ich meine, es spricht ja auch schon Bände, dass Unternehmen halt immer die Anforderungen immer weiter hoch schieben, weil sie halt sagen, naja, ich kann mit einem Hauptschüler nichts mehr anfangen, so, das sind aber, das liegt aber glaube ich nicht da dran, dass die Schüler dumm sind, sondern dass die Schüler einfach sehr schlecht auf ihre berufliche Zukunft, also ich meine manche vielleicht schon, aber die Mehrheit natürlich nicht und ich glaube, das liegt halt auch so ein Stück weit da dran, dass die Leute immer schlechter vorbereitet werden auf ihre berufliche Laufbahn und aufs richtige Leben, dass die Schule halt und das richtige Leben eigentlich immer weiter auseinander driften und in der Schule immer mehr unnötiger Kram gelernt wird und immer ineffizienter gelernt wird und immer belastender auch für die Schüler, ich sag nur G8 und solche Späße, dass da halt am Ende einfach scheiße rauskommt und investiert wird halt auch nichts in die Schulen, jetzt fängt man an mit, ja man könnte ja jetzt hier mal ein paar iPads rausschmeißen und hier mal ein paar Notebooks und da vielleicht mal und da kriegt eine Schule vielleicht mal Glasfaser irgendwie, aber ja so wirkliches Konzept ist nicht erkennbar und man sieht ja jetzt nach diesen, ich glaube 16 Jahren Merkel-Regierung, man muss Frau Merkel ein was zugute halten, wir sind, wir haben alle größeren Krisen irgendwie überwunden, irgendwie ausgesessen, irgendwie, aber es ist nichts vorangegangen, also wir haben jetzt nichts und bei solchen Sachen, Tobi hat es ja vorhin schon richtig und wichtig gesagt, Thema Klimaschutz, da können wir uns halt einfach kein, ja wir gucken mal und wir warten mal ab und es wird sich schon alles fügen, das können wir uns einfach nicht mehr leisten, da sind wir an einem Punkt, wo einfach was passieren muss und ja, long story short, ich wollte jetzt nur mal so die Baustellen in Deutschland aufzeigen, die aus meiner Sicht da sind, geht weiter vielleicht auch mit so Berufe oder Systeme wie Pflegesystemen schwierig oder allgemein unser, unsere, ja, wie sagt man, unser Krankensystem ist schwierig, Gesundheitssystem, Gesundheitssystem, ja ich sage Krankensystem bewusst, weil es ist halt krank, es krankt und das Gesundheitssystem, wie es ja eigentlich heißt, ist krank seit Jahren, hat Probleme, ja und das sind halt alle Sachen, die sind unter der CDU-Regierung, Union, seit Jahren passiert und deswegen meine Meinung zum Ausgang der Wahl ist halt, ich finde es gut, dass jetzt mal da frischer Wind reinkommt, ich bin auch zum Beispiel einer der Befürworter, dass man Amtszeiten von Politikern begrenzen sollte und dass halt sowas wie Frau Merkel jetzt, dass sowas halt nicht mehr passiert, dass die sich da jahrelang da breit macht und ja das Ganze aussitzt über Jahre hinweg, finde ich nicht gut, also ich glaube, dass einem Land das ganz gut tut, wenn öfters mal da ein Wechsel drin ist und man hat dann halt auch nicht so lange Durststrecken, wenn halt mal ein Kandidat dabei ist, sage ich mal, der halt wirklich nichts taugt und vor allem, sie haben halt dann auch einen ganz anderen Druck, da mal was zu bewirken, bewegen und kann natürlich auch nach hinten losgehen, definitiv, aber das ist halt so der Punkt, wo ich sage, ich finde das jetzt in Ordnung, was mich ein bisschen, ja, schockiert, aber auch nicht überrascht hat, ist einfach so die Tendenz zu AfD zum Beispiel, auch bei uns hier in der Region, also in Coburg ist die AfD gleich auf mit der FDP und das ist echt krass, in Thüringen oder war das in Sachsen, gibt es ein Dorf, da hat die AfD über 50 Prozent mit einer absoluten Mehrheit im Dorf, also das sind schon so krasse Tendenzen, die man hat, was ich persönlich, jetzt werden wir vielleicht ein paar D-Abos bekommen oder so, aber wie gesagt, persönliche Meinung, Meinungsfreiheit, finde ich trotzdem noch gut, gut finde, dass halt die Linkspartei so dermaßen in den Keller gerutscht ist, weil ich glaube halt, erstens mal, sie haben keine Konzepte für diese Probleme, die wir haben und sie haben halt viel zu viel große Altlasten auch noch in den Reihen, ich denke da an die Ehrenparteivorsitzenden, die damals in der SED und in der Stasi waren, solche Leute, ich meine, ich wohne hier in einer Region, die in der Nähe des ehemaligen Todesstreifen ist, so, ich meine, ich habe es selbst nicht erlebt, aber man hat eben durch Eltern, Verwandte, Bekannte mitgekriegt, was damals eben abgegangen ist und sowas möchte man nicht wieder haben, sowas kann man nicht wieder haben eigentlich, sowas darf man sich nicht wieder erlauben, so, und deswegen ist so eine Partei für mich einfach unwählbar, wenn solche Leute noch in den Reihen sitzen und es so dargestellt wird, naja, das ist doch in Ordnung, die sind doch in Ordnung, diese Leute, die waren damals in der Stasi, so, die haben Leute bespitzelt, Leute umbringen lassen, die haben mitverantwortet, dass Leute an der Mauer erschossen wurden, so, und solche Leute sind noch in unserer aktuellen Politik mit drin, schwierig, deswegen finde ich gut, dass die, äh, Linkspartei so dermaßen abgekackt ist, äh, ja, wo war ich jetzt, ähm, machen wir erstmal weiter mit dem Tobi, was sagst du denn zu der, zum Ausgang der Wahl? Äh, ja, also, sagen wir es mal so, an sich, äh, hätte es uns definitiv schlimmer treffen können, ähm, ähm, die, die, die ganze, der ganze Rutsch mit AfD und so weiter, äh, sehe ich jetzt auch eher so ein bisschen, mit einem, ja, Angst ist jetzt blöd ausgerückt, aber mit einem, eher etwas, äh, bedenklich, bedenklicher Sache, weil, ich habe es auch letztens mit einem Arbeitskollegen gehabt, äh, da bin ich dann auch mal ein bisschen, äh, aus der Haut gefahren, äh, Parteien, die, äh, offiziell den Holocaust leugnen, äh, bin ich ehrlich gesagt nicht so der Fan von, beziehungsweise, wenn du, äh, dir überlegst, was damals so, äh, NSDAP und so weiter, äh, vor allem, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt groß der Dings, dass ich hier, äh, behindert bin und so weiter, und wenn du dann so, dir die alten Plakate anguckst, mit dieser Behinderter kostet dem Staat so und so viel Reichsmarkt, da kommt mir die Kotze hoch. Ja, das ist eigentlich die gleiche Geschichte halt von der rechten Seite, ne? also, da muss ich sagen, okay, äh, ich verstehe es, warum es die Leute wählen, weil die dann, die sagen, okay, ich bin von der Union enttäuscht, wen hab ich denn noch als, ich sag jetzt mal, konservative Fraktion übrig? Mhm. Freie Wähler oder AfD? Ja gut, dann guck dir mal die freien Wähler auch an, ich meine, den Hubert Aiwanger, dann hat ja auch gesehen, was da ablief bei der Wahl, das war ja auch eine absolute Vollkatastrophe. Dazu muss man auch wieder sagen, also ich bin jetzt nicht unbedingt im konservativen Lacher zu finden, wenn, äh, aber du hast Verständnis auch für solche Randgruppen. Ne, was heißt ich, ich habe Verständnis für solche Randgruppen, ähm, man muss halt sehen, was es, welche Leute es gibt, also ich kann jetzt nicht einfach sagen, mich irgendwie auf die, die, auf den Marktplatz stellen und plötzlich die, äh, kommunistische Republik Deutschland ausrufen, es, äh, geht ja nach wie vor, du musst ja auch mit, mit den Leuten reden, du musst ja schauen, was deine, deine Bevölkerung möchte. Ja. Du, du kannst ja nicht hergehen und sagen, okay, ich weiß genau, was gut für euch ist, ähm, und das machen wir jetzt so, also dann können wir genauso gut wieder eine Diktatur oder ein, äh, also eine Monarchie oder was einführen. Ähm, hätten vielleicht manche Leute auch ganz gern, wenn man sich so manches überlegt, weil, ne, da kannst du wenigstens der Hirn gleich abgeben. Ja, aber, äh, da denken andere Leute für dich. Das ist ja, glaube ich, bei manchen echt gewünscht. Also wenn man so manche Leute anguckt, die glauben halt ernsthaft, dass es besser ist, wenn es da einen, einen, einen starken Mann oder eine starke Frau gibt, die oben steht und dann alle, sag ich mal, wie die Lemminge da hinterher rennen. Und das ist halt, ähm, das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Und, ähm, ich meine, ich bin, ich bin, das ist ja mehrfach schon auch von Zuschauern so angemerkt worden, sehr liberal und freiheitsdenkend. ähm, aber natürlich, äh, bin ich auch Realist genug, dass ich sage, dass halt manche Sachen trotzdem geregelt werden müssen und dass manche Sachen dann doch irgendwo, äh, stehen müssen und alles. Aber, äh, es ist halt, bei sowas kriege ich einfach das Grausen. Und, ähm, wenn ich da halt dann sehe, deswegen glaube ich, um da nochmal anzuknüpfen, ich glaube auch, dass die jetzige Ausgangssituation eigentlich ganz gut ist, weil wir haben Parteien, die sich nicht alle immer überall einig sind und auf die Schultern klopfen die ganze Zeit, wie es halt so jetzt mit der Union jahrelang lief und dann nichts voran ging, sondern wir haben auch Leute, die mal den Diskurs, äh, suchen und unterschiedliche Meinungen vertreten. Und wir haben dann, äh, was ich, äh, oder anders auch noch, was ich auch noch interessant fand, äh, wir haben ja jetzt mit den Erstwählern und Jungenwählern, haben wir zwei Parteien an die Spitze bekommen. Also, äh, auf Platz 1 war ja die FDP, bei den Jungenwählern auf Platz 2, die Grünen, das sind zwei Parteien, die vieles anders machen wollen. Das heißt, es ist aus meiner Sicht ein positives Zeichen, dass, äh, die ganzen jungen Leute sagen, hey, wir brauchen Parteien, die wirklich mal neu denken, die Sachen überarbeiten, die Sachen vielleicht mal, ähm, anders sehen und nicht sagen, das haben wir jetzt die letzten 30 Jahre so gemacht, dann machen wir es weiterhin so, weil, wenn man zum Beispiel mal den Klimaschutz anguckt, wenn wir das... Beziehungsweise sehen, den Kurs, den wir momentan haben, so nicht beibehalten können, dass da halt was gemacht werden muss. Genau. Und das ist, äh, ist genau der Punkt. Und da glaube ich halt, äh, dass wir mit der jetzigen Konstellation, wenn die Ampel kommt, äh, dass wir da wirklich einen, einen, ja, einen Vorteil daraus ziehen. Ich mein, äh, 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 sind wir mal ehrlich, würde Jamaika kommen, das, äh, das wäre wahrscheinlich nix, weil da würde die Union, würde da übertrumpfen und ganz ehrlich, so jemanden wie Laschet, der ja offensichtlich vom Volk nicht gewollt ist als Kanzler, so jemanden möchtest du da nicht noch künstlich irgendwie da in so eine Position heben? Und, äh, ich halte Laschet halt wirklich für inkompetent, in Person, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schwierig, sich so jemanden, so jemanden kannst du dir nicht auf offiziellen Parkett vorstellen? Ich, äh, muss auch ehrlich sagen, ich hätte vielleicht auch Probleme mit einer Frau Baerbock als Kanzlerin, weil ich glaube, sie ist dafür halt auch noch nicht so die gemachte Politikerin. Andere sagen wiederum, das muss ich auch sagen, das verstehe ich irgendwo, es ist vielleicht ganz gut, dass sie das komplett anders macht als die bisherigen, weil Laschet ist ja eher so der klassische, piefige, spießige CDU-Unions-Politiker und, äh, Baerbock ist halt eher die Aufbrausende und, äh, sag ich mal, die äußert ihre Meinung und alles, äh, ja, die Meinung kann man auch vertreten. Aber insgesamt glaube ich, dass halt dieser, dieser Wechsel für Deutschland ganz gut ist. Also, oder die einzige Chance ist, so, wir haben jetzt nicht die Totalkommunisten dabei, wir haben jetzt aber auch keine rechten Spinner mit, äh, voll mit dabei, äh, wir haben, ja, wir haben jetzt nicht den absoluten konservativen, äh, Rechtstrift mit drin, so, und, ähm, wir haben aber trotzdem vielleicht auch bei der FDP den einen oder anderen, der ein bisschen konservativer denkt, aber trotzdem bei der FDP immer noch Leute, die trotzdem für Fortschritt offen sind. Deswegen glaube ich mal, so weit, wie, wie die Parteien vielleicht auseinander scheinen, die Grünen und die FDP, sind sie vielleicht doch nicht. Sie haben viele gemeinsame Ziele, äh, äh, wenn es zum Beispiel um das Thema Klimaschutz geht, ich glaube auch bei dem Thema Digitalisierung werden die Grünen jetzt auch nicht Nein sagen und so weiter und, äh, sind aus meiner Sicht, ist es nachvollziehbar, dass junge Leute gesagt haben, wir wollen Parteien, äh, die nach vorne denken. Weil wir es ja gerade noch hatten mit, äh, äh, also mit, äh, Punkten, bei der sich äh, sag ich schon, äh, FDP und Grüne überschneiden, zum Beispiel auch was so, ähm, Geschlechteridentität und so weiter glaube ich angeht, waren ja beide auch noch relativ weit vorne mit dabei, äh, wo sich relativ gut überschnitten haben. Cannabis. Äh, ja, gut, wobei muss man halt auch wieder sagen, ob inwiefern das jetzt nur eine, eine, eine Mittelfinger an die, noch Unionsregierung auf den Schluss war, äh, wird man mal schauen, aber dazu müssen sich halt die nächsten Jahre zeichnen, wie die Leute dann eben ihre Programme umsetzen, beziehungsweise, oder ob dann wirklich, man sagt, äh, es sind ja eh alles dieselben und, äh, um Gottes Willen, wir werden alle von der Zentralregierung verwaltet. Ja, ist schwierig. Ja, ich, ähm, ich muss sagen, ähm, es gibt viele Überschneidungen und ich, ich sage mal so, ich würde jetzt mal der FDP unterstellen, dass es eben nicht nur ein Fingerzeig gegenüber der Union ist, weil viele halt da doch eher der Meinung sind, naja, ähm, man muss auch, wenn man vielleicht selber nicht überzeugt von irgendwelchen, äh, Sachen ist, man muss die Leute trotzdem akzeptieren und den Menschen vor allem akzeptieren. Das ist so, wie ich halt Leute da aus dieser, äh, aus dieser Bubble oder aus diesem politischen Bereich kennengelernt habe, ist halt immer, dass die halt trotzdem sehr weltoffenes, äh, oder, ja, ein sehr offenes Weltbild haben und das ist ja auch wichtig, dass so solche Parteien, weil wir werden, ob die jetzt wollen oder nicht, wir werden in Zukunft eine Vermischung von so vielen Völkern haben und man muss sich da halt bei vielen Sachen irgendwo auf einen gemeinsamen, äh, wie soll ich sagen, ethischen, äh, Nenner und, äh, humanen Nenner einigen und, äh, da kann man nicht mehr konservativ denken und so, das wird immer schwieriger von Jahr zu Jahr, außer man möchte sich, äh, gesellschaftlich und wirtschaftlich international ins Ausschießen, wenn man so denkt, das kann man machen, das kann man so machen wie die AfD, aber das wird halt ein volles Eigentor werden, weil wir werden dann auch wirtschaftlich Probleme kriegen, wenn man sich gegenüber sowas verwehrt, weil wir sind nun mal globalisiert, die meisten Leute, die wollen das haben, äh, die wollen auch gerne mal in fremde Länder und fremde Kulturen kennenlernen und wir werden Leute haben, die hierher kommen, wir werden Leute haben, die hierher flüchten, für diese Leute braucht man eine gute Lösung für beide Seiten und das sehe ich halt auch bei der CDU nicht kommen, so, das hat man 2015 gesehen, ja, natürlich Leute reinlassen und so weiter, aber wenn ich doch dann auch nicht die Ressourcen den Ämtern gebe und die Werkzeuge, um dann diese Leute, sag ich mal, ähm, den Leuten auch zu helfen, indem man die dann in ein geordnetes Umfeld überführt, so, stattdessen fallen der Union solche Sachen wie Ankerzentren ein, wo Leute reingepfercht werden, wo dann katastrophale Zustände sind, ähm, wo die Leute aber auch nicht integriert werden, man gibt den Leuten nicht mal eine Chance, die Leute zu integrieren und so weiter, und, ähm, stattdessen denkt man über Grenzschließungen nach, was weiß ich, oder auch jetzt wieder mit, äh, wo wir das gesehen haben, mit Afghanistan, man, äh, ja, absolutes Regierungsversagen an der Stelle und, ähm, kein Konzept dahinter, wie man damit umgeht, man versucht es entweder zu verschweigen oder herunterzuspielen oder man nimmt es gar nicht ernst, äh, schwierig, deswegen glaube ich, dass dieser frische Wind jetzt wirklich was bringt, klar, man muss gucken, wo, in welche Richtung geht es hin, aber ich glaube, dass auch in Sachen Digitalisierung diese Parteien, ähm, jetzt Parteien sind, denen man es auch wirklich abnimmt, bei der, ich fand es ja wirklich abstrus, also wer, ähm, werden die wenigsten sein, aber wer meinem privaten Instagram folgt, ähm, der hat es vielleicht auch gesehen, dass ich von der CSU, da einen Werbespot geteilt habe, wo es eben um Digitalisierung ging und, äh, 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 jetzt digitalisieren, wo ich mir denke, Alter, ihr wart 16 Jahre an der Macht und ihr habt nichts digitalisiert, im Gegenteil, irgendwelche Show, Digitalisierung und irgendwelchen Bereichen, was völlig egal ist, aber die Ämter sind immer noch total analog und es funktioniert nix und, äh, Leute, glaubt ihr ernsthaft, aber es gibt leider Leute, die das glauben und die dann trotzdem noch wählen nach der ganzen Zeit und, äh, das ist halt verdammt schwierig und ich hoffe jetzt nur ganz ehrlich, dass auch so jemand, äh, dass das jetzt mit, zum Beispiel auch mit Lindner funktioniert und, äh, er dann nicht diesen Satz raushaut, äh, es ist besser, äh, gar nicht zu regieren als falsch, weil dann, glaub ich, dann muss ich nach Berlin fahren oder nach Düsseldorf, wo der sitzt und muss dann mal ganz kurz, äh, gucken, ne, wo der Frosch die Locken hat, weil das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall was, wo ich, glaub ich, dann ausflippen werde, vor allem jetzt mit der Verantwortung, was für ein fatales Zeichen, wäre das jetzt an die jungen Leute, das wäre der Mittelfinger an die Jugend, an die jungen Leute zu sagen, hey, ihr habt die jetzt gewählt und im Endeffekt ist uns das jetzt trotzdem scheißegal, wir machen jetzt mit der Union weiter, weil das bequem ist und so, keine Frage, es wird definitiv nicht angenehm für die FDP und für die Grünen und für die Roten sowieso nicht, aber man muss dieses Bündnis eingehen, aus meiner Sicht die Ampel, um was voranzubringen und auch unbequeme Gespräche führen und es gibt Schnittmengen, man muss die halt rauskehren, man muss professionell arbeiten, man muss vielleicht von beiden Seiten Kompromisse eingehen und ich hoffe, dass es so kommt. So, und David, jetzt wollen wir mal hören, was du da, oder du noch, Eine kleine Grätsche mache ich noch rein, man muss, das heißt, man muss die Ampel bilden, finde ich insofern auch in der Hinsicht richtig, dass es eben ja auch, man sieht, also ein Wechsel gewünscht ist und das ist ja praktisch auch, wenn man jetzt dann wieder sagen würde, okay, ich mache GroKo oder Jamaika, ist es ja auch wieder so mehr oder weniger dieser Mittelfinger so, ja, wir machen doch, was wir wollen und wir nehmen halt trotzdem wieder die Union. Ihr wolltet es nicht mehr, aber ha! Ja, ja, genau, also man muss halt wirklich sehen und Union, sorry David, aber das muss ich jetzt noch kurz raushauen, was die in den letzten Jahren, ich denke Artikel 13, ich denke an den Bundestrojaner, ich denke an irgendwelche, an die Scheuer, an die Scheuer Aktionen mit Maut oder mit irgendwie, mit der Autobahn App, mit irgendwelchen Steuerverschwendungen, also es, das sind alles so, und das sind Sachen, die jetzt sofort einfallen, da gibt es noch Sachen, die wir wahrscheinlich, dieses Internet-Stopp-Schild und was es da alles gab und da gibt es so viele Sachen, wo man sagen muss, da gibt es einfach Probleme und Baustellen und die sehe ich bei der Union nicht, dass die diese Probleme angeht und Laschet ist halt für mich sowieso sehr unglaubwürdig, weil all das, also so viele Sachen, die er, Aussagen, die er trifft, sind entweder fachlich komplett falsch oder widersprechen sich direkt und er merkt es noch nicht mal und das ist halt echt krass, wenn jemand in der Position, so jemanden möchte, dann möchte ich nicht, dass er mein Land vertritt nach außen, so und ich möchte aber auch keine Leute, die mir verbieten, dass ich sagen kann, ich wohne in Deutschland und ich mag Deutschland, so das ist das Nächste, so weil da gab es jetzt auch von einer grünen Politikerin, die wollte ja auch bei der, die wollte das Wort Nationalmannschaft abschaffen und solche Sachen, wo ich sage, Leute, warum, das ist, da wird auch niemand diskriminiert und wenn man sagt, okay, man muss ja irgendwelche Gruppen bilden, wenn man sagt, okay, hier spielt Deutschland gegen, was weiß ich, die Schweiz, dann ist es halt so, aber sie wollte dieses Wort Nationalmannschaft und sie wollte keine deutsche Mannschaft mehr haben, was auch immer, dann von mir aus, dann macht daraus eine grüne und eine rote Mannschaft und im Wesentlichen ist es trotzdem Deutschland gegen die Schweiz. So David, the stage is yours, was sagst du zur Bundestagswahl, bist du denn zufrieden? Frieden, du vertrittst ja auch, sei mal, eine Klientel, die ja wahrscheinlich, also wir haben es ja schon gesagt, das ist ja kein Geheimnis, du bist Autofan und auch Motorsport begeistert und ich glaube, dass es für dich ja auch schwierig war, jetzt mit den Grünen und so weiter und mit der Tendenz, man hat ja auch gedacht, Alter, die Grünen, die kriegen jetzt hier eine absolute Mehrheit, also so wurde es in den Medien teilweise dargestellt und das wird richtig krass, aber es ist ja so verstreut gewesen. Ja, also es ist, wie du schon gesagt hast, es ist ein bisschen schwierig, so dieser Zwiespalt. Ich finde, es ist bei der Wahl, also es hätte tatsächlich noch ein bisschen anders ausgehen können, ich hätte mir tatsächlich für die eine oder andere Partei doch mehr gewünscht, also ich kann offen drüber sprechen, ich habe auch gerade Richtung Liberal, Richtung FDP, bin ich sehr, sehr offen und ich finde es halt schwierig, wenn ich mir so die eine oder andere Partei anschaue, die halt so eine extreme Verbotskultur leben wollen, da bin ich halt einfach kein Freund von, und das passt auch nicht in mein Weltanschauungsbild. Ich kann verstehen oder ich bin auch voll auf der Seite, dass man sagt, okay, wir müssen klimatechnisch vorangehen, da muss auf jeden Fall müssen da Lösungen geschaffen werden, aber die Lösungen, wie sie geschaffen werden sollen von der einen oder anderen Partei, sind für mich halt der falsche Weg. Dann auch dieses Thema, ganz ehrlich, das ist, ich finde das halt echt schwierig mit dem Tempolimit, also ich bin da halt ganz offen, das ist nicht mein einziges Thema oder Problem, aber ich finde das halt schwierig, dieses, ja, wir verbieten das, wir verbieten das, dann machen wir ein Tempolimit. Legitim darüber zu reden, definitiv. Also ich sage mal so, ich bin halt jemand, mir wäre es jetzt nicht so wichtig, aber ich sage mal so, ich kann auch Leute verstehen, die sagen, hey, es ist wichtig, man muss halt, man muss halt da gucken, vielleicht kann man sich in Anführungsstrichen in der Mitte treffen, dass man sagt, man macht ein Tempolimit, aber nicht so niedrig. oder man auf manchen Strecken, wo es vielleicht Sinn macht, gar kein Tempolimit. Oder was ich da zum Beispiel auch schon mal mit Leuten diskutiert habe, warum man nicht einfach sagt, man macht ein, ich sage jetzt mal, dynamisches Tempolimit. Man baut die ganzen Sachen aus, insofern, dass du sagst, okay, ich habe bei gewissen Ballungszentren einfach automatisch geschaltete Teile, okay, das braucht vielleicht ein Jahr oder was, bis man mal die Schaltung drin hat, aber dann, wenn ich mir irgendwo, keine Ahnung, Thüringen oder irgendwo Berlin rauf, da die Strecken angucke, wo halt teilweise nichts los ist, okay, du kannst noch maximal argumentieren wegen Klimaschutz, nicht so viel Abgase und so weiter, dann ist aber auch wieder die Frage, wie viel Abgase kommen wirklich aus dem Straßenverkehr und wie viel kommen dann von irgendwelchen Schwerindustrien und... Tobi, da gibt es noch ein anderes Argument. Bei vielen Verbrennern, gerade beim Diesel, ist es so, dass die erst, wenn sie richtig warm werden, also, dass die Abgasreinigung dann richtig funktioniert. Genau, das heißt, wenn du dann niedrig, tourig fährst, dann hast du gar keine richtige Abgasreinigung. Nee, das ist klar, also da muss man auch mehrere Faktoren sehen. Da gibt es kein falsch oder richtig, da muss man wirklich gucken, eine Mischung und was ich da, dieses Verkehrsleitthema ist ja auch ein Digitalisierungsthema, das würde die Union wahrscheinlich nie angehen, weil sie sagen, wieso Schilder, ja, man ist so ein Schild, das ist seit 50 Jahren, ist da ein Schild, das passt schon. Außerdem haben wir ja coole Webcams gebaut. Genau, dafür können wir so drei Pixel große Webcams uns angucken vom, was weiß ich, Hanauer Kreuz, wenn da irgendwo der Stau ist und dieses Thema Verkehrsleittechnik, das kann man auch so intelligent machen, da gibt es ja auch teilweise Kommunen und Städte, die da wirklich sehr viel Gehirnschmalz investieren, um den Berufsverkehr zum Beispiel intelligent zu leiten und so weiter. Oder zum Beispiel auch einfach mal einen öffentlichen Verkehr so umbauen, dass er eben sich lohnt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, nicht Auto fahren zu müssen, würde ich es nicht tun. Lohnt für die Nutzer, muss man sagen, weil lohnt könnte man jetzt denken, okay, für die Besitzer der ÖPNV. Hier nehme ich mal den bösen Kommunisten wieder. Das sind Sachen, die dem Folge dienen sollten. Da muss ich aber als liberaler Freigeist auch sagen, es gibt einfach Dinge, die privatisiert nie wirtschaftlich werden. Und da ist aus meiner Sicht der ÖPNV einfach ein super Beispiel. Also da gibt es wenige Sachen, wo ich sagen würde, da Wasserwirtschaft ist auch so ein Thema. Also ich will keine privatisierten Wasserleitungen in Deutschland haben. Und das ist halt so ein Thema, ich glaube, da muss man dann auch sagen, okay, ÖPNV funktioniert halt nicht, weil er einfach nicht wirtschaftlich arbeiten kann. Und man muss dann halt einfach sagen, okay, man setzt das Ganze auf, also man muss natürlich da Leute haben, die mal drauf gucken, sonst hast du das Problem wie mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in ein paar Jahren, dass da Geld verschwendet wird. Aber ich glaube halt, dass wenn man von außen jemanden drauf gucken lässt, dass man den ÖPNV auch durchaus staatlich mit einer Steuer finanzieren kann und dann könnte man zum Beispiel auch diesen linken Traum, den es gibt, der ist dann kein Traum mehr von ich zahle entweder einmal 365 Euro und ich fahre dann wie ich will oder jeder Bürger, der Steuern zahlt, der kann sowieso ÖPNV kostenlos nutzen. So, und dann ist es eine feine Sache. Klar, im Fernverkehr muss natürlich weiterhin Geld verlangen, ist klar, aber der ÖPNV in der Stadt oder auch im Landkreis, den könnte man dann freimachen. Allein schon das Thema, was die Fahrkartenautomaten kosten, an Verwaltungsaufwand und so weiter und so fort. Das ist für kleine Verkehrsbetriebe, ist das Fall nicht irrelevant. Oder die Kontrolle von Fahrkarten und so weiter und so fort. Und ich glaube, da gibt es schon durchaus Möglichkeiten. Ich habe mich heute mit, das nun mal am Rande noch, auf Twitter mit ein paar Leuten argumentativ in eine Schlacht begeben. Da ging es um das Thema autonomes Fahren und so weiter, weil ich halt der Meinung bin, dass wenn der Punkt gekommen ist, dass autonome Fahrzeuge weniger Verkehrstote verursachen als Fahrzeuge, in denen Fahrer sitzen, dass wir wahrscheinlich da auch eine Regulierung spüren werden. Und der Trend geht ja zum autonomen Fahren, weil ich glaube, irgendwann ist es ethisch nicht mehr vertretbar. Da sind wir natürlich noch weit von entfernt im Moment, dass man Leute ans Steuer lässt, die nicht Auto fahren können oder die halt betrunken fahren oder übermüdet fahren und wie auch immer. Aber im ÖPNV, da kommen wir nochmal zurück, wird dieser Punkt viel früher kommen. Das hat man jetzt schon bei U-Bahnen, dass die Fahrer losfahren zum Beispiel. Und der Punkt wird da viel früher erreicht sein, weil du statische Routen hast, die abgefahren werden. Du hast statische Strecken und so weiter. Du hast berechenbare Verkehrssituationen. Und da wird das wahrscheinlich viel früher kommen als im normalen Verkehr. Aber ich sage mal so, ich glaube, das wird dann natürlich auch weiterhin die Möglichkeit geben, vielleicht individuell zu fahren. aber dieses Autonome, das wird wahrscheinlich immer mehr kommen. Und das hast du ja bei den modernen Autos auch immer mehr, dass immer mehr Funktionen dazukommen, die autonom fahren. Aber wir sind jetzt abgeschweift von dem Thema ÖPNV. Wo waren wir jetzt eigentlich? Ja, ÖPNV. Wir waren bei Davids Meinung. Genau, Davids Meinung. Genau. Nee, auf jeden Fall. Das ist halt, also wie ich schon gesagt habe, Tempelüben sind ja auf jeden Fall auch Müllwagen. Das ist natürlich auch ein großes Thema gewesen. So, ich bin, wie du schon gesagt hast, ich bin ein Freund von, man spricht, man hört sich beide Seiten an und man findet einen Mittelweg. Oder wie Tobi schon gesagt hat, man findet eine Dynamisierung. Das gilt ja nicht nur für das Thema, das gilt für so viele andere Themen. Ich meine, das kannst du auch beim Thema Steuern anwenden. Aber ich sehe halt auch nicht, wie die ein oder anderen sich das vorstellen. Ja, wir zahlen alle noch mehr Steuern. Der Staat, der vergönnt eh schon ein unnützes Ausmaß an Geld. Und übel, also muss in meiner Meinung auch absolut verschlankt werden. Genau, ineffizient wie Sau. Also wenn die wirtschaftlich arbeiten müssten, die könnten nach einer Woche Insolvenz anmelden, würde ich dir sagen. Das kannst du dir halt auch nicht ausdenken. Was halt da ein bisschen widersprüchlich ist, jetzt auch ist mit der Ampel, dass zum Beispiel halt Olaf Scholz ja auch Steuererhöhungen in Aussicht gestellt hat. Und das ist halt, sag mal schwierig, wenn du auf eine Wirtschaftskrise mit Steuererhöhungen erstmal reagiert, anstatt dessen, dass man sagt, okay, man stärkt die Wirtschaft und auch die Privatleute dadurch indirekt und auch durch manche Steuererleichterungen. Du hast ja auch einen Privatmann praktisch in die Lage versetzen, sich wieder zu erholen wirtschaftlich. Und dann kann man ja immer noch sagen, aber wir müssen uns auch mal klar werden, dass wir, wir haben zwar in Digitalisierung, so haben wir nichts drauf in Deutschland, aber wir sind beim Steuerthema, Steuerbezahlen in Europa sind wir an der Spitze. Ich glaube, Belgien ist noch mehr bei den Unternehmenssteuern noch mehr betroffen und welches, ganz ehrlich, welches Argument, ich meine, gut, David und ich, wir sind jetzt auch in der Situation, wir haben beide, ja, ein Business am Laufen, aber in was für einer Situation bist du bitte, wenn du in Deutschland dann irgendwann den Punkt hast, dass du drei Viertel deiner Einnahmen an den Staat abgeben musst. Wer möchte dann in Deutschland noch eine Unternehmung vollführen, die ja auch Risiken birgt, wo du investieren musst, wenn du drei Viertel davon abgeben musst? Das wird, werden wohl die wenigsten sein, die dann überhaupt noch in Deutschland ihr Business aufbauen werden und die Leute, die es sich leisten können, die werden dann sowieso auswandern. Die sagen dann, okay, das war es Deutschland, ihr habt fertig, ich gehe jetzt nach whatever. So, und da muss man ja nur mal in die Nachbarländer gucken, da ist es ja, sag ich mal, da werden sie mit Kusshand aufgenommen. So, und da muss man halt die Balance finden zwischen, wir haben genügend Steuereinnahmen, wir setzen die auch sinnvoll ein, so, und wir machen nicht solche Geschichten, im Bildungssystem ist es ja sehr oft, dass irgendwie Gelder vorhanden sind, aber die für nichts Gescheites genutzt werden können, dann kauft man irgendeinen Schmarrn, um das Geld einfach nächstes Jahr wieder zu bekommen und dann hat man wieder die Situation und muss dann irgendwelchen Schmarrn ausgeben, aber so wirklich in Bildung investiert wird nicht und ja, und dann hast du eben, also dieses Steuerthema, das war auch für mich ein Wahnsinnsaufreger, wo ich gesagt habe, Leute, und auch die Linke ist da ja eine Partei, die ja da gerne mal, was weiß ich, fordert 80 Prozent oder ich glaube 75 war das Ding, aber es ist trotzdem krass und man muss halt sagen, das fördert halt Armut, das fördert, sag ich mal, dass viele Unternehmen weggehen und das trifft natürlich auch wieder die Falschen, weil die wie Facebook, Google, Amazon, die wird es nicht treffen, die haben ihre Schäfchen im Trockenen und das nennt sich dann halt eben Irland oder wie nennt sich das, Double Irish with a Dutch Sandwich, nennt sich dieses Steuersparkonzept, dass die dann halt über irgendwelche Lizenzmodelle und Holdings und irgendwas das Geld ins Ausland schaffen und das ist ein Problem, das löst du halt europäisch und das löst du nicht, indem du in Deutschland da irgendwie, sag ich mal, eine Linkspartei wählst oder irgendwelche SPD-Leute, die dann da eine Steuererhöhung fordern, dieses Problem muss man anders lösen und es trifft hauptsächlich die kleinen und mittleren Unternehmen, die die meisten Arbeitsplätze in Deutschland bereitstellen und teilweise Familienunternehmen, die sowieso durch die Krise jetzt auf der Kippe stehen. Aber der Tobi will gerade was sagen, der ist schon ganz unruhig. Ja, ja, da will ich noch einmal ein bisschen mit einhaken. Gerne. Und zwar, okay, mit Unternehmenssteuern, das sehe ich ja vollkommen ein, dass du auch mittelständisch und nicht mehr weiter besteuern kannst, willst, weil irgendwann ist der Punkt of No Return erreicht. Was ich aber auch wieder sagen muss, ist, dass du vielleicht auch mal in Sachen, ich sage jetzt mal Vermögenssteuer vom Privaten mal überlegen solltest, ob man da vielleicht Reformen bringt, weil es kann nicht sein, dass gewisse Prozentsätze mit irgendwie wenig Prozent in Deutschland halt eben Großteile des Gelds haben und dann halt Leute unten nix. Ja. Und das Problem ist halt zum Beispiel, ach, weil du halt zum Beispiel mit Bildung gemeint hast, es mag ja sein, dass ich nicht jeden im Ingenieur habe und dass halt viele gut bezahlte Sachen jetzt eben Ingenieurswissen oder Wissen auf Ingenieursniveau, sage ich jetzt mal brauche. Aber dann kann es ja nicht sein, dass ich irgendwie die Leute ganz unten wegfallen lasse. Dann muss ich halt irgendwie schauen, okay, dann stelle ich sie halt in einen Stadtpark, das erlaubt zusammenrechen und das halt dann eben für einen Lohn, mit dem man halt halbwegs leben kann. Ja, natürlich. Das ist ja auch, da muss man ja auch sagen, da schießt sich ja auch unser Staat aktuell ins Knie. Wir haben ja sehr viele, zum Beispiel auch Rentner, die sagen, hey, sie würden sich gerne zu ihrer Rente noch was dazu verdienen. Rentenproblem haben wir ja noch gar nicht angesprochen, ist auch eine der bekannten Baustellen. Die Rente ist auch schwierig und da gibt es auch von der SPD und von der CDU, die Rente ist sicher, nix ist sicher, könnt ihr vergessen. So, das nur mal am Rande. Aber da ist es auch das Problem, wenn du als Rentner sagst, du möchtest noch was dazu verdienen oder zum Beispiel Leute, die aus dem Hartz IV raus wollen, dass dann der Staat mit der großen Keule kommt und mit der großen Besteuerung und den Leuten erstens mal die Lust aufs Arbeiten und aufs Geld verdienen und vorankommen nimmt und die Leute demotiviert, indem dann die große Keule kommt und die arbeiten dann und am Ende kommt nix dabei raus. Während solche Leute musst du halt dann auch motivieren. Es gibt ja auch Leute, muss ich sagen, manchmal kann man es den Leuten gar nicht verdenken, die einfach demotiviert sind durch die aktuelle Situation und durch das, dass halt dann der Staat die Hand aufhält und da habe ich Leute auch im Bekanntenkreis, die halt bald in Rente gehen und die halt sagen, jo, sie würden vielleicht gern was zur Rente dazu verdienen, aber es lohnt sich nicht, weil der Staat dann die Hand aufhält und weil das alles gedeckelt ist und weil das alles ein Riesenproblem ist. Ja, und das ist auch aus meiner Sicht, dieser Aufstieg aus den unteren Schichten, der muss wieder einfacher werden und der muss durch Bildung, der muss durch Erleichterungen möglich sein, der muss zum Beispiel auch, finde ich auch ein nettes Konzept, so BAföG auch für Weiterbildungsmaßnahmen, auch im höheren Alter, dass du als, was weiß ich, der Schreiner von nebenan, dass der sich weiterbilden kann und kriegt dafür einen BAföG, kriegt Unterstützung, muss nicht befürchten, dass er dann Haus und Hof verliert oder was weiß ich, seine Existenz aufs Spiel geht, nur weil er sich weiterbilden möchte oder mal irgendwas vorhat oder auch, also das sind alles so Sachen, da muss man den Leuten einfach helfen und da bin ich, unterscheide ich mich halt zu irgendwelchen Neoliberalen, die dann sagen, ne, das ist so alles, das muss der Markt regeln und die Leute müssen von allein da unten rauskommen, ne, man muss den Leuten, klar müssen sie Hilfe zur Selbsthilfe, ist meine persönliche Meinung, aber dann halt auch keine Steine in den Weg legen, so, und das ist halt auch was, was die Union die letzten Jahre immer perfekt gemacht hat und auch die SPD mit Hartz IV und so weiter, dass diese Leute halt unten nicht mehr rauskommen, auch wenn sie noch so hart kämpfen und das ist ein Riesenproblem und das sorgt für Demotivation, für Frust und vielleicht auch für AfD-Wähler oder noch radikalere Wähler, egal in welche Richtung, ob es rechts oder links ist, die Unzufriedenheit, die sorgt immer dafür, dass Leute radikal wählen und das wird dann halt echt schwierig. So, David, jetzt haben wir dich komplett übergangen, das war eigentlich dein Slot jetzt. Ja, alles gut. Aber du fasst eigentlich auch meine Gedanken schon recht gut zusammen. Ein was, was mich noch echt wieder erschreckt hat, das sind halt so Geschichten, wie hier bei mir im Wahlkreis, wo wir halt irgendwie fast 40 Prozent CDU-CSU-Wähler haben, wo ich mich einfach echt frage, liegt das daran, dass hier auf dem Ländchengebiet tatsächlich noch so viele alte Menschen wohnen oder haben die irgendwie alle den Schuss nicht gehört? Du wohnst halt im bayerischen Kongo, wie meine Oma sagen wird. Das ist halt ganz, ganz dunkles Gebiet. Ich habe mir ja letztes Mal die Wahlkarte angeguckt, witzigerweise, Nachbarstadt Würzburg ist überwiegend grün. Ja, das ist irgendwie schon, also... Du hast halt, das siehst du halt sehr, du hast gewisse, ich sage jetzt mal, Städte oder Ballungsgebiete, die eher dafür bekannt sind, eher, ich sage jetzt mal, in die linkere Richtung zu rutschen, wie es jetzt Würzburg zum Beispiel ist. Also wer in Mainfranken wohnt und in der Würzburg ab und zu unterwegs ist, wird wissen, was ich meine. Also es ist jetzt nicht schlimm oder was, aber Würzburg ist durch viele Studenten gefühlt eher ein bisschen linker eingestellt. Und jetzt Schweinfurt hier, okay, Achtwitter hauptsächlich Union, aber das liegt daran, wenn du mal durch die Innenstadt läufst, da siehst du auch wieder genug Leute, die beim Verpfalzstallum sind. Wie gesagt, dann gibt es auch so Spezialisten, da bin ich letztes Mal durch die Innenstadt gelaufen, die haben sich dann ein amerikanisches Wahlsystem gewünscht und da habe ich mir dann gedacht, soll ich denen jetzt irgendwie meinen Rollator in Kreuz werfen oder bist du dann trotzdem ruhig? Ich habe mich dann dazu entschieden, nicht den Rollator ins Kreuz zu werfen, sonst würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Ja, schwierig. Wie gesagt, mich hat es halt sehr erschrocken, dass dann noch solche Ergebnisse rauskommen. Ist München nicht eigentlich auch die Stadt München selbst sehr grün? Ich glaube, im Teil war es sehr grün. Ja, genau, im Teil. Also ich glaube, einer hat komplett gewonnen, ein Wahlkreis, aber ja, ist auf jeden Fall hier immer noch überwiegend hier in Bayern auch das, wie bei dir geschaut hat, Steffen, mit der AfD, wenn ich auch echt noch denke, so krass, also die haben ja noch ganz schön dazugewonnen. Tatsächlich krass finde ich, dass dann doch so viele Parteien, nicht mal sonstige, noch Stimmen bekommen haben. Also ich meine, glaube ich, 8,6 oder 9 Prozent oder so an sonstige Parteien noch gegangen. Die Freien Wähler sind halt auch in Bayern sehr sehr groß, was ich nicht verstehen kann, wenn ich jemand wie Hubert Aiwanger sehe. Die sind halt so ein bisschen, weiß ich nicht. Was auch noch viel reingerutscht ist, da haben auch hier in Spanfurt viele Plakate rumgehängt, die Basis, also hier die, die Vollaussteiger. Ja. Ja, genau. Aber es ist halt, insgesamt weiß ich nicht. Also ich hätte mir ein bisschen andere Sachen gewünscht, was ich letztens gelesen habe, ich glaube, ich habe es Steffen, hatte ich es noch geschickt oder so, ich glaube, der Tweet wurde recht schnell gelöscht. Ich weiß nicht, hatte glaube ich keinen Namen, die Koalition, aber war CDU, CSU, AfD und FDP, glaube ich. Ja, gut. Irgendwie so, ach du heilige Scheiße. Also das ist ja, das ist ja, also ich, also wenn, wenn das wirklich der Lindner gemacht hätte, dann wäre echt was. Also ich glaube auch. Also ich glaube, die hätten dann so viele Austritte in der Partei gehabt. Da sind sie im nächsten Boot nach Skandinavien. Ja, genau. Das war echt heftig, dass sie nach dem so, um Gottes Willen. Ja, naja gut, das ist, also ich glaube halt, wenn jetzt nichts passiert und wenn diese Leute in, gerade, ja, man muss es leider so sagen, im Osten Deutschlands, auch wenn das schwierig ist, das zu sagen so, aber es ist halt nun mal so, wenn, wenn da nichts passiert und diese Leute abgeholt werden, auch, dass sie sehen, dass was vorangeht und, und nicht immer alles schlimmer wird und was weiß ich. Beziehungsweise, dass man sich um die Ängste der Leute kümmert. Ja, genau. Die ernst nimmt. Genau. Dann glaube ich, dann, dann, dann wird diese AfD auch sich wieder selbst zerlegen, weil da sind halt auch viele Leute dabei, die glaube ich, wenn sie dann wirklich mal Verantwortung übernehmen sollen, dann wird es halt auch schwierig und, und viele, sage ich mal, Luftschlösser, die die bauen, sind halt völlig unrealistisch. Die sind auf der gleichen Stufe wie die von der Linkspartei teilweise, dieses, äh, Wolkenkuckucksheim, wie man so schön sagt. Also das ist ganz schwierig und da hoffe ich halt einfach, dass da jetzt sich was tut. Also ich sehe es zwei, ich bin jetzt nicht komplett zufrieden, ähm, bei manchen Sachen hätte ich mir mehr gewünscht, äh, aber es ist trotzdem ein solides Ergebnis, damit kann man was machen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Es ist auf jeden Fall schon mal frischer Wind drin und so und ein, was hatte ich noch, was vergessen, was ich noch sagen wollte, was mich halt massiv schockiert, tatsächlich ist einfach so, so wie Andreas Scheuer in seinem Wahlkreis einfach so krass abgeräumt hat, wo ich mir denke, es tut mir leid. Der ist wohl bei dir hier? Und das ist nochmal so, der Passau. Ach, Passau ist der. Der Zweik heißt Passau und der ist, glaube ich, warte mal, das ist echt heftig gewesen, ich habe was mitgekommen, das kann doch nicht sein, was hat der den Leuten gezeigt? Ja, Mann, der Andi Scheuer, das ist doch, den kennen wir doch noch. Da sind wahrscheinlich die 600 Millionen sind da hingelaufen wahrscheinlich, damit die den einen wählen. Da sind Adi 600 Millionen hingelaufen und auch mit dem Polizeidurchsetzungsgesetz. Ja, jemand hat Angst vor dem. Hast du dann, wenn du eben nicht gewählt hast, bist du halt mal ins bayerische Unerziehungslager, auch, wenn man mit die Löwenbräubrau erreichen kann? Genau, die haben den, ich habe geschaut, also die haben da CSU 32,5 Prozent, den Scheuer haben sie mit 30,65 Prozent wieder gewählt und ich tue mir leid, ich kann das nicht davon ziehen. Nee, das ist schwierig. Also, ich meine, das CDU-CSU-Wahlergebnis ist das eine so, aber jemanden wie Andi Scheuer mit so einer Prozentsal wiederzuwählen, das ist, das passt, nee. Beeindruckend. Ja, genau, aber das ist noch nett ausgedrückt. Ja, also das ist halt so, das spiegelt vielleicht auch so ein bisschen Politikverdrossenheit oder dann halt in Bayern Leute, die halt aus Tradition wählen und nicht aus Überzeugung. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja, genau. Wenn du da in manchen Gemeinden dann Lateinepfosten schwarz anmalst, ne? Ja. Sehr krass finde ich auch bei uns, tatsächlich haben nur zwei Parteien bisher ihre Wahlplakate weggemacht, der restliche Scheiß hängt immer noch rum. Ja, ja, hängt ja auch noch. Und es hat mich sehr gefreut, dass die FDP zumindest die Wahlplakate gleich zwei Teile, da war alles weg, CDU, CSU und AfD hängen immer noch, also direkt übereinander an einer Stange. Wir haben uns schon über die mal wegschneiden. Die AfD, die hängt ja ziemlich weit hoch, die ganzen. Rein zufällig natürlich nur. Und in Coburg habe ich da gesehen, wo der eine das weggemacht hat, der hat sich ja fast mit dem Ding erschlagen, der ist da mit so einem Besenstiel ran und hat halt versucht, das Plakat runterzustochern. zu stochern. Ja, das ist halt blöd, wenn man so hoch hängt und dann die Leiter vergisst, ist halt schwierig dann. Die Leiter hätte er erst bei seinem Führer beantragen müssen. Beim Bernd Höcken hätte er die erst mal beantragen müssen. Naja. Kriegst du nur mit 88 Stufen und ich bin auch höchst. Wo du darfst auch nur im rechten Winkel aufstellen. Schwierig. Traurig, dass du auch so das lachen kann. Ja, gut. Ich glaube, wir können einen Deckel drauf machen. Was ich halt, das vielleicht noch kurz um, falls mir da jetzt Leute unterstellen wollen, dass ich komplett hier völlig gegen die Grünen bin und alles Mögliche. Ich habe halt ein Problem, ist halt bei den Grünen auch oft das Thema Ideologie, also wo ich halt so ein bisschen Kopfschütteln hatte, dass sie halt sagen, okay, sie haben ja eine interne Quote und offensichtlich wäre ja Habeck als Kanzlerkandidat erfolgsversprechender gewesen und man hat sich aber trotzdem für Baerbock entschieden, auch wenn sie keine Regierungserfahrung hatte und so weiter, weil es halt die Quote so wollte und ich bin halt jemand, ich bin da, ich bin für Chancengleichheit, aber dass man dann halt auch trotzdem, nachdem alle die gleichen Chancen hatten, nach Qualifikation entscheidet und nicht nach Ideologie und nach irgendwelchen theoretischen, ja, Wunschvorstellungen, sondern dass man halt wirklich objektiv Sachen beurteilt und das ist halt was, wo ich sage, das hat sich halt da mal wieder gerecht und wenn ich mir vorstelle, dass Entscheidungen auf Bundesebene nach solchen Kriterien vollführt werden, ist es halt eher schwierig für mich als jemanden, der dann doch eher das Leistungsdenken hat und halt eher der Fan davon ist, dass man sagt, man schafft gleiche Verhältnisse bei der, ja, bei dem Erreichen eines Zieles, so jetzt, wenn man mal bei der Frauenquote bleibt, dass man halt sagt, okay, Frauen kriegen halt die Möglichkeit in vielen Bereichen sich vorzubilden und auch gewisse, sag ich mal, biologische Nachteile wieder auszugleichen, in Anführungsstrichen, natürlich nur, um dann halt in die gleiche Position zu kommen, aber nicht, dass man sagt, hey, wir brauchen jetzt unbedingt so und so viele Frauen, weil wir haben ja eine Frauenquote, aber dann halt da Leute sitzen hat, man tut den Leuten ja auch keinen Gefallen damit, die überfordert sind mit der Situation, weil sie halt eben nicht die möglichen Rahmenbedingungen vorfinden und vielleicht auch nicht die bildungstechnischen Möglichkeiten bekommen von Anfang an, das heißt, man muss davor ansetzen und nicht oben sagen, okay, wir schaffen da jetzt eine Quote und das ist halt ein Problem, was sich bei den Grünen bei so vielen Sachen widerspiegelt, dass man vielleicht in vielen Sachen ehrenwerte Ziele hat, ich habe vorhin ja über die Schnittmengen von FDP und Grünen gesprochen, vielen Sachen gibt es Sachen, wo die Ziele einfach gleich sind, aber man versucht es halt irgendwie mit abstrusen Regelungen bei den Grünen hinzukriegen und bei der FDP bei vielen Sachen halt einfach entweder mit Fortschritt oder mit neuen Technologien oder einfach mit Bildung und solchen Geschichten und das ist ein Problem, was ich einfach bei den Grünen habe. dazu noch einmal kurz, ganz, ganz mini kleine Kleinigkeit, ach, weil du es mit zum Beispiel Frauenquote und so weiter angesprochen hast, das Problem löst sich nicht dazu, dadurch, dass ich sage, okay, ich muss jetzt Leute einstellen, die jetzt, keine Ahnung, Frauen, Behinderte oder sonst was auch sind, das Problem ist, dass ich da die ganze Ideologie einfach ändern muss, du musst theoretisch, müsstest du so hergehen und eine Gruppe von Menschen einfach irgendwo hinstellen und sagen, okay, wen halten sie jetzt davon für einen Arzt und wenn, oder eine Ärztin oder was auch immer und die Person, die dort steht, jeden auswählen könnte und zu jedem sagen könnte, okay, ohne zu überlegen, dann hätten wir es geschafft. Das Problem ist aber, ich sehe es ja auch teilweise selber, wenn wir nicht irgendwie mit Moral durch die Innenstadt laufen, teilweise halt wie auf dem Einhornreiten, da auch wird man angeklotzt, weil man ist halt nicht der Behinderte. Genau, wie man sich den so klassisch vorstellt, ja, ich verstehe, was du meinst, diese Stereotypen, diese stereotypischen Bilder. Und sowas muss halt abgebaut werden durch Bildung, durch Begegnung und dann brauchst du eigentlich auch keine Quoten mehr, wenn du halt eben weißt, dass es so ist. Ja, und, ja genau und wenn halt, sag ich mal, eine Frau auch Schwierigkeiten hat, Karriere zu machen, weil ihr zum Beispiel keine Auszeiten gegönnt werden, weil sie bildungstechnisch nicht die Möglichkeiten hat, Familie und Beruf zu vereinen und so weiter, dann, wie soll denn dann jemand in so eine Position kommen? Das ist doch kein Wunder, dass da weniger Frauen sitzen, weil Männer halt in der Geschichte, sag ich mal, bei vielen Sachen einfach fein raus sind, wenn es jetzt um das Thema Kinder geht. Also, das ist halt, und da muss was passieren und das ist halt, was löse ich halt wirklich nicht mit einer Zahl, die dann irgendwie berechnet wird und dann zwanghaft da jemand reingequetscht wird und das Thema hat man ja auch jetzt, weil du das Thema Behinderung und so weiter ansprichst und da ist ja auch niemandem geholfen, wenn man sagt, man hat da eine Quote und du hast da ein Unternehmen, was zum Beispiel nicht barrierefrei ist. die keiner einstellen. Ich weiß nicht, mit euch hatte ich es ja eh schon mal drüber, wie ich einen Job gesucht habe. Ich habe ewig keinen gefunden. Da habe ich mich ohne Behindertenausweis beworben, was man ja nicht machen muss. Sofort Vorstellungssprech mit so gut wie in die Rückfrage und bei der Firma, die ich jetzt arbeite, hatte ich insofern das Glück, dass unser Betriebsrat und jetziger Backend-Chef hatte einen behinderten Bruder in der Familie und bei dem war es halt so, ja, okay, ich brauche den ja als Anwendungsentwickler. Ja, eben. Da ist doch scheißegal, ob der vernünftig laufen kann oder nicht. Der auch im Keller. Ja, so in etwa. Den setzen wir eh zu unseren anderen Entwicklern in den Keller. Legen die Kaffeeleitung und dann passt es. Ja, es ist ja auch Quatsch und da muss man halt sagen, da müssen halt eben Vorurteile abgebaut werden und das ist halt auch ein Bildungsthema und ja, und das wirst du mit der Union halt nicht lösen, weil da hast du so viele Leute, die halt da auch noch so denken und da kriege ich halt, auch wenn ich jetzt selbst nicht betroffen bin, aber da kriege ich teilweise echt, da stellen, vielleicht weil man jemanden kennt, der betroffen ist und da stellen sich einem immer die Nackenhaare auf, wenn dann halt über Leute so geredet wird, wo man sich dann denkt, what the fuck, was ist denn los, sind wir noch im Mittelalter oder was weiß ich, haben wir da noch einen Führer? Aktuell habe ich da was verpasst und das ist krass. Also da muss ich, aber siehst du, das ist halt auch was mit den Bewerbungen, dass man da halt dann sagt, ja, man geht da in Anführungsstrichen kein Risiko ein, aber was für ein Risiko hast du denn bei jemandem, der Anwendungsentwickler ist und der halt nicht laufen kann in der Form, wie jetzt jemand anderes. Ich kriege ein paar Tage mehr Urlaub und ich bin schlechter zu kündigen, aber das ist... Na gut, aber wenn du halt was drauf hast und dann ist das ja eigentlich erstmal egal, aber gut. Ja, und selbst mit dem schlechter zu kündigen, ich, normalerweise sollte man dann doch merken, was ich für Leute einstelle und wenn ich jemandem kündigen muss, bin ich einmal der Behauptung, behaupte ich jetzt einfach mal, dass du bestimmt Möglichkeiten hast, falls ich jetzt, keine Ahnung, morgen bei uns im Serverraum gehe und mir so mal die ganzen Server mitnehme und dann noch den Rest von unserem Production-System lösche, dann bin ich mir auch relativ sicher, dass jedes Arbeitsgericht der Kündigung recht geben würde. Also das ist halt auch wieder das, aber naja. Ja. Gut, wir haben uns ein bisschen verquatscht, aber ich bin mal gespannt, was... So vorkommen. Genau. Was ihr abstimmt, wir sind da sehr, sehr gespannt. Und wir freuen uns dann natürlich auf Input und ich hoffe, ihr seid uns da jetzt auch nicht irgendwie... Ihr nehmt es uns nicht krumm, wenn wir vielleicht nicht direkt eurer Ansicht sind, aber ihr habt ja sicherlich gemerkt, dass uns eine Meinungsfreiheit und auch eine Meinungsbildung in jeglicher Hinsicht sehr wichtig ist und wir sind da auch niemand, der sagt, jo, wenn ihr jetzt eine andere Meinung vertreten, dann ist das total schlimm und ihr gehört ins Fegefeuer. Außer in Radikale... Ich wollte gerade sagen, außer ihr seid Extremisten, dann haltet bitte euren Kopf so lange ins volle Spülbecken, bis keine Luftblasen mehr hochkommen. Da fand ich ja auch geil, das ist nochmal ganz kurzer Rausschmeißer zu dem Thema. Da fand ich es ganz geil, dass jemand getwittert hat, dass doch bitte alle Leute, die für den nationalen Volkswiderstand sind, die sollen doch bitte die NPD und die AfD gleichzeitig ankreuzen bei beiden Stimmen. Beide Stimmen für den rechten Widerstand und wer aufgepasst hat, der sollte mitkriegen, dass dann der Wahlzettel ungültig wird. Von daher, ja, das... Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Also ich hoffe, wenn das Leute wirklich gemacht haben, dass es schon ganz gut war. Dann haben sie es verdient. Genau. So, dann würde ich sagen, kommen wir nochmal kurz zu einem Thema. Gehen wir mal nach Berlin. Die haben ganz grün gewählt, aber das hat jetzt nichts mit der Politik zu tun, weil das ist jetzt ganz liberal hier, ganz neoliberale Privatwirtschaft. Da wird nämlich jetzt Glasfaser gebaut. Genau. Und zwar, Vattenfall hat sich dazu entschieden, mit Berlin zusammen in Joint Venture einzugehen für 500.000 Haushalte, Haushalte und Unternehmen bis 2026, also eigentlich gar nicht so ewig lang hin für einen Städteausbau. Glasfaserkabel, beziehungsweise Glasfaserausbau in Berlin in Millionenhöhe. bereitzustellen, wie wollen die das Ganze, oder wie soll das Ganze realisiert werden? Das ist ganz einfach. Es sollen Fernwärmeschächte eben durch Vattenfall und Berlin hergenommen werden und eben in diesen Fernwärmeschächten oder an diesen Fernwärmeschächten die Glasfaser entlang geführt werden. Eigentlich eine schöne Idee. Ja. Sollte, denke ich, ach, soweit ich jetzt mich physikalisch mit Glasfaser auskenne, auch physikalisch keine großen Probleme erzeugen. Das wird ja auch schon gemacht, zum Beispiel bei der Bahn, da wird ja auch, also Nürnberg zum Beispiel ist da für eine bekannte Stadt, die da sehr viel über die Bahn oder auch über die Berufsfeuerwehr, die hat auch Glasfasernetzen eigenes und da nutzen zum Beispiel viele Rechenzentren die Glasfaserwege dort mit. Also das ist eigentlich eine feine Sache. Ja, also können sich Berliner, falls uns welche zuhören, freuen, 2026. Geht's los, geht's ab. Geht's los, habt ihr vielleicht Glasfaser? Ja, schauen wir mal. So, bei Twitch gab es diese Woche ja auch ein kleines Problem. Da sind nämlich ein paar Daten abhandengekommen und dummerweise waren da auch, also neben dem so Pille-Palle-Sachen wie dem ganzen Quellcode der Plattform ist dann auch mal so rausgerutscht, was zum Beispiel ja so Streamer an Verdienst haben. Das ist auch ganz interessant, vor allem es gab ja ja, wie soll ich sagen, öfters mal ein bisschen Reibereien. Ich will da jetzt nicht aufs Detail eingehen, weil wenn ich mal so auf unsere Zeit gucke vom Podcast, wir haben da heute schon ein bisschen überzogen. Aber es gab ja immer Reibereien zwischen Twitch und irgendwelchen Twitchern und dann gab es ja zum Beispiel diese Hot-Tab-Geschichte, die sich ja auch Twitch geleistet hat, dass da, sag ich mal, leicht begleitete Streamerinnen da richtigen Reibach gemacht haben auf der Plattform, obwohl es ja jetzt kein YouPorn oder OnlyFans oder was weiß ich war. und jetzt geht halt der ganze Spaß los. Es gibt leider noch nicht so viele Hintergründe dazu. Es gibt natürlich auf der einen Seite die Streamer, die empört sind teilweise. Man muss ja sagen, das sind ja auch Geschäftsgeheimnisse. Also so dieses Thema, was verdienen welche Leute. Ich meine, auch wenn euch jetzt irgendwelche YouTuber, haben wir ja auch gemacht, sind wir mal ehrlich, irgendwelche YouTube-Einnahmen zeigen. Das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille. Man hat ja auch noch das ganze Thema Placements, Verträge, Werbeverträge, Exklusivverträge vielleicht sogar. Es gibt ja Streamer, die wurden von Twitch abgeworben und da ist es schon wahnsinnig interessant, jetzt mal zu sehen, was kriegen denn diese Leute einfach nur, dass sie, nur aus dem Grund der Anwesenheit auf der Plattform und der Subs und dem ganzen Zeug, was über die Plattform halt reinkommt. Und das sind schon echt Summen dabei, da wird einem so ein bisschen schwindelig. Aber man muss natürlich auch sagen, wir sind ja aus dem Bereich, das heißt, wir kennen da auch schon viele Sachen und gerade wenn man so mit größeren YouTubern, Streamern in Kontakt ist, haben wir ja auch Kunden, die in dem Bereich sind, dann kriegt man da halt mit, dass da, dass es eher die Regel ist bei großen Influencern und jetzt nicht irgendwie eine große Ausnahme. Ja, man weiß vielleicht für euch als Twitch-User, man weiß noch nicht, wie man so genau damit umgehen sollte. Also ich meine, ich würde euch auf jeden Fall mal raten, die Passwörter zu ändern. Twitch und auch ich gehen jetzt nicht so wirklich davon aus, dass die gefährdet sind, aber macht es einfach mal. Und Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung geht bei Twitch, also man sollte das auf jeden Fall machen. habe ich auch aktiviert und der Aufwand hält sich in Grenzen und der Benefit an Sicherheit ist da natürlich dann doch relativ hoch. Ja, was interessant ist, angeblich durch eine Fehlkonfiguration vom Server wurde das Ganze bereitgestellt. Was man ja öfters mal hatte, dass irgendwelche Datenbanken in irgendwelchen Amazon S3 Buckets dann gelegen waren oder so, kennt man jetzt leider noch keine genauen Details, aber das wird nochmal ganz interessant. Was ich halt an der Stelle auch wieder schwierig finde, ja, ist auch dieses Thema Monopolstellung. Twitch ist halt mittlerweile schon so eine riesen Krake geworden und zieht die ganzen Streamer auf sich und ja, man muss ja objektiv mal sagen, dass, also persönliche Meinung, dass Twitch halt jetzt nicht unbedingt die beste Streaming-Plattform ist. natürlich, sie hat viele Leute exklusiv, sie hat viele Leute auf der Plattform, aber technisch gesehen in manchen Sachen finde ich die schon ein bisschen schwierig. Dann ist es ja mittlerweile eine Amazon-Tochtergesellschaft, ist mir jetzt auch nicht per se sympathisch und wenn man es mal vom Umweltaspekt sieht, um mal den den Grünen in mir rauszuholen, ist natürlich Twitch, dadurch, dass es auf Amazon-Services, AWS-Services läuft nicht gerade so umweltfreundlich wie zum Beispiel Google. Ich bin auch kein Google-Fan, aber Google ist zum Beispiel mittlerweile komplett auf erneuerbaren Energien unterwegs und bei Twitch und Amazon-AWS ist es nach wie vor ein Energiemix, das nur mal am Rande, aber es ist schon krass, wenn du überlegst, 135 Gigabyte an Daten wurden da abgegriffen und da muss man ja wirklich einen direkten Zugriff auf irgendwelche Server gehabt haben und Datenbanken. Die Kreditkarteninformationen sollen angeblich nicht in irgendeiner Form vollständig abgegriffen worden sein. Naja, vollständig könnte auch heißen, einfach nur, naja, man hat zwar die Nummer, aber nicht die, die Sicherheits, den Sicherheitscode oder so, dass man die Sachen wie Gültigkeit und so und Name und Nummer abgegriffen hat, aber die, den Sicherheitscode eben nicht, könnte ich mir jetzt vorstellen. Wissen tun wir es natürlich nicht. Naja, ja, ich glaube, mehr braucht man dazu erstmal nicht zu verlieren, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen zeigen. Der Streaming-Key wurde auch zurückgesetzt, also wer schon mal auf Twitch gestreamt hat, man bekommt ja so einen Streaming-Key, den man in sein Streaming-Programm wie OBS ETC einbindet, der wurde geändert, ja, dass man da nicht irgendwie, ja, auf einmal dann irgendwelchen Content, den man nicht möchte, auf seinen Kanal streamt und das halt irgendjemand macht, der das rausbekommen hat. ist auf jeden Fall schon mal ein intelligenter Move von Twitch, diesen Key einfach zu ändern. Das ist definitiv eine gute Idee gewesen. Ja, ich glaube, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht bis jetzt zu sagen. Ihr könnt euch, wir verlinken euch mal die Artikel, ihr könnt euch mal angucken, wer wie viel verdient, ist auch ganz interessant. Wohlgemerkt, es ist natürlich nur eine Einnahmequelle, diese ganzen Influencer, die haben natürlich noch andere Einnahmequellen, die werden da natürlich nicht mit berücksichtigt. Gut, kommen wir von der einen Datenkrake zur anderen, da freut sich der Tobi heute schon den ganzen Tag drauf, weil es Richtung gegen Microsoft geht. Office 365, auch eine Cloud-Anwendung, nicht minder diskutiert in Deutschland, also gerade im Unternehmensumfeld, was Datenschutz, Grundverordnung, ETC angeht, wird das ja heiß diskutiert und jetzt kommt eben die Befürchtung noch dazu, dass es eben eine Überwachung von Mitarbeitern über Office 365 gibt und dass es halt möglich ist. Ja, also ich möchte es weniger sagen, dass es möglich ist oder es gibt, also es heißt ja auch immer auch von Microsoft selbst, Teams vor allem und Office 365 dient nicht unbedingt, also ist kein Überwachungstool, wird wie bei Chats hier angezeigt, okay, ich bin anwesend oder abwesend oder Es geht um den Status in Teams. Genau, Teams-Stati und was Microsoft bietet dann auch noch eine analysefähige Mail- beziehungsweise Analysezusammenfassung von Produktivität, die eben das ganze Gesamtbild wie 365 genutzt wurde, komplett zusammenfasst, auch wieder von Microsoft, nicht als, ich sage jetzt mal, Controlling-Lösung verkauft. Da muss ich nochmal, Tobi, noch kurz ergänzen, weil das ganz bedeutend aus meiner Sicht ist, diese Mail bekommst du als Mitarbeiter direkt selbst. Dieses Analytics sieht kein Administrator, sieht kein Chef. Das kriegt man nur direkt selbst ins Postfach. Das steht auch nochmal extra dort. Das nur nochmal als Ergänzung, nicht, dass das falsch verstanden wird. Das macht Microsoft, die werten da aus, wie du zum Beispiel Mails liest, wie viele Sitzungen, Besprechungen du hast, aber diese Mail geht nur an dich persönlich, weil dieses Thema hatte ich nämlich schon mal in Bezug auf Betriebsrat und so weiter. Kann man übrigens auch ausschalten. Das nur mal für die Administratoren am Rande. so. Genau und also wie Steffen schon gesagt hat, das ist eigentlich nur eine private Sache. Allerdings kann man natürlich je nach Umleitung und was weiß ich, also wenn man ganz paranoid ist, das natürlich dann bestimmt auch irgendwie umleiten und sagt, okay, jetzt kann das mein Chef mitlesen oder Microsoft liest damit und könnte eventuell das dann noch in einem neuen Tool an den Vorgsätzen weiterleiten. Es gab auch jetzt im persönlichen Umfeld von mir auch schon Fälle, wo Mitarbeiter da in die Berdouille gekommen ist, weil sie wohl auf Teams nicht oft genug oder zu gewissen Zeiten nicht online waren, wobei da auch von Betriebsräten und so weiter auch heißt, Teams ist kein Zeiterfassungstool und war nie als eins konzipiert und wird auch nie eins werden. Also wird er nie eins werden, aber ist einfach von den Spezifikationen her dazu nicht da. Ja, also im Grunde eigentlich möchte ich damit auch wieder nur ausdrücken, vielleicht ein bisschen aufpassen und wer halt vielleicht einen Chef hat, der so ein bisschen ganz gern mal auf, so einen Helikopterchef beziehungsweise so einen Kontrollfreak hat, sollte vielleicht da mal ein bisschen aufpassen, welchen Stau das man da einschaltet und ja. Ja, ne, ganz, ganz guter Hinweis. Also ich habe das auch schon erlebt, Diskussionen mit Betriebsrat und da ging es halt dann auch darum, dass man das eben fest verankert, auch in der Betriebsvereinbarung, dass eben Microsoft Teams nicht zur Leistungsbeurteilung herangezogen werden kann. Zu dem anderen Thema fällt mir noch ein, ist zum Beispiel ein Thema mit dem Analytics, wenn ich Kollegen auch Zugriff auf mein Postfach gebe, gibt es in manchen Betriebskonstellationen in der IT glaube ich eher untypisch, weil man da sowas wie Ticketsysteme hat und so Tools, aber es gibt sicherlich Bereiche, wo es so Vertretungszugriffe gibt auf Postfächer und so, da sollte man einfach mal gucken, weil natürlich dann auch die Kollegen diese Produktivitäts-E-Mail natürlich auch kriegen, wenn die auf dein Postfach zugreifen können. Was man aber, also ich würde das zumindest so sehen, wenn ich im Betriebsrat wäre, dann würde ich sowas sowieso generell kritisch sehen, dieses Thema, dass man auf das Postfach von einem Kollegen zu 100% zugreifen kann, aber die Realität ist eine andere, das gibt es sicherlich in vielen Firmen, vielleicht sogar in kleineren Firmen und deswegen da einfach mal Sensibilisierung, finde ich das ganz gut vom Tobi, achtet da mal drauf, das ist ein Thema, das gibt es sicherlich auch in anderen Cloud-Produkten und bei anderen Systemen, da muss man einfach ein bisschen aufpassen und da auch mal, und das hat nichts damit zu tun, dass man nichts arbeiten will oder so, manche Sachen werden dann falsch gedeutet und nur weil jemand in Teams nicht online ist, heißt das ja nicht, dass er nicht arbeitet oder anderes Beispiel, was ich auch schon erlebt habe, nur weil ein Mitarbeiter drei Tickets in der Woche bearbeitet hat, heißt das nicht, dass er nichts gearbeitet hat, es gibt Tickets, da ist man vielleicht Tage drüber, weil es eine Riesenaktion ist, es gibt Tickets, da wird einfach nur verlangt, dass irgendwo in einem Skript ein Komma getauscht wird oder irgendwas und dann wird derjenige, der das macht, ja vielleicht 30 solche kleinen Tickets bearbeitet, gleich als der Workaholic dargestellt und jemand, der drei, vier Riesen Projekttickets hatte, da heißt es dann, ja, der macht nichts den ganzen Tag und da muss man halt auch sein, das sind einfach die falschen, die falschen Bewertungsgrundlagen, auf denen sich da manche Entscheider stürzen und da muss man dann auch als Mitarbeiter mal rebellieren gegen sowas und da ist es auch wieder gut, dass es zum Beispiel einen Betriebsrat gibt, so. Gut. Gut. Ja. Nee, dann führ du weiter durchs Programm. Wolltest du noch was sagen? Nee, 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 nee. Okay, wollte David noch was sagen dazu? Nö. Dann ist gut. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir aber mal trotzdem zum David und bleiben beim Thema Datenschutz, weil die Grünen haben mal ein bisschen Facebook-Werbung gemacht. Ja, das ist so ein bisschen in die Hose gegangen, wie Jan Böhmermann auch im ZDF-Magazin Royal aufgedeckt hat und zwar haben das unter den Grünen geführte Umweltministerium in Rheinland-Pfalz bei Werbung auf Microtargeting gesetzt, was halt konkret heißt, dass man Werbung geschaltet hat für eine Zielgruppe, in dem Fall interessiert an dem Partei Bündnis 90 die Grünen und dementsprechend natürlich sehr gezielt nochmal, ich sag mal, Werbung rausgeblasen hat. Das Ganze ist halt so gesehen ein bisschen schwierig, weil das nämlich wohl auch verfassungsrechtlich nicht zulässig ist, weil staatliche Öffentlichkeitsarbeit muss parteipolitisch neutral sein und nachdem es ja ein Ministerium ist, darf das ja dann nicht, auch wenn es von der, vielleicht immer unter der Partei geführt wird, deswegen nicht Parteistand irgendwie Werbung schalten. Man vermutet auch, dass möglicherweise illegale Parteispenden dahinter stecken, das konnte man halt nicht so ganz sicher sagen. Klar ist auf jeden Fall, dass in den vergangenen drei Jahren rund 130 Social-Media-Anzeigen geschaltet worden sind und dafür hat man ungefähr 9.400 Euro aus Staatskasse abgezpackt. Ja. Schwierig. Das hat ja fast schon so ein Geschmäckle wie zum Beispiel auch der Herr Laschet sein Buch von seinem Sekretariat schreiben lässt, was natürlich von unseren Steuergeldern bezahlt wird. Naja. Okay. Hat er ein Geschmäckle, ist schwierig. Was auch schwierig ist, ist die Situation, in der sich gerade die Stadtwerke Wismar befinden. Die hatten nämlich eine größere Cyberattacke, um genau zu sein, Ransomware, die eben File-Server verschlüsselt hat. Das Gute daran ist, muss man wirklich sagen, dass scheinbar auch der Betriebsleiter oder der Geschäftsführer, dass der scheinbar auch nicht ganz so von Investitionen in IT abgesehen hat. Das heißt, er hat schon mal eine Trennung von dem Leitsystem, was eben zum Beispiel die Stromschaltungen und alles, die Überwachung des Energieversorgungsnetzes durchführt und dem reinen Vertrieb. Das hat er durchgeführt. Das heißt, es gibt da zwei Systeme und das ist halt in Anführungsstrichen nur der Vertrieb und die Verwaltung jetzt davon betroffen und nicht eben das komplette Stadtwerk und ist natürlich trotzdem ein großer Eingriff. Das Stadtwerk befindet sich jetzt im Notbetrieb. Die stellen jetzt eine komplette IT nebenan, also es wird alles von Grund auf neu installiert. Ist sicherlich ein Riesenaufwand. Man wird sicherlich da auch noch neue, ja, sagen wir mal, neue Methoden einsetzen, um sich zukünftig davor zu schützen. Details sind natürlich nicht bekannt jetzt, aber ich denke mal, das wird dann eher in Richtung Awareness noch gehen und das ist auch noch nicht so ganz bekannt, wie diese Geschichte dann reingekommen ist, aber ich tippe mal auf die üblichen Verdächtigen. Wenn es jetzt irgendwie was ganz Spezielles gewesen wäre, dann hätte man das wahrscheinlich erwähnt. ich tippe mal jetzt hier irgendwie E-Mail-Attachment, Link auf irgendeine Dropbox oder irgendwas und ja, es bleibt spannend, also gerade Stadtwerke, Energieversorger, im Kritis-Sektor, beheimatete Unternehmen, da gehören ja auch Krankenhäuser dazu zum Beispiel, das wird noch ein Thema werden, das wird noch heiß die nächsten Jahre, weil da muss halt in dieser Branche teilweise echt, nicht alle, aber bei einigen wirklich großes Umdenken stattfinden, weil halt viele da wirklich noch in einer ganz anderen Zeit schweben und das sind dann irgendwelche Steuerungstechniken, wo man sagt, naja, Moment, das lief doch die letzten 20 Jahre und warum kann denn da die Firma nicht übers Internet auf irgendwelche SPS-Steuerungen zugreifen, also ich glaube, da wird sich noch einiges tun, wahrscheinlich nicht immer nur positiv, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, was hoffentlich positiver ausfällt, ist das Update bei der neuen Corona-Warn-App-Version bei der 2.11. Genau, die Corona-Warn-App wird jetzt demnächst auf oder Wurde von Warn-Aufs-Artikel? nee, wird demnächst, so wie es aussieht, ist vom 6.10. wird demnächst auf die Version 2.11 hoch geupdatet. Ja, so die Hauptneuerung, die da eingeführt wird, ist ein allgemeiner QR-Code-Scanner, der direkt von den Jungs und Mädels vom RKI und Telekom und SAP halt alle, die da so ein bisschen mit in den Dringhängen eingebaut wurde. Das ist vor allem bei Android-Geräten gewünscht gewesen, da, wie man es von Android kennt, eher so ein relativ großes Portfolio an Scanner-Apps und so weiter existiert und es da wohl Probleme gab, ich sage jetzt mal geräteübergreifend vernünftig einzubinden. Die Funktion bekommt auch die iOS-Variante allerdings erst in einem Miner-Patch, also in 2.12 soll dann für iOS-Geräte die QR-Code-Funktion noch nachgezogen werden. Ja, schauen wir mal, also Corona-Warn-App ist eine der wenigen Sachen, die, auch wenn es da Licht und Schatten gab, aber eine der wenigen Digitalisierungsprojekte, die aus meiner Sicht jetzt nicht völlig in die Hose gegangen sind, lag aber vielleicht auch daran, dass es nicht die Bundesregierung selbst programmiert hat und dass Andi Scheuer da nicht Projektleiter war. Naja, anders sieht es ja bei der Bundeswehr aus, die rüstet ab, also jetzt nicht im militärischen Sinne, sondern eher bei den Funkgeräten, man geht back to the roots zu irgendwelchen alten Retro, ich hab's mal Retro-Funken bei der Bundeswehr genannt, das ist ja auch ein interessanter Schritt, versteht man jetzt auch erstmal nicht so als Außenstehender. Ja, das stimmt, wenn man sich mal so anschaut, wie irgendwie im kompletten BOS-Bereich irgendwie alles auf Tetra umgemünzt wird, Digitalfunk bei den BOS, für den Tetra nichts sagt, so nennt sich das Funken jetzt dahinter, lässt die Bundeswehr sich Funkgeräte von 1982 nachbauen, aber nicht, weil es irgendwie cool und fancy ist, sondern weil es tatsächlich wohl Probleme gibt mit der Umstellung auf digitale Geräte, weil die Lieferung beziehungsweise die Beschaffung sich immer wieder verzögert und deswegen hat man gesagt, man lässt eine Firma und zwar die Firma Thales, die hat Teil der Stuttgarter Firma Standard Elektronik Lorenz übernommen und die haben in den 80er Jahren das Funkgerät SEM 80-90 wohl entwickelt und deswegen haben die natürlich dafür auch noch die ganzen Baupläne und das Know-how dahinter und deswegen lässt man sich von dieser Firma in den nächsten Jahren erst mal Prototypen bauen und dann bis zu 30.000 dieser Retrogeräte für einen Stückpreis von etwa 20.000 Euro bis zum Jahr 2035 bauen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden da halt von 600 Millionen Euro für Funkgeräte auf dem Stand von 1982 die halt auch exakt nach dem Maß und so wieder gebaut werden sollen damit sie in die ganzen Fahrzeuge oder generell überall wo sie reingebaut werden ich glaube das ist die Standard Funkgeräte der Landstreitkräfte genau dass die halt weiterverwendet werden können das ist schon sehr absurd also man muss sich kurz auf der Zunge zergehen lassen das sind Funkgeräte die eine Datenübertragungsrate von 16 Kilobit pro Sekunde ermöglichen da kann man schon mal Google Maps drüber laden es ist schon beeindruckend ja dieses ganze ich meine wir haben ja schon mal drüber diskutiert dieses ganze Rettungsfunkzeug das ist in Deutschland ja auch brachial gescheitert und wenn du dann hörst auch von Polizisten die dann lieber ihre Privathandys benutzen vor ein paar Jahren noch um dann irgendwie mit der Zentrale zu kommunizieren dann lässt es schon tief blicken muss man ganz ehrlich sagen ja ja was vielleicht ein bisschen ein Lichtblick ist für alle Leute die in der VMware Welt zu Hause sind es gab ja jetzt die VMworld das ist ja die Hausmesse von VMware oder VMware ganz nach Neigung die haben jetzt für alle Leute die so ein bisschen in Kubernetes unterwegs sind haben sie jetzt ein kleines Schmankerl raus getan es gibt jetzt die Tanzu ich hoffe ich spreche das richtig aus oder Tanzu Community Edition das ist wohl ein Produkt im Portfolio wo man eben einmal das Thema mit Multiclouds angeht aber auch für Entwickler ist es gedacht dass man da eben eine Möglichkeit hat Kubernetes was ja relativ komplex ist aber nicht minder beliebt muss man ganz ehrlich sagen zu implementieren und das Ganze eben in seiner Enterprise Umgebung einzubauen da gibt es dann die Tanzu Community Edition die eben kostenfrei ist und ja baut natürlich auf dem Code der normalen traditionellen Umgebung auf und ich finde es interessant dass eben VMware da so in die Richtung Open Source geht weil das kennt man von denen eigentlich nicht also sie sind zwar sie unterstützen zwar die ganzen Open Source Geschichten aber die haben jetzt bis jetzt noch kein einziges Produkt zumindest weiß ich das ist nicht irgendwie als Open Source rausgetan das sind ganz neue Worte von VMware was ich jetzt nicht schlecht finde aber zum Beispiel den VMware ESXi den kennt fast jeder diese Virtualisierungs Umgebung der ist ja alles andere als Open Source und ist auch von Jahr zu Jahr deswegen bin ich da auch mittlerweile nicht mehr so der große Fan den für Lab Umgebungen zu benutzen der wird immer mehr zugenagelt und ja und man kann damit fast nichts mehr machen außer vielleicht irgendwie mal eine virtuelle Maschine zu booten dann hört es aber auch schon auf und ein paar Snapshots fehlt nur noch dass sie dann auch sagen ja also Snapshots das wird irgendwann dann ein Bezahlfeature werden ja deswegen gibt es auch immer mehr Leute die da einfach von weggehen und auch zu anderen ja anderen Produkten wechseln die auch ganz nett sind ja aber wie gesagt diese Geschichte jetzt mit Kubernetes das ist glaube ich nicht verkehrt vor allem die Einstiegshürde für Kubernetes ist halt schon relativ hoch muss ich ganz ehrlich sagen also da verstehe ich schon dass man da gerne so ein Management drüber haben will und was ich halt sehr reizvoll finde ist das Thema Multicloud weil das haben wir ja auch bei Kurs O4U also jetzt nicht bei Kurs O4U com aber bei der Services also habe ich ja schon mal erklärt dass wir dahinter ja noch ein Unternehmen haben wo ich Geschäftsführer bin und wir nutzen ja schon seit Jahren Multicloud Geschichten dass wir eben nicht nur einen Cloud Anbieter haben da alles reinstecken und ein ja ein standardisiertes Verfahren sondern wir haben verschiedenste Cloud Anbieter und verschiedenste Systeme und picken uns halt überall so die Schmankerl raus und das was wir halt brauchen und man muss auch ehrlich sagen jede Cloud hat irgendwo andere Stärken also wenn man sich eine AWS anguckt eine Azure anguckt jetzt um mal die großen Public Cloud Anbieter zu nehmen die sind alle sagen wir sie kochen alle mit Wasser aber die einen sind halt in dem Bereich besser die anderen in dem Bereich oder ein Office 365 mal gegen eine G Suite von Google wirft so da wird man auch Unterschiede feststellen wird sagen okay das eine ist mehr für die Firma geeignet das andere ist für die Firma besser geeignet und da wird es immer mehr eine Herausforderung das Ganze irgendwie unter eine Oberfläche zu kriegen und Sachen untereinander zu administrieren und zu verwalten und da ist sowas natürlich wahnsinnig spannend und ja gucken wir mal ich finde es auch interessant die VMworld die war ja diesmal auch wieder komplett virtuell ich könnte mir vorstellen dass VMWare nächstes Jahr sagt hey warum sollen wir überhaupt noch mal eine Präsenzveranstaltung machen bin ich sehr gespannt ja war auch mal so ein Livegoal da wollte ich mal hin als Admin mal so nach die ist ja glaube ich in Barcelona die europäische das wäre echt mal was gewesen aber naja gucken wir mal ja kommen wir von von Linux zu Linux oder Open Source zu Open Source bei Linux gibt es mal wieder oder was ist mal wieder aber es gibt eine neue Malware-Familie genau es wurde von dem Sicherheitsunternehmen Asset eine neue Malware-Familie entdeckt die wohl sich als Root-Kit auf den jeweiligen Rechner drauf hackt und da Proxys und Tore für einen weiteren Angriff öffnet bekannt ist das Ding seit ungefähr Mai 2020 also auch schon eine ganze Zeit wurde von ja hier Vast und Lacework als HC-Root-Kit entdeckt und beschrieben ja gut was sollen wir groß sagen für alle Linux-Anwender halt aufpassen der beste Viren also der beste Virenschutz bei so Zeug ist halt auch immer noch zwischen den Ohren und halt auch ein robust konfiguriertes System ja man muss ja auch dazu sagen die Gefahr bei der Geschichte ist wahrscheinlich geringer weil du hast halt nicht so viele DAOs die mit Linux umgehen ich wollte gerade sagen es wird halt denke ich auch gar nicht so inflationär verteilt richtig also für gezielte Angriffe kann ich mir das schon vorstellen also wenn es wirklich darum geht gezielt in Unternehmen einzubrechen aber ganz ehrlich da gibt es sicherlich auch andere Malware die verteilt werden könnte bei Linux auch und bei manchen Sachen muss man ganz ehrlich sagen da braucht man gar keinen Malware da ist einfach der Web-Server so schlecht konfiguriert oder irgendwelche offenen Datenbanken im Netz oder irgendwas oder Management-Zugriff von allen IPs auf irgendwas da braucht man gar keine Malware da nutzt man einfach bestehende Schwachstellen aus und bricht dann da ein einfach also ja aber ich fand es auch mal wichtig hier wichtig und richtig mal zu erwähnen dass es eben auch bei Linux da öfters mal was wer geben kann und wer behauptet auf Linux gibt es keine Viren der hat keine Ahnung keine Ahnung beziehungsweise weiß nicht wovon er redet beziehungsweise weiß vielleicht wovon er redet aber ist halt einfach plapper Zeug nach und so weiter genau verblendet vom Pinguin genau gibt es auch es gibt aber auch die Leute es gibt genug verblendete überall genau es gibt auch die vom Apfel verblendet sind also ich habe neulich erst wieder die Diskussion geführt für Mac braucht man doch kein AV oder braucht man doch keine Security die Zeiten sind glaube ich vorbei das ist mittlerweile nicht mehr so naja gut was auch vorbei ist kommen wir vom einen vorbei zum nächsten vorbei und zwar die Dreamhack in Leipzig wird nicht fortgeführt der Vertrag mit der Messe Leipzig läuft dieses Jahr aus und wurde nicht verlängert jetzt ist natürlich die Frage was passiert mit der Dreamhack es ist im Gespräch oder zum Überlegen dass sie wohl auf eine andere Stadt verlegt werden soll aber jetzt groß ist noch nichts bekannt und die also es wurden jetzt auch noch keine größeren Gespräche oder so soweit ich weiß mit anderen Veranstaltungen geführt ja muss mal schauen was draus wird ich weiß jetzt auch nicht wie die also der Besuch der Dreamhack der letzten Dreamhack Leipzig der letzten Jahre war die war so immer auf meinem Kalender gestanden ich bin aber nie wirklich hingekommen ich wollte gerade sagen das war nämlich auch immer so ein Ding wo ich mir die kann man sich mal anschauen aber man hat nie so richtig die was weiß ich die Zeit aber nie so den Antrieb gefunden da wirklich mal aufzuschlagen was ich halt mitgekriegt hab von der Dreamhack dass die halt gerade für YouTube Fans dann teilweise ganz angenehm war weil da auch ganz große YouTuber am Start waren und dadurch dass die nicht so überfüllt war wie die Gamescom ist man da wohl leichter auch mal an Autogramme oder auch mal an kaum vorstellbar an ein normales Gespräch mit dem YouTuber rangekommen weil halt eben nicht so der Andrang da war und weil es eben nicht so voll war und überlaufen wie bei der Gamescom also ich hätte es mir gerne mal angeguckt aber jo müssen wir mal gucken in den Niederlanden wieder rum wo die glaube ich auch herkommt findet die weiterhin statt also die also die Dreamhack an sich ist nicht aus nur die Leipziger genau weil da habe ich erst noch einen Termin gesehen dass es da oder Oslo ich weiß jetzt ich glaube das war ein nordisches Land irgendwie da oben die da oben das hat auch in Schweden also Schweden ja genau jo gucken wir mal ich glaube also wenn die mal wieder sollte die in Deutschland irgendwo stattfinden Leipzig die Messe ist wirklich geil muss man ganz ehrlich sagen also ich finde auch die Buchmesse und so Leipzig passt perfekt was natürlich liebe Veranstalter für uns ganz toll wäre Nürnberg die haben auch eine tolle Messe und haben einen tollen Pressebereich und da könntet ihr das doch auch stattfinden lassen da wären wir auf jeden Fall am Start ansonsten Messe München ist vom David auch nicht so weit weg also München wäre auch nur aber es ist wahrscheinlich für so eine Geschichte zu teuer deswegen Nürnberg Leute denkt mal drüber nach ja so am Ende habe ich noch ein kleines Schmankerl für die Leute die es noch nicht mitbekommen haben ich wollte es auch mal thematisieren weil es irgendwie in der Presse also nur in der absoluten Fachfachpresse stattfindet der E-Cannonball der fand dieses Jahr auch statt was ist der E-Cannonball vielleicht kennt der ein oder andere den Begriff Cannonball das ist ja eher da ist ja eher so ein illegale Autorallye gemeint der E-Cannonball ist aber alles andere als illegal weil er findet in Deutschland statt und ist hochreguliert und das ist auch keine richtige Rallye sondern eher eine ja Elektromobilitäts Vergleichsfahrt wo halt Challenges bewältigt werden und wo es darum geht nicht möglichst schnell von A nach B zu kommen sondern möglichst effizient oder überhaupt da anzukommen oder mit möglichst wenig Ladestops und so weiter und das ist ein sehr interessantes Event was halt von zum Beispiel dem YouTuber Owe Kröger den kennt man vielleicht auch ist halt so ein Elektroauto Enthusiast ja erfunden wurde gibt es jetzt seit 2018 und ich fand dieses Jahr das Event halt wirklich sehr geil und auch den Livestream also die haben sich richtig richtig was das Ganze auch kosten lassen mit Sponsoren und so weiter und es war auch alles andere als langweilig weil da ist jetzt nicht nur Tesla gegen Tesla gefahren sondern war eigentlich alles was die Elektroautomobilität vom VW über Hyundai über irgendwelche chinesischen Geschichten oder irgendwelche Prototypen oder umgebaute Verbrenner die jetzt elektro elektrifiziert wurden von irgendwelchen Enthusiasten also richtig geile Geschichten waren da dabei und die sind diesmal von Berlin nach München gefahren also ich glaube Unterföhring hieß das genau wo die dann dahin sind und dort gab es jeweils dann so eine Auftaktveranstaltung wo dann eben auch Leute sich dort die ganzen Elektroautos angucken konnten und dann halt auch mit den Fahrern sprechen konnten und dann eben an der Zielgerade war dann halt ein Zieleinlauf alles mit Livestream auch mit Reportern an der Strecke die dort das Ganze begleitet haben zu denen geschaltet wurde an die Strecke es wurde in die Autos reingeschaltet mit den Fahrern gesprochen jedes Auto hatte einen GPS Tracker man konnte auf einer Karte auf der Website konnte man nachvollziehen wo die Autos gerade sind fand ich auch ganz interessant dass hier bei uns in Coburg die Leute dann zum Beispiel unseren Hypercharger in Coburg genutzt haben und der eine das war ein Tesla Roadster der ist sogar dort liegen geblieben der musste dann halt von der Autobahn geschoben werden also es war ganz interessant und der Livestream war sehr unterhaltsam den kann man sich als Aufzeichnung auch noch geben ist sehr lang würde ich jetzt nicht am Stück komplett mir geben aber es ist durchaus interessant und ein sehr sehenswertes Event und da wurden auch keine Kosten und Mühen gescheut also da wurde richtig investiert auch seitens der Sponsoren und wie gesagt alles privat organisiert und da muss man wirklich sagen Respekt auch an Owe Kröger der das ganze seit einigen Jahren macht und er hat auch gesagt es wird nicht der letzte E-Cannonball sein und ja Horst Lüning ist da auch schon mal mitgefahren wen wundert's das ist ja auch so ein Elektro Auto Enthusiast aber es ist wirklich ein tolles Event und ich kann da auch nur empfehlen wer sich dafür interessiert für sowas auch allgemein für Autos interessiert der kann da auch beim nächsten Mal vorbeischauen und da gibt es auch wirklich geile Umbauten irgendwelche alten Opel oder so ein VW Bulli Bus der dann umgebaut wurde oder so ein klassischer Touran der dann elektrifiziert wurde aber auch ganz klassische Elektroautos also wirklich alles vom billigsten bis zum teuersten ist da mitgefahren also die Rennleitung achtet da auch drauf oder der Veranstalter Rennen ist es ja nicht der Veranstalter achtet da auch drauf dass da irgendwie bunt gemischt alles dabei ist und deswegen nettes Event Steffen ich habe gerade mal geguckt wenn es um den Opel geht der da auch auf der Seite verlinkt ist das ist kein modernisiertes Altfahrzeug das ist ein Konzeptfahrzeug von Opel genau das nicht richtig der Opel nicht aber der der Bulli oder zum Beispiel der Turan die sind umgebaut gewesen richtig gut dass das nochmal erwähnst nicht dass man jetzt in den Kommentaren da von E-Mobilisten radikal angegangen wird nein ich bin ja ich bin selber Fan der Elektromobilität deswegen finde ich das Event ja auch toll klar und da muss man dann genau sein was auch ganz nett war dass zum ersten Mal auch Elektromotorräder dabei waren und ja also wie gesagt ist ein empfehlenswertes Event und findet leider so ein bisschen nicht oder was ist so ein bisschen findet halt nicht wirklich in den Medien statt und deswegen wollte ich das nochmal erwähnen die Berliner Zeitung hat ja auch am Anfang so ein bisschen reiserisch getitelt mit illegales Autorennen war natürlich auch so ein bisschen als ja wie soll man es sagen war so ein Aufreißer halt oder so so ein na jetzt fehlt mir das Wort du wirst was ich meine oder nein was auf YouTube auch immer gemacht wurde mit den Fubnails Clickbait genau Clickbait danke naja gut wie gesagt wenn es euch interessiert wenn ihr da ein bisschen was mitbekommen wollt vom Thema Elektromobilität was da so geht und dann guckt euch das an und wie gesagt nächstes Jahr findet das Ganze im September auch wieder statt da steht glaube ich noch nicht ganz fest von wo nach wo und welche Challenges und so weiter das wird dann auch noch bekannt gegeben und sicherlich wieder ein Highlight aus meiner Sicht gut dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig euch zu sagen schaut auf die Umfrage der Woche Umfrage der Woche vom Kurs auf you.com stimmt da ab natürlich alles auch in den Shownotes verlinkt vielen vielen Dank fürs Zuhören ich hoffe ihr seid uns auch treu geblieben nach der langen Sommerpause und ich hoffe dass ich nächstes Mal wieder mit Bild dabei bin ansonsten ist natürlich ein Abo und ein Daumen nach oben und ein Kommentar immer ein Träumchen immer gerne erwünscht empfehlt uns weiter ihr könnt uns wenn ihr auf YouTube gerade zuguckt ihr könnt auch auf den ganzen Podcast Plattformen uns zuhören wenn ihr sagt hey die Chaoten die brauche ich nicht sehen die möchte ich einfach nur hören dann könnt ihr das auch über die klassischen Wege wie eben Spotify Deezer oder auch als klassischen RSS Feed anhören ihr könnt die auch auf der Website als MP3 downloaden registriert euch bei uns auf der Website ist kein Fehler da könnt ihr auf jeden Fall einiges machen guckt euch das an ihr könnt auch Vorschläge abgeben und in diesem Sinne bleibt uns gewogen bis zum nächsten Mal wir sind hier raus Servus Servus Ciao Servus 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 Bis zum nächsten Mal. Da hörst du schon die Helikopter kommen, um sie abzuholen. Als was definierst du dich? Apache Kampfhelikopter. Ja, oder dann als, da ist dann immer noch die beste Antwort drauf, nein, ich identifiziere mich als M42 Stinger. Genau, oder so. Ja, Mobility, das geht zu weit. So, dann werde ich jetzt mal hier auch Audacity öffnen. Also, stimmlich bin ich heute auf jeden Fall nicht so gut. Heute sind wir auf jeden Fall sehr liberal, oder? Der liberale Steffen und der liberale David. Wir gucken mal, es wird heute auf jeden Fall eine lustige Sendung, das habe ich im Urin, das wird heute echt... Wird liberal, ja. Ich würde, am liebsten hätte ich den Felix noch mit dazu gepackt, aber der hat ja heute Geburtstag, da wollte ich mir nicht mit sowas noch ärgern. So. Felix ist unser Quotengrüner. Ups. Linksgrün versifft. Allesamt. Warte mal, wir haben noch ein paar Themen, die müssen wir eventuell noch umbesetzen. So, nice. Weil der Georg heute nicht da ist. Ach, das macht der Tobi einfach. Der Kröck. So, was haben wir hier? Also Spaceless ist ja schon ganz nice. Tobi, das... Was haben wir hier? Ja, das ist nett. Ich habe jetzt einfach auf meinem Tablet unten als Drittmonitor einfach unsere Jitsi-Übersicht. Praktisch. Jetzt brauche ich mir nur noch ein Tablet. Tja, das ist halt mein uraltes Samsung Galaxy Tab A 10.1. Das sagt sich halt hier, Geringverdiener, geh weg. Genau. Als liberaler FDP-Wähler. Die sagen jetzt, bevor ich mir eher ein Tablet kaufe, wäre ich mir wahrscheinlich ein Wesermount und ein Kaufer M-Switch. Dann ist der jetzt dann fertig. Ich muss noch Windows installieren. Wie, da ist kein Windows drauf? Nee, da ist kein Windows drauf. Ja, woher bekomme ich das? Und ich so, wir haben dir ein Angebot geschickt für die Windows-Lizenz. Davon weiß ich gar nichts. Du kannst versuchen, auf dem BIOS zu zocken. Genau. Ich installiere Linux und dann viel Spaß. Ja, aber am besten irgendwie sowas. Nee, nee, nicht mal installieren. Du legst einfach nur einen Stick dazu mit Gento unkompiliert. Oder Arch oder so, ja. Arch geht noch nicht. Da gibt es nichts Dollar. Nee, Tobi, FreeBSD. Du willst die Welt abbrennend sehen, oder? Ja. Ich habe letztens mit FreeBSD, habe ich echt mich so aufgeregt letztens. So recht. Naja, an sowas gehe ich ja gar nicht an. Obwohl du gesagt hast, Arch, das System, was ich habe, Manjaro, ist ja der Arch. Ja, genau. Und ich habe jetzt mittlerweile mal geguckt, nur so als Scheiß. Arch hat ja mittlerweile sogar Installer, die du über GitHub und so weiter besorgen kannst. Also das ist wohl gar nicht mehr so die ganze schwarze Magie. Ich bin inzwischen an dem Punkt, wo ich mir einfach ein Installationsscript geschrieben habe, wo es universell auf sämtlichen Linux-Kisten meine präferierten Sachen installiert. Weil ich keinen Bock mehr habe. Das ist halt der Linux-Weg. Ja, ich habe mir das halt irgendwie in GitHub reingeschmissen. Privates Repository. Und wenn da irgendwas ist, editiere ich das. Und dann installierte mir halt schön meine, ähm, wie heißt es denn? Meine ZSH, OMYZSH, VIM und den ganzen Spaß. Jetzt wüsste, ZSH hatte ich die ganze Zeit nicht drauf. Ja. Habe ich mir dann mal irgendwann nachgezogen. Beste Entscheidung aller Zeiten. Ja, das ist halt schon echt geil. Dann noch schön mit dem GitHub-Erweiterung und so weiter. Richtig, das macht halt schon dann echt Laune. Mit der GitHub-Erweiterung, das ist schon für Konsolen-Liebhaber, da kannst du Spaß mit haben. Und dann kommt es mir wie ich ums Eck, der halt einfach mit VI arbeitet. Naja, das ist komisch, aber okay. Jeder hat seinen Fetisch. Das ist, ja. Talk nerdy to me. Alter, es ist tatsächlich so, dass ich Probleme habe, aus dem Nano rauszukommen, weil es ist einfach für mich zu einfach. Es ist mir zu einfach. Ich denke halt immer so, kommen wir jetzt nicht so, Escape-Doppelpunkt-WQ, hä, das geht hier nicht. Ach, das ist Nano, warte. Steuerung, was ist das jetzt? Talk nerdy to me. Ich weiß, wie man VIM zumacht. Letztens hab ich mich so aufgeregt. Ich hatte irgendeinen Installationsfehler auf ner Linux-Kiste. Und ich so, ja, okay, dann zieh ich mir halt auf so'n Lok das raus, das Lok so 20 Gigabyte. Ich so, okay, das mach ich jetzt mal nicht mit nem Cut. Dann hab ich mir überlegt, ja, wie zieh ich mir jetzt die Scheiße da raus? Und ich so, okay, nimmst du SED und baust dir da deinen Scheiß zusammen, was du rauskriegen willst. SED, ganz schwierig. Und dann war das halt einfach ne uralte Version von SED, die halt einfach nur irgendwie vier Sachen konnte. Und ich stand so da so, fuck. Und dann hab ich mir ein Skript schreiben müssen, was halt einfach die Scheiße aus dem Lok rausgibt. Das ist so, brainfuck. Und dann irgendwann so festgestellt so, ach so, das ist ne uralte Sun-Kiste. Deswegen kann das Teil das nicht. Da läuft halt noch irgendwas von Anno dazu mal drauf. Das ist eh das Beste, wenn du so mitkriegst. So, ja, okay, eigentlich müsste es gehen. Aber warte mal, die Repository sind irgendwie uralt. Oder ist es dann irgend so eine uralte Linux-Kiste, die du eigentlich schon gar nicht mehr am Netz haben solltest, weil der Karn halt schon noch mundgemeißelt war. Mundgemeißelt. Alter, ich weiß, was ich vermisst hab, ey. Da die so versöhnlich den Mund dran kam. Komm, hat ne Benachrichtigung. CF ist rollig. CF, der ist ihm doch heut. Ja, deswegen. Eigentlich müsste ich mal hier noch Dings mitlaufen lassen, ne? Outer City, wenn wir jetzt eh schon Pre-Show, ne? Outer City. Auf dem Server läuft schon. Ah, wunderbar. Wenn, wenn, ja, wenn die Pre-Show da nicht drauf ist, dann ist er halt weg. Kann man auch nicht helfen. Man kann Comedy nicht erzwingen. Ja, es kommt drauf an. Hast du Drogen und, äh, Bandschleifer oder so? Die, die Mail, die ist auch geil. Ich hab die ja auch bekommen, jetzt CF ist rollig. Und dann machst du die Mail auf. In Darm gepresst. Currywurst festgepresst. Alter. Schöne Grüße, CF, ey. Wenn du das hier siehst, äh, keine Ahnung, aber das ist CF einfach so. Adam ist heute reiten, das ist heute einfach, das ist das erste Mal reiten mit Banana Bambi. Kannst du dir nicht ausdenken, das ist einfach geil. Das ist halt, äh, zu viel oder zu wenig Drogen. Leute, ab, abonniert Skyline TV. Äh, Adam, Grüße gehen raus. Falls du mal wieder unseren Podcast hörst. Ähm, jo, ähm, naja. Gut. IAA, er spricht dich einfach ein bisschen von der IAA, ne? Ja, genau. Mal schauen, ob wir dann auch gecancelt werden. Wurden wir doch eh schon. Die Erfahrung, das, äh. Ich meine, es ist ja interessant, dass viele, dass viele ja die gleiche Erfahrung gemacht haben wie du. Ja, 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 ich meine. Auch was, äh, der andere David berichtet hat, das war ja eigentlich im Prinzip das Gleiche. Nur halt aus der Sicht eines, eines jemanden, der dafür Geld auch noch ausgegeben hat. Und, äh. Ich hab ja so einen Arsch gebissen, Alter. Ja. Und, äh, genau. Darüber können wir noch reden. Da brauch ich noch die Bilder oder die müssen wir noch in die Galerie hochladen. Stimmt, ja. Aber vielleicht, wenn wir da noch Zeit haben, äh, dann kannst du die gleich, äh, uploaden. Ja, ja, genau. Die Bildschirm. Ähm. Die Bildschirm. Was haben wir dann noch? Ja, ja, gut. Twitch. Der ist ja jetzt, ist ja auch geil. Heute jetzt veröffentlicht, heiße hier. Ähm. Ja, Twitch sagt hier, ja, ja, ist halt ein Softwareproblem gewesen. Ja, ja, ist klar. Oh, eines Servers, oh, ist halt auch ein Problemchen gewesen. Und, naja, es ist ja, ach, das ist ja auch nicht problematisch, weil die vollständigen Kreditkartennummern sind ja angeblich nicht bei Twitch gespeichert. Wobei, das glaube ich denen auch, weil die wahrscheinlich einen externen Payment-Dienstleister haben. Wahrscheinlich Amazon Pay oder so. Ähm. Ja. Kurz zusammengefasst. Upsi. Ja, kann, kann mal passieren an einem schlechten Tag, da, ähm. Ja, gut, das ist, aber es ist auch interessant, mal so die, die ganzen, ähm, Streaming-Einnahmen von so manchen Streamern zu sehen, ist schon. Twitch, das wollte ich mir seit Wochen durchlesen, aber hat irgendwie nie mich aufgerafft, das zu machen. Und, ähm, dann den Teaser, da müssen wir halt mal überlegen, was wir heute als Teaser machen. Warum ihr am 4. Oktober kein Facebook, Instagram, WhatsApp nutzen könnt. Condit, ja. Condit. Ja, genau, irgendwie sowas. Ja, wir wissen alle, es waren... Vielleicht fällt mir auf den Klo noch was ein. Wurde gerade sagen, wir wissen eh, alle, es waren die Reptiloiden. Genau, ja, ja. Aber das war mir so klar, dass da was kommt, ey. Ich hab das gelesen, dachte mir so instant, hundertprozentig wird sich da wieder irgendwas finden. Ja, ja, natürlich. Und dann, ja, und der, der große hier, was auch immer, ist ja, ist klar, Leute. Die Reptiloiden schlagen bald los mit Hitzestrahlen, kommen sie aus der Arktis zurück. Ja, genau. Ach Gott, schon komische Menschen. Aber wie gesagt, da gibt's auch so ein witziges Teil, da haben, äh, manche Leute haben ja schon diese Internetausfälle, nur weil's mal in der Stadt mal, in das Internet mal irgendwie für ein paar Minuten nicht ging. Ja. Da, ähm, auch ein super Subreddit hier, äh, 600 Euro. Wenn ihr das was sagt. Nee, nicht, das weiß ich nicht. Musst ihr dir mal angucken, das ist, ähm, so ein, so ein Subreddit, wo halt lauter von hauptsächlich deutschsprachigen, so, so Schwurblermeldungen und so Shit sammelt werden. Okay. Und, es ist, das ist halt ein total, teilweise ein Tal, Panitbüchener, Mist. Naja, glaub ich. Das ist Wahnsinn. Wobei, also manchmal ist es dann wirklich traurig zu sehen, weil das liest sich dann schon wie Leute, die halt echt geistig Probleme haben. Also es ist dann weniger, weniger von, äh, halt, Leuten, wo halt nur irgendwelche Verschwörungstheorien sind, sondern wo dann wirklich, wenn du so durchliest, merkt, okay, da ist, äh, da hat irgendjemand den Paranoia-Medizin nicht genommen. Mhm. So, mal noch das Patchkabel von der Tastatur legen. Ich bin bei der neuen Tastatur halt echt zufrieden. Ich hab mir ne, ne Keychron geholt, falls ihr die was sagt. Nee, sagt mir nix. Ähm, ziemlich geil. Kost, oh. Okay, ne, ja, die ist mir, die ist mir zu klein, muss ich sagen. Ja, ist halt ne Tenkeyless tatsächlich. Weil ich hab, äh, hier n, n Cherry MX Board. Ja. Also ne, 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 ne volle. Hatte ich davor auch, genau. Ich hab mir die geholt tatsächlich, ich wollte es mal ausspielen, tatsächlich am Anfang überhaupt jetzt sogar amerikanisches Layout oder englisches. Aber dann dachte ich mir, ne, ne, ist dann irgendwie dann doch zu krass und stimmig vielleicht. Ne, das ist, das ist schade. Aber das Ding ist halt geil, weil es hat halt Gatoron Brown, die sind noch ein bisschen hochwertiger als die Cherry tatsächlich. Ähm, und kompletter Full-Aluminium-Body. Ähm, und ja, gut, RGB haben sie auch komplett. Kannst die Keys auch, die Keys und auch die Switche tauschen. Und hat USB-C, ist auch sehr geil, und, äh, Bluetooth. Und das ist halt ganz praktisch, weil dann hab ich halt meinen Firmen-PC über Bluetooth verbunden und meinen Privatrechner über Kabel. Und muss dann nicht mehr umstecken, weil das hat mich so genervt. Ja, siehst du, weil das ist nämlich zum Beispiel was, wo ich gern möchte, ich will mir so ein KVM-Switch in die Püche stellen. Das soll einfach praktisch eine Dockingstation ranhängen kannst. Mhm. Und dann ballerst du halt alles über diesen KVM-Switch drüber. Ja, das hatte ich am Anfang auch überlegt, aber mir war das dann irgendwie ein bisschen zu nervig, jetzt immer alles umzudrückst und was auch immer. Mhm. Aber, ja. Na gut, ich hätt's dann wahrscheinlich so gemacht, ich hab hier einen Schreibtisch, der unten frei ist komplett. Der also wie so ein C geformt ist, sag ich jetzt immer. Und dass du einfach sagst, du nimmst halt zwei, zwei so Klemmen oder was, und machst dann diesen Block von KVM-Switch praktisch unten an den Tisch ran, dass du... Das hab ich bei mir mit, 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 tatsächlich, ich hab auch so einen kleinen USB-HDMI-Switcher. Und da hab ich einmal den Pi dranhängen und einmal meine Management-Kiste. Das ist so ein etwas kleinerer Thin-Client, den hab ich auch einfach drunter gespaxt. Und da hängt jetzt auch mein Audio-Interface unter dem Tisch, weil's einfach echt praktischer ist. Ja, nee, also wie so, dass man so sagt, okay, da macht man sich halt noch so wie so eine Schublade oder was, wo man dann einfach sagt, okay, Teil 1 ist Dockingstation, Teil 2 ist... Ja. Ist das aber, wie gesagt, ich denke, das muss ich mir erstmal überlegen, falls ich mal hier aus dem, aus dem Einzelnen-Wohnklo rauskomme. Dass ich dann erstmal vernünftig... So. Ja, okay, dann... Ich bin halt einfach omnipräsent. Dann hoff' ich mal, dass ich das hochpegeln kann. Ja, das ist aber nicht die Aufnahme. Pegel! Wir brauchen mehr Pegel! Mehr Energie! Also diese neue Systemsteuerung, das... Ja. Ich find nichts mehr. Tja. Das war wohl so lustig, dass ich das eingerichtet hatte. Julian und Sophia, schau' mich so an, so... Wie kannst du so schnell sein? So, ich weiß einfach, wo ich hingreifen muss. Ich weiß, was ich tue. Das war so lustig. Julian und ich haben Testonovs gespielt, dann hat er mich halt echt abgezogen. Dann hat er gesagt, maja, dabei ist das so easy. Und ich so, sagt der, der nicht mehr einen PC zusammenbauen kann? Und dann... Er so, ja, ist immer Ansichtssache, ne? Und dann sagt er so, ne? 200 Kilo Deadlift ist auch einfach. Und ich so, ja, okay, hast recht. Ja, ist schon sehr lustig. Ja, der würde mich wahrscheinlich so dermaßen auseinandernehmen. Alter, der hat dein Homegym für 40.000 stehen, Alter. Ich bin so ins Homegym rein, schau' so, denk mir so... Okay, aber da brauchst du gar nicht versuchen bei den Gewichten, das Ding. Da brauchst du... Nein, dein Rücken wird einfach zerbrechen. Ja. Dann schießt du so die Bandscheibe zack nach hinten raus. Du weißt halt irgendwie so die 40 Kilo Scheiben drauf, denkst du so... Oh Gott. Bin ich jetzt lauter? Ja. In der Tat. Wir können hören. Könnt ihr mich hören? Ja, wir hören. Mordetetotalen Podcast. Ne, ist das jetzt ausreichend? Oder soll ich noch ein bisschen höher pegeln? Weil ich könnte noch ein bisschen höher. Ich denke, das ist so in Ordnung. Der Pegel ist immer gut. Ne, das mit dem totalen Podcast kann ich sagen. Ich habe jetzt mittlerweile die Frisur dafür. Aber das ist normal. Ja. Das Bärchen fehlt noch. Hast du ein Edding da? Warte mal. Ich kann hinten Modellfarbe holen für die Tabletop-Minis. Der Podcast, Adolf. Ja, wir hatten es vorhin schon drüber gehabt, wegen im Osten und Konzerte. Ja, wegen Konzerte habe ich gemeint, da würde ich dann auch nicht auffallen. Da könnte ich einfach in die Innenstadt und das ist kein Problem. Ja. Das könnte höchstens sein, dass wir dann sehr komische Freunde sehr schnell bekommen oder irgendwelche Leute, die sich dann anschließen, weil die Dinge hier gleichgesinnt. Wollte gerade sagen, solltest du halt den Arm unten lassen. Das ist dann immer mehr blöd. Wie zum Beispiel die Vorsitzende jetzt von der Grünen Jugend, die hat ja auch so ein bisschen... Das ist geil. Die hat übrigens, David, die ist ja nicht nur homophob, die hat jetzt auch noch... Ist auch dumm. Ja, das sowieso, die haben jetzt noch einen Tweet gefunden. Das geht meistens Hand in Hand. Die haben jetzt auch noch einen Tweet gefunden, wo sie unter einem Hakenkreuz einfach heil kommentiert hat. Von der Grünen Jugend, auf Twitter. Alles klar. Ja, also die... Kann man mal machen, sollte man aber nicht. Die ist jetzt die Vorsitzende da, also die ist schon ein bisschen verstrahlte Leute, die da bei den Grünen teilweise... Ja, oder eben nicht verstrahlt in dem Fall. Ja. Alter, was hast du für eine Tastatur, David? Das sind Brown-Switches. Der hat sich jetzt mittlerweile so eine Tastatur besorgt, dass er ein No-Art-Detektiv schreiben kann. Dann macht er dann... Machen wir so einen Sepia-Filter drüber und dann sitzt er dort. Genau. Es war eine verregnete Nacht. Es war eine verregnete Nacht, sie kam in mein Büro. Aber hey, ich habe auch noch eine IBM Model M, wenn ihr es laut haben wollt. Mit den schönen Federn drin, die dann so schön klicken. Ja. Die ist lauter als Blue-Switches. So. Genau. Also dann würde ich sagen, wer macht euch das Thema? Wird es ein Teaser? Steht doch. Achso, ne. Ich hätte jetzt... Wo willst du alle drei anteasern? Ich hätte den Teaser gemacht. Ja, dann hau raus. Du sagst Bescheid wegen dem Aufnahmedrücken. Ganz entspannt hier. Ja, ich würde runterzählen, wenn ihr soweit seid. Dann nochmal durchhusten. Noch mal kurz, wenn ich das durchziehen hatte. Ist das ein gutes Stoff, ne, hier. Ist übrigens nur Salz. Achso. Ja, ja, genau. Würde ich auch sagen. Urkristallsalz. Ja, ja, klar. Kristallsalz. Ciao. Puppeln gehen auf, hast du noch Schwarz in den Augen. Das kann wieder was werden. So, jetzt Aufnahme. Das ist genauso wie vorhin. Hat sich nichts verändert. Ja. So. So, mal schauen, was das heute für eine Shitstorm-Folge wird. Das könnte ja interessant sein. Ja, ja. Haben wir jetzt irgendeine politische Einstellung noch nicht beleidigt? Ich glaube, wir sind ziemlich... Wollte ich gerade sagen, sind wir ziemlich gut durch. Ja. Ja, gut, aber ich meine, man sieht ja auch bei uns hier, wir sind da nicht komplett irgendwie in eine Richtung, einer Meinung. Es spiegelt eigentlich ganz gut... Also, wir haben einen gemeinsamen Nenner. Gegen Rechtsradikalismus und Linksradikalismus. Gegen Radikale und für Freiheit. Genau, so. Und im Prinzip ist es ja auch das, was zum Beispiel die ganzen jungen Wähler gewählt haben und so. Ja. Also, ich finde das jetzt eigentlich ist eine ganz gute Geschichte. Nee, das ist... Und ich meine, irgendwelche Faschos hier auf dem Kanal möchte ich sowieso nicht haben und irgendwelche Kommunisten oder so. Auch nicht. Also, wir haben aber, ich habe, das siehst du, das wollte ich als Schwank auch nochmal in unsere, in unser Team, Teams-Team schicken. Ähm, ich habe mal geguckt, wir hatten jetzt durch die Ken Jebsen-Folge, ich weiß noch, ob du da dabei warst. Nee, ich war nicht dabei, aber ich habe es mitgekriegt, was. Da haben wir einige Abonnenten bekommen. Also, die kann... Also, auf YouTube hat die Folge ziemlich viele Abrufe, ungewöhnlich hoch für YouTube. Liegt halt wahrscheinlich da dran, dass die gefunden wurde. Ähm, und wir haben da jetzt Abos von Leuten, die halt wirklich Sachen abonniert haben, wo du dich echt fragst. Huiuiui. Also, so Attila-Fanboys sind da bis ich bestimmt fahre. Die Folge mit KNFM drin? Jaja, da rede ich gerade drüber, dass wir da einige Abonnenten bekommen. Die hatten lustigerweise Jürgen heute auch noch angeklickt, weil die ihm vorgeschlagen wurde. Weil sie nach Kuso4U gesucht hat, war das irgendwie einer der Ersten, die ihm vorgeschlagen wurde. Das ist halt so... Das ist... Also, die Folge, was mir halt auffällt, ist halt, dass relativ wenig Leute, ähm, da irgendwie böse kommentiert haben oder so. Aber es ist halt wahrscheinlich, weil wir halt eben, äh, ihn jetzt nicht beleidigt haben so, sondern weil wir uns einfach ganz offen mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ja, genau. Und, ähm, also, es ist interessant. Die Folge wäre wahrscheinlich nicht so ausgegangen, wenn Felix dabei gewesen wäre, weil er ist ja auch der Meinung, dass man mit so jemand wie Ken Jebsen nicht mehr reden sollte. Finde ich schwierig, weil damit schürst du nur noch mehr Probleme. Das kannst du nicht machen, du musst die Leute anhören, weil sonst ist es das Problem, weil dann steigerst du die nur mehr in ihren, in ihren Waren rein und bestärkst sie eigentlich da drin, dass sie eben von der Zentralregierung, äh, kontrolliert werden und was weiß ich. Also, das ist, denke ich, der falsche Weg. Das, aus meiner Sicht ja auch, das Witzige ist ja, ähm, dass nach dem Interview bei Holger, Ken Jebsen zu Holger gesagt hat, er würde sich mehr solche Interviews wünschen, weil ihn laden nur noch Leute aus den eigenen Kreisen ein. Ja. Ob es er das so sagt, dass er sagt, ja, äh, ich hab ja nie jemanden, mit dem ich mich ernsthaft streiten kann über solche Themen, weil die ganzen anderen Medien, die wollen mich gar nicht. So, und, äh, ansonsten werde ich halt immer nur von Fans, in Anführungsstrichen, eingeladen, die dann halt ein wohltätiges Interview führen, aber da kommt kein richtiger Diskurs auf und keine Meinungsverschiedenheiten und Reibungen. Deswegen fand ich es zum Beispiel damals auch so gut, da ist ja der JP wahnsinnig dafür kritisiert worden, dass er, ähm, sich hat von Ken Jebsen interviewt und das eine Stunde lang. Mhm. Ähm, wo ich dann auch sage, so, aber, ich mein, weißt du, wenn du mit den Leuten nicht sprichst, wie es Tobias gesagt hat, du machst es ja nicht besser, du gießt ja nur noch mehr vor Öl ins Feuer einfach mit so einer Scheiße, weil die noch mehr in ihrer eigenen Bubble sind. Und, äh, tatsächlich war das ja auch so. Ja, nicht nur in ihrer eigenen Bubble, du bestärkst sie auch in ihrem, eigentlich in dem Glauben, dass alle gegen sie sind. Genau, und tatsächlich war es so, ich mein, das muss man jetzt einfach mal sagen, handwerklich ist ein Ken Jebsen halt einfach gut. Der ist halt immer noch ein Journalist. Genau, unabhängig von seinen, von dem, ich sag mal, von dem Background oder, oder das, was er vertritt, ja, macht er sein Handwerk echt gut. Das ist einfach so. Und wenn du dir das Video zum Beispiel mit JP anschaust, das ist halt einfach echt gut und die sprechen dann auch offen darüber und du hast halt nicht das Gefühl, dass es wieder so eine, also du hast nicht so viel, dass es in irgendeine bestimmte Richtung geht, sondern es ist einfach, sie diskutieren auch sehr kritisch über sehr viele verschiedene Themen und das kann er einfach sein Handwerk. So unabhängig davon, dass er halt vielleicht geistig in anderen Sphären unterwegs ist, die ich nicht unterstütze, aber, ja. Ja, also da muss man echt die, muss man echt ein bisschen aufpassen. Also das ist mir dann von, von Felix auch ein bisschen zu, äh, weiß ich nicht, der ist da zu totalitär in seiner, äh, in seiner Liberalität in manchen Sachen, wo ich mir dann denke, hm, schwierig. Also bei solchen Leuten, die, ich meine, dass man sich jetzt mit jemandem unten nicht unterhält, was weiß ich, der, der völlig, also wo man mit dem gar nicht... Der Kinderpornos dreht oder so. Ja, oder der, der zum Beispiel, was weiß ich, zum Sturm auf dem Reichstag oder Merkel erhängen oder irgendwie sowas. Die Leute, die sind dann halt wirklich, aber bei jetzt... Oder Leute, die auf Twitter schreiben, du bist eins Pimmel und deine Haustür suchen kriegen. Ja. Nein. Ja, das ist auch eine andere Geschichte. Naja, wir gucken mal, was für Zündstoff in dieser Folge, äh, steckt. Okay, dann bin, dann kann ich mich erstmal irgendwo dann in die Röhne absetzen. Ja, genau. Ich bin, ich bin ja dafür redaktionell verantwortlich. Das war ja dann auch die Aussage von Felix, wenn ich das verantworten kann, dass hier über Ken Jebsen positiv geredet wird, wo ich gesagt habe, naja, positiv lasse ich mal da hinstellen, ne, aber dann ist es so. Ergebungsoffen. Ja, also es war ja eher so, wo wir, das, das Gespräch war ja eher so, naja, man kann mit ihm reden, vielleicht sollte man sogar mit ihm reden und, äh, die Aussage war auch so, dass er ja noch einer der Gemäßigten ist und dass er aber, dass das halt auch gefährlich ist, weil er das halt als Ex-Journalist und als jemand, der rhetorisch sehr gut ist, der kann solche Schwurbeleien halt wunderbar verpacken und Leute, die halt da leichtgläubig sind, fallen da drauf halt rein, ne. Das war ja eher so der Ausgang und deswegen, also das ist was, was ich auf jeden Fall verantworten kann, dass wir das hier senden. Also ich glaube, es gab noch nie was außer zu Nikos Zeiten, was gesendet wurde, wo ich nicht verantworten konnte. Ja, zu damaligen Zeiten konnten wir es verantworten. Ja, gut. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch die Videos, also wir haben ja noch Videos von ihm online und ich habe da auch nicht mehr reingeguckt, weil die finden eigentlich nicht mehr in, die finden eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf YouTube statt und deswegen glaube ich auch, dass das kein Problem ist, dass die noch online sind und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, die manuell entweder offline zu nehmen oder mal durchzugucken, ob da irgendwas dabei ist, was er mal gesagt hat vor 10, 15 Jahren. Ich muss dir ernsthaft sagen, ich würde es gar nicht so sehr machen, weil die Sache ist die, es ist eine menschliche Entwicklung dahinter. Das ist menschlich, aber halt eine Entwicklung von uns als Plattform- und Community-Creators.